Ich interpretiere es, Entschuldigung, A36, Entschuldigung, ich möchte dich nicht unterbrechen, ganz kurz. Deswegen denke ich, dass es einfach nur ein Zeichen davon ist, wir sind halt, ich interpretiere das subjektiv jetzt, wir sind müde davon, wir zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind und es ist was Dummes. Es ist wirklich was Dummes und es ist was Kontraproduktives. Ob das falsch ist? Offensichtlich. Aber soll eine gewisse Aufmerksamkeit darauf gebracht werden, dass da tatsächlich ein Problem ist, was gelöst werden muss? Also ich denke, wie viele Menschen leben in Palästina insgesamt? Wie viele? Ein paar Millionen? Die können doch nicht einfach so umziehen oder so, die können nicht da rausgeschmissen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eben der Grund A36, das ist eben der Grund, was niemand gerade gesagt hat. Auch wenn ihr wollt, können wir raus. Das war der größte Fehler der Hamas. Was hast du gesagt? Entschuldigung, was hast du gesagt? Was hast du mir gerade gesagt? Du hast mir gesagt, dass ich Palästinenser raus will aus ihrem Land. Das hast du gerade mir gesagt. Nein, ich habe es nicht raus. Es gibt kein Palästina, du meinst Gaza, es gibt kein Palästina. Es gibt Palästina, es darf immer. Nein, gab es nie. Es hieß früher Judäa. Die Römer haben das Palästina so genannt, weil sie die Juden komplett enterben wollten von diesem Land. Die Römer haben das so genannt, das hieß früher Judäa, das war das Land der Juden, schon immer gewesen. Hör auf zu lügen, befass dich mit der Geschichte. Damals schon, vor 3000 Jahren jüdisch, ja, König David. Hey Leute. Und man muss auch ganz klar sagen, A36, was wichtig ist, ja, die Palästinenser sind ein erfundenes Volk. Ja, das sind eigentlich alles Araber, Transarber, Transjudania, Syrer, im besten Fall vielleicht Ägypter. Das ist ein erfundenes Volk. Yassir Abafat hat selber gesagt, 1967 hat er selber das Wort Palästinenser zum ersten Mal aus taktischen Gründen in den Mund genommen. Er wusste ganz genau, dass das eigentlich dort alles Araber sind. Ich will nicht den Arabern absprechen, dass sie mal in Palästina gelebt haben. Aber es ist wichtig zu beachten, dass das schon immer jüdisch war. Judäa damals schon, vor Tausenden von Jahren, da gab es wirklich keine Araber dort. Und was ist mit Kanaan? Was ist mit Kanaan? Kanaan war vor Judäan. Die Kananiter, die Kananiter sind, also die Palästinenser, die sogenannten Palästinenser, sind nicht die logischen Nachfahren der Kananiter. Das ist wichtig zu beachten. Das sind eben nicht die logischen, aber es sind trotzdem die Nachfahren. Und Israel, beziehungsweise die... Falsch. Es sind nicht die Nachfahren der Kananiter. Das haben Studien ergeben, der Shashir richtig. Die Kananiter, ja, das war ein ganz anderes Volk. Die waren vor den Arabern da, da gab es noch gar keine Araber. Die waren auch vor den Hebräern da. Und die heutigen sogenannten Palästinenser sind nicht die Nachfahren der Kananiter. Moritz, sag mal was dazu. Es ist wichtig. Dann halt eben nicht. Aber trotzdem haben die Israeliten damals militärisch... Warte mal, was jetzt genau? Wegen dem Land, dass der Staat Palästina nie offiziell gegründet wurde. Das wäre mir auch keine Rolle, ob es ein Staat, der offiziell gegründet wurde. Die Römer haben damals die Juden komplett enterben wollen. Naja, schon. Wenn ein Staat existiert, wenn ein Staat offiziell existiert und gegründet wurde, dann ist das auch was ganz anderes, was Staatsgebiet und allem drum und dran. Aber wenn du keinen offiziell gegründeten Staat hast, hast du auch kein Staatsgebiet. Guck mal, ich habe hier gerade einen Kommentar gelesen. Im Koran steht Palästina ist das Land der Juden. Ist das richtig? Es gibt. Ja, das stimmt. Ach so, ja, im Koran. Ja, richtig. Diese Metallsteine auf dem Boden, wo drauf steht, dass halt hier hat mal die jüdische Familie gewohnt. Und die ist dann 1900... Wie kann das dazu kommen, dass im Koran sowas steht? Also ich habe jetzt wenig Ahnung vom Koran. Weil Mohammed, ich kann es dir erklären, weil Mohammed schon damals gesagt hat, ja, das gehört den Kindern Israels. Damit sind die Juden gemeint. So einfach. Und die Muslime wollen das heute nicht akzeptieren. Ja, aber das sind die Juden, die heute sind. Ja, man bringt einfach Menschen, umgesetzt Menschen einfach und steht ihr Land. Wieso habt ihr dann ein Stück Land nicht gegeben, ihr Europäer, und habt sie rausgeschmissen? Entschuldigung, weil das da unten schon immer jüdisch war. Ja, das war damals, hieß damals vor Palästina. Ja, aber dann, wenn ihr das so... Geht's doch selber in Europa, was willst du jetzt auf einmal? Ja, das geht jetzt nicht. Und rausgeschmissen. Die Juden. Warte mal, Geist, wann noch dazukommen... Warte mal, warum das drinsteht, Geist, das auch noch. Mohammed selber hat sehr viel aus der Bibel und aus der Tora kopiert. Er hat einfach Sachen rausgenommen und hat sie dann einfach gesagt, das ist jetzt das Update zu beiden Büchern. Aber faktisch ist, er hat aus diesen beiden Büchern geklaut, um einfach zu sagen, hier, ihr könnt zu mir konvertieren, ich bin das Update, einfach nur weil er mehr Anhänger brauchte, weil er selber von Anfang an, ich glaube, nur 150 Anhänger hatte. Und nachdem er die Stämme befriedet hatte, nachdem er militärische Macht hatte, nachdem er Medina eingenommen hatte, nachdem er dort 800 Juden hat köpfen lassen und deren Frauen und Kinder als Sklaven verteilt hatte, dann konnte er militärisch anders handeln. Doch, A36, es geht um Religion, weil das da unten ist, ein religiöser Krieg. Betrieben, ja, und ihr habt die nicht aufgenommen. Kein europäisches Land hat das aufgenommen. Natürlich, wir leben Juden, geschehen europäisches Land hat das aufgenommen. Warte mal, Geist, wir können das ganz schnell abhaben. A36, gibt es einen Unterschied zwischen Politik und Religion im Islam? Es sind auch menschengemachte Regeln. Nein, warte mal, nein, der Koran ist aus Sicht der Muslime nicht menschengemacht und der Koran selber gibt Gesetze und Formen vor, das heißt, ist Politik im Islam vom Glaube trennbar? Ja, das siehst du an der Türkei. Es kommt darauf an, nicht ganz. Das siehst du an der Türkei? Ja. Schau mal, die Türkei selber ist durch Kemal Pasha Atatürk laizistisch geprägt. Erdogan selber versucht, die Türkei wieder unter die Scharia zu bringen, das hat er selber gesagt. Ja, aber du siehst, deine Frage wurde beantwortet. Die Türkei wird Stück für Stück radikalisch, äh, islamisiert und das will auch Atatürk. Und Atatürk hat gesagt, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir anspringen. Nein, schau mal, nein, es ist nicht trennbar. Es ist nicht trennbar. Und ich erkläre dir auch, warum Mohammed selber. Er war Staatsführer, er war Kriegsherr und er war Prophet in einem. So, und die ersten drei Generationen sind maßgeblich. Mohammed und die zwei Kalifen nach ihm. So, oder es gibt noch eine Überlieferung, dass er gesagt hat, er weiß nicht, ob er zwei oder drei gesagt hat. So, die sind maßgeblich. Das heißt, an diese Gesellschaft muss man sich im Islam halten, weil, das ist die beste Gesellschaft, ich zitiere, die geschaffen worden ist, ihr gebietet das Rechte, ihr verbietet das Unrechte. Das heißt, eine Politik im Islam ist direkt mit dem Islam verbunden. Du kannst das nicht trennen. Und deswegen ist kein Staat da unten säkularisiert. Dann möchte ich jetzt mal fragen, ist der Zionismus politisch und religiös trennbar? Der Zionismus ist keine Religion. Deswegen sage ich ja, aber der Zionismus benutzt... Aber der Islam ist zu 80% politisch, das haben Studien ergeben. Wie kommst du auf den Islam ganz ehrlich? Es geht um Israel und Palästina, ja? Also geht es auch um den Islam. Der Zionismus sagt uns, ein Juden ein eigenes Land brauchen. Und das soll nicht religiös sein, das ist doch sogar extremistisch. Was soll daran religiös sein? Außerdem steht den Juden das Land zu. Es war schon immer jüdisch, damals schon, ja, Judea. Vor allem, die haben da unten eine Demokratie. Israel ist eine Demokratie, wo unter anderem auch Muslime im Knesset sitzen. Das ist zum Beispiel in islamischen Staaten nicht so. Da hast du gar nicht das Recht zu wählen. Da gibt es nur nichts. Der einzige demokratische Staat im Nahen Osten. Hey, gönnt den Juden doch das Land, das demokratische Land in der Größe Hessens. Wir haben sie dann nicht gegeben. Wieso habt ihr die vertrieben? Dann hört doch mal auf und anfangen an. Wir haben sie nicht vertrieben. Wir haben sie dort, beziehungsweise die Briten, haben dort das Land den Juden wieder zurückgegeben. Das ist nicht der Unterschied der Geschichte. Der Zionismus hatte eine A-Liste und eine B-Liste als Ziel. Ey, jetzt hör mir doch mal auf mit deinem scheiß Zionismus. Ganz ehrlich, bist du Antisemit? Nö, aber ich bin, also ich lasse mir das nicht aufdrücken. Ich zum Beispiel weiß, dass es ganz viele Juden in Israel gibt, die halt gegen Zionismus sind. Und deswegen kann ja nicht selber Antisemit gegen sich selber sein. Ganz ehrlich, das ist eine kleine Minderheit. Warte mal, das ist eine kleine Minderheit in der jüdisch-orthodoxen Minderheit. Das ist eine ganz kleine Minderheit. Das nennt man Freiheit, wenn Menschen sich sowas erlauben können. Hast du irgendwo irgendwelche muslimische Opposition im Land von Muslimen gesehen? Jemals? Du meinst jüdisch. Nee, nee, wirklich. Also das ist, ja, vielleicht meine ich die jüdische Opposition. Habt ihr palästinensische Panzer in Tel Aviv gesehen? Palästinensische Panzer vielleicht? Oder Armee oder Militär? Haben die so etwas? Haben die Leute gesehen? Haben sie Wasser? Haben sie Strom? Haben sie Militär? Haben sie eine Region? Sie würden sofort ein Militär gründen, wenn sie nur könnten. Sie versuchen alles, um Israel auszulöschen. Aber du verstehst das nicht. Du informierst dich lieber in der Moschee mit Paläwood-Propaganda. Wo sind die Panzer? Wo sind die Panzer? Hör auf, dich nur in der Moschee zu informieren. Nein, Herr, hallo, hallo. Israelische Panzer, wo sind die Panzer? Hallo, Geist. Was? Warum? Du bist nicht ehrlich, was du erzählst. Die können das... Die wollen Gaza auslöschen. Ich bin ehrlich. Du, guck mal, die wollen Gaza auslöschen. Die haben das selber gesagt. Das wäre es schon längst, wenn sie denn wölten. Die könnten Gaza in 100 Stunden platt machen. Das wünschen sie, nein. Erzähl mir nichts vom Text zu. Schaut zu. Und deswegen wird Gaza langsam... Ich bin auch der Meinung, dass wenn Israel wollte, sie könnten es viel schneller eskalieren lassen. Die haben die Mittel dazu. Aber sie machen... Es leben 15 Prozent. In Israel leben 15 Prozent Moslems. Sie leben dort gern. Die schätzen die Demokratie. Die dürfen sogar ins Regierungsparlament. Das wäre andersrum niemals möglich. Hört doch auf mit eurer ständigen Propaganda gegen Israel. Ganz ehrlich. Es stimmt. Nochmals soll ich dir das dritte Mal sagen, A36. Soll ich dir das dritte Mal wiederholen, dass in Jerusalem, in Jerusalem, in dem Herzen, verstehst du, in dem Herzen von Israel steht eine Moschee. Verstehst du? Das war Starter-Muton. Der spricht immer die ganze Zeit dazwischen. Zeig mir die Synagoge in Gaza. Zeig mir die Synagoge in Gaza 36. Zeig sie mir. Ja, das stimmt. In Gaza sind Läden benannt nach Hitler. In Gaza sind Hitler... Falsch. In Gaza sind Läden benannt nach Hitler, weil die den Hitler gut finden, weil er Juden vergaßt hat. Es gab den Nazi-Islam-Pakt. Hey, Leute, ich glaube, ihr habt einiges nachzuholen im Bereich der Geschichte. Ganz ehrlich. Nein. Eine Million freiwillige Moslems in der SS-Division Hanscha. Eine Million freiwillige Moslems in der SS-Division Hanscha. Na, Geist, da stimmt nicht. Warte mal. Das Ding ist, der Großmufti vom Palästina selber hat 4000 jüdische Kinder damals ins Gas geschickt und wollte selber unten diese Konzentrationslager unten auch haben. Das könnt ihr gerne nachschauen. Das ist historisch nachweisbar. Und der Großmufti vom Palästina ist auch mit die Grundlage, was da unten passiert. Der Judenhass, den gab es da schon vor der Zeit von dem Österreicher da unten. Also es gibt sehr, sehr viele Nachweise aus historisch belegten Dokumentationen von dem Großmufti, wo er aller, aller Schnümpsel sagen, gegen die Juden generell gesagt hat und niemals differenziert hat. Und dein bester Mensch der Welt, der fake beste Mensch der Welt, Mohammed, er war damals der erste muslimische, nee, kein Frieden auf ihn. Der war damals der erste Mensch der Welt, also der erste Moslem der Welt, der den Judenhass verinnerlicht hat. Er war der erste muslimische Antisid. Ich sage ja, eure Augen sind nicht blind, eure Herzen sind nicht blind. A36, kann ich dich mal was fragen? Ja. Bist du jetzt persönlich mal der Meinung, dass Israel jetzt komplett losgelegt hat oder dass da noch Puffer nach oben ist? Du sagst, sie würden Gase auslöschen wollen. Meinst du, das könnten sie nicht, wenn sie wollten? Ja, das... Nein, können sie das nicht. Na doch. Das hätten sie gerne, aber das geht nicht. Ich bin neutral, ich bin nicht für Israel, ich bin nicht für Gase. Ich versuche das jetzt nur so mal ein bisschen aus anderer Sicht zu sehen. Ja, also... Was sagst du? Ja, genau. Also es ist so, dass seit Israel oder die Juden gekommen sind in Palästina, dass sie halt ihr ein Land versprochen wird, Israel. Warte mal, was ist das jetzt mit meiner Frage zu tun? Sie erklärt ja doch. Sie erklärt ja doch. Ja, ich erkläre, ja. Ich habe doch gefragt, ob sie nicht denkt, dass Israel einfach Gase auslöschen könnte, wenn sie es wollen würde. Verstehst du? Ja. Ja oder nein? Sie besetzen die Palästinenser, ich beantworte deine Frage, sie besetzen die Palästinenser schon seit Jahren, schon seit über 75 Jahren. Mit Unterdrückung, mit Demütigung. Und das ist ja halt deren Ziel, die Palästinenser zu entmenschlichen, zu demütigen, zu einfach foltern, zu unterdrücken. Und daran haben wir natürlich Spaß, so wie die früher die Nazis mit den Juden gemacht haben. Und das machen die genau... Der Islam war dabei, Retourkutsche, der Islam war dabei, Hand in Hand mit Adolf Hitler. Hitler war ein Fan des Islams. Ich rede nicht über die Juden, ich rede über die israelische Regierung, die Zionisten. Das hat ganz mit Juden und mit der Religion jetzt gerade zu tun. Also die sollen schon früher in der Zeit, haben die da schon dran gearbeitet, Israel oder so. Sag mal, guck mal selber, die Juden, die hier in Deutschland waren, wo der Österreicher den Holocaust an denen vollzogen hat. So, das ist ein schlimmer Genozid an der jüdischen Bevölkerung damals von den Nationalsozialisten gewesen, was da passiert ist. So, und danach wollten die da unten ihren Staat gründen, weil, es ist nachweisbar, über wie viele tausende Jahre, dass der jüdisches Leben, dass man sagt, hier, dieses Land können die Juden da unten haben, weil sie eben, wie gesagt, da unten eine gewisse Geschichte haben und dort dieses jüdische Leben, wie gesagt, nachgewiesen ist. Und die ganzen Länder drumherum, alle arabisch, warum konnte man das kleine Land von der Größe Hessens denen nicht geben? Ich frage mich bis jetzt immer noch, warum gerade in Israel Juden und Moslems friedlich zusammenleben können. Warum geht das dort? Wir haben ja friedlich zusammengelebt. Das Problem ist, dann hat ein Zionist gesagt, okay, wir möchten ein israelischer Staat daraus machen. Es gibt sogar Muslime im Regierungsparlament, die das mitbestimmen. Hey, A36, leugnest du die Fakten? Ich habe langsam das Gefühl, du bist ein bösartiger muslimischer Kampftropagandist. Du, ganz ehrlich, wer sagt, wer wirklich sagt, da unten spielt sich gerade ein Genozid ab, der ist wirklich ganz weit entfernt vor der Realität und den Fakten oder eben ein bösartiger Kampftropagandist. Ihr könnt es euch aussuchen, ganz ehrlich. Die Juden haben wirklich ein Genozid hinter sich. Die wissen, was das ist. Das war damals der Holocaust, okay? Aber jetzt, wenn die Israelis wirklich wollen, dann wäre ganz Gaza schon längst platt. Und Israel will das nicht. Israel sagt immer wieder, die Feinde von uns sind nicht die Zivilisten. Die Feinde von uns sind die Hamas. Das sagt der Militärsprecher von Israel. Hört auf, die Fakten zu verdrehen. Hört auf, Anti-Israel-Propaganda zu betreiben. Was hat denn Ezra Yachim gesagt? Ein israelischer Armeeleiter. Was hat der gesagt? Ihr müsst die Frauen, Kinder in Gaza töten. Macht sie aus. Löscht sie aus. Weil es vereinzelte Radikalisierte gibt. Die haben nichts zu melden, du. Ganz ehrlich. Ezra Yachim. Wirklich. Eure Propaganda. Aber nicht nur er. Auch in der Politik wird das gesagt. Die können schwimmen gehen, haben die gesagt. In Q36. In Q36. Hast du mir gerade zugehört? Hast du mir gerade zugehört? Ich habe den letzten Satz nur gehört. Die hört manchmal echt nur, was sie hören will, heißt das Gefühl. Sie versuchen ja nicht, Palästina schlecht zu machen oder für die Juden zu sein. Sie versuchen das neutral zu sehen. Und echt die meisten Länder der westlichen Organisationen, die meisten westlichen Länder sind einfach nur nur für Israel. Vor allem, wir müssen mal schauen. Wer hat den ersten Holocaust an den Juden begangen? Das war damals Mohammed selber, der von der arabischen Halbinsel die Juden vertrieben und getötet hat da unten. Die wurden komplett von der arabischen Halbinsel vertrieben. Richtig. Mohammed hat damals selber 800 gefangene Juden köpfen lassen. Ja, das ist der fake beste Mensch aller Zeiten. Das Vorbild aller Muslime. Guck mal, wenn ich was sage, geht ihr sofort auf Mohammed, auf die Religion zu. Wir reden gerade über die Politik von israelischer Regierung, nicht über Juden. Es ist dasselbe. Das habe ich dir erzählt. Im Islam unterscheidest du nicht zwischen Politik und Religion leider. Der Islam ist Politik. Schau mal, und das ist doch das Hauptproblem. Selber, wenn Mohammed damals die arabische Halbinsel, und wie gesagt, es gibt verlässliche Quellen in islamischen Quellen, wo Mohammed selber gesagt hat, dass er diese arabische Halbinsel von Juden und Christen befreit hat, beziehungsweise die dort vertrieben hat. Und davor haben Juden und Christen da unten gelebt. Im Gegenteil. Davor ging es sogar darum, die sollten sich von der Macht her abwechseln. Mohammed war das nicht genug. Er hat gesagt, nein, er möchte die Macht da unten haben. Und deswegen hat er die da unten vertrieben. Und ja, da steht selber ein Sahih Muslim drin. Es wurde von Humar bin Al-Khatab überliefert, dass er den Gesandten Allah sagen hörte. Warte mal, ich zitiere. Nein, das ist nicht deine Sicht. Lass ihn zitieren. Ich zitiere, ich werde die Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertreiben und keinen von ihnen als Muslim zurücklassen. Sahih Muslim 1767. Was machen die Israelis gerade? Die israelische Region, die vertreiben das. Warum relativierst du? Geh doch mal auf die Aussage ein. Das ist das Kutter der Hamas. Darauf beruft sich die Hamas. Wir wollen gar nicht auf die israelische Armee eingehen, was sie eigentlich machen. Da rein, da raus. Wir müssen drüber reden, was ist das Motiv der Gazianer, der Fake-Palästinenser? Was ist das Motiv, dass sie Israel angegriffen haben und schon seit Staatsgründung Israel attackieren? Ja, weißt du, was der Motiv ist? Der Motiv ist das, dass sie das Land wegnehmen. Das ist das Motiv. Falsch. Überhaupt nicht so. Die Briten haben das damals fair aufgeteilt. Nein, das ist schon so. Die reine Existenz eines jüdischen Staates da unten ist die Aggression. Die reine Existenz eines jüdischen Staates da unten. Das ist der Grund. Weil die radikalen Muslime die Juden hassen. Ja, schau, wie chartet der Hamas an. Da steht ganz klar drin. Die wollen alle Juden auslöschen. Wir gehen dem Spieß mal um mit dem Propagand. Die radikalen Christen. Wie hört sich das denn an? Welcher radikale Christ... Was ist denn mit radikalen Christen? Was ist denn mit radikalen Christen? Das ist jetzt wichtig. Wartet kurz. Welcher radikale Christ bindet sich ein Sprengstoffgürtel um, sprennt sich in die Luft und hebt die Bibel hoch und schreit, Jesus Christus ist der Größte. Welcher radikale Christ macht das? Im Gegensatz haben wir täglich fast radikale islamische Anschläge. Hört auf zu verdrehen. Hört auf mit eurem Waterbautism. Waterbautism für die Leute, die es nicht wissen. Man hört damit indirekt zu, dass man Probleme hat und will ablenken auf andere Bücher. Das wollte ich gerade ihm auch fragen. Immer wenn du versuchst, dich zu kritisieren. Was ist denn mit dem? Was ist mit dem Juden? Was ist das Christentum? Zum kurzen, Alter. Ich weiß nicht, was seid ihr überhaupt? Christen oder Juden jetzt? Wir sind Atheisten. Viele von uns vielleicht auch. Doch auch. Wäre das nicht das Beste? Es geht um die Logik und Menschlichkeit. Es geht nicht darum, was man für eine Religion hat oder sowas. Es geht gar nicht darum. Das, was gerade in Gaza passiert, ist die gezielte Auslöschung der Hamas. Es tut uns schrecklich leid, wenn dort auch unschuldige Zivilisten ums Leben kommen. Die Frage ist nur, warum ist das so? Weil Hamas die Zivilisten dort unten festhält. Ja, die hält sie dort gefangen. Sie lässt sie nicht in den Süden ziehen. Sie braucht diese Propaganda für sich. Ich habe wirklich den Eindruck, dass die Frau, die gerade hier bei uns drin war, dass die sich wirklich so ein bisschen mit der Hamas sympathisiert hat. Absolut. Sie hat sich ja auch nicht distanziert. Sie hat sich die ganze Zeit abgelenkt. Ja, was macht die IDF? Das war eine richtige Hamas-Anhängerin. Wie sie im Buche steht. Ich sage ihr, das ist aber auch scheiße. Was werden die jetzt? Kann ich mal eine Frage stellen? Nein. Mach ruhig. Also jetzt ja oder nein? Mann, das war Spaß. Natürlich, wir leben hier in Deutschland. Hallo, nicht in Russland. Nicht in einem arabischen Diktaturenland. Amen. Okay, also allererstes Mal, das Land, das sich Israel nennt, das ist nicht Israel, weil Israel hat zwölf Stämme. Schon mal falsch. Wie? Falsch? Erzähl weiter, wir gehen gleich drauf ein. Es gab das Nordreich Israel und es gab das Südreich Judäa. Und das Nordreich Israel wurde von den Assyrern verschleppt und ist asyleniert worden. Übrig geblieben ist nur ein Teil von Judäa und ein Teil von Benjamin. So, erstens, zweitens, ich gebe dir recht, dass die Hamas schlecht ist. Und alle anderen Gruppierungen, die im Namen der Religion eine Führer haben, diesen Führer folgen und Kriege führen, sind schlecht. Aber. Respekt dafür. Aber, ja, natürlich. War das gerade ein Bekenntnis gegen Mohammed? Warte mal, war das gerade ein Bekenntnis gegen Mohammed? Nein, weil den Koran steht drin. Ja, das hast du gerade beschrieben. Alle, die im Namen einer Religion einem Führer folgen und dessen Namen Verbrechen begehen, sind schlecht, hast du auch gesagt. Egal, Moritz, wir kommen so nicht weiter. Wir finden gut, dass wir dich von der Hamas nicht verlieren. Darf ich das bitte ausreden? Darf ich bitte, bitte ausreden? Ja. Die Sache ist die, als die Kirche mehrere Länder auseinandergenommen hat und viele Menschen abgeschlachtet hat, hat sie das in ihrem eigenen Namen gemacht und hat die Religion dafür benutzt. Jesus hat sie nicht ausgewählt. Das Gleiche ist mit diesen islamischen Ländern, die sich selbst Islam nennen. Mohammed hat sie nicht ausgewählt. Sie haben die Familie des Propheten getötet und haben ihre eigene Religion erschaffen. Aber die Zionisten, TikTok-sportlich, machen dasselbe. Deshalb gibt es eine kleine Gruppe von Juden, die sagen, dieses Land darf gar nicht existieren, weil nur der Messias darf den göttlich gerechten Staat etablieren. Und da haben sie recht. Und jetzt ist meine Frage... Moment, wir kommen gleich zu dem Falschen. Wie kann es zum Beispiel sein, dass jemand als Atheist oder Agnostiker ein Land unterstützt, das ein anderes Land übernommen hat und viele Menschen getötet hat? Die tun das ja, weil sie das aus religiösen Gründen tun. Sie tun das ja, weil es in ihrer Bibel steht. Wie kannst du das eine unterstützen und das andere nicht unterstützen? Wann haben die das getan? Sag das mir mal. Weil ich weiß, wann das getan worden ist. Das hat alles angefangen mit Theodor Herzl. Aber das Grund, warum sie den Staat Israel nennen und sagen, das ist unser Land, das tun sie deshalb, weil sie in ihrem Alten Testament lesen und sagen, das ist unser Land. Und die Palästinenser, die Hamas macht doch das Gleiche. Kein Jude berufst sich auf die Bibel, mein Freund. Das ist schon mal falsch. Auf Alten Testament schon. Die haben die Tora, das ist der Unterschied. Du hast null Kenntnis. Die Tora ist die hebräische Bibel. Die hebräische Bibel ist die Tora und der Tanach. Das ist das Alte Testament. Also, wenn sich ein Land darauf bezieht, dann tun sie das doch auch im Namen der Religion. Kann ich dich mal was fragen? Ich lese die ganze Zeit in den Kommentaren, dass Mohammed angeblich eine Neunjährige vergewaltigt hat. Das ist doch gar nicht das Thema. Warum wechselst du das Thema? Weiß nicht. Ja, ich weiß warum. Weil es schwierige Fragen sind. Deshalb. Ja, du stellst auch schwierige Fragen. Ja, eben. Ich kann die meisten fragen, die du jetzt hier gesagt hast, wenn ich nicht mehr antworten möchte. Ich habe mich das Thema zu wenig auseinandergesetzt. Derjenige, der 9-Jährigen, also wenn Mohammed eine 9-Jährige hat... Wollt ihr das Thema wechseln, weil dann bin ich Strausen. Nee, warte kurz, warte kurz. Dann möchte ich kurz sagen, dass in Talmud steht, dass eine 3-jährige geschlechtsreife ist. Ist doch egal, Bruder. Das ist doch das Thema. Nicht Thema wechseln. Das ist wieder Wolle-Bodessen. Das ist ein ganz anderes Thema. Das Thema ist, entweder wir sind fair und da gebe ich euch recht, all die Muslime, die den zionistischen Staat ablehnen, sollten erst mal ihre eigenen Führer ablehnen. Könntest du die Union nicht fair? Sie könnten meiner Meinung nach, könnten die Gaza in zwei Tagen auslöschen. Dann würde die Welt aber reagieren. Ich sehe das mal so. Ich sehe das mal anders. Ich sehe das so. Wenn zum Beispiel die Bayern, die ein unabhängiges Land wollen, eines Tages Unabhängigkeit erklären und sagen, wir wollen unabhängig sein, dann beginnt der ganze Rest von Deutschland, Bayern zu bombardieren und die Leute zu töten, weil sie sagen, das ist Deutschland. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So praktisch kann man das noch nicht sagen. Was? Was soll das denn schön schweißen? Das ist nur ein Beispiel. Wenn man kämpft, wenn man kämpft, und so die Soldaten miteinander kämpfen, aber wenn ihr wirklich sagt, Moment, wenn ihr wirklich sagt, es ist... Ich habe immer auch die Art und Weise darauf an. Wenn Bayern jetzt beschließt, einfach jetzt Wahlen abzulegen, offensichtlich kontrollierte und demokratische Wahlen, warum sollten sie es denn nicht machen dürfen? Warum sollten denn die Palästinenser nicht ihr Land haben dürfen? Weil die das nicht auf eine legale Art und Weise gemacht haben? Moment, 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 Moment. Wo sind die Grenzen? Ne, lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Wir haben dir zugehört. Sei mir nicht böse. Ich möchte dir auch jetzt mal sagen. Also in diesem Kontext, rein politisch gesehen, nicht nur rein geopolitisch gesehen, wo sind die Grenzen von Palästina und von wem wurden die bestimmt? Von wem wurden die bestimmt? Von wem wurden die bestätigt? Erzähl es uns, von wem. Ne, ich weiß es nicht. Sag es mir. Wenn es einen Staat gäbe, tatsächlich mit den genauen Grenzen, mit den Prätenzien auf genaue Gebiete und diese Gebiete wurden dann zu Palästina, es wäre ein ganz, ganz anderes Thema. Aber es scheint nicht so zu sein. Lass uns mal bitte ausreden, Zlatan. Lass uns mal bitte ausreden. Weißt du, wie es für mich aussieht? Ich könnte falsch liegen, aber es sieht für mich so aus, als würde sich einfach nur die Palästina von Israel separieren. Die wollen sich einfach nur separieren. Und auf eine illegale Art und Weise in Demokratie gibt es einen Prozess, wie man sich separieren kann. Kurzen Moment. Du hast gerade gesagt illegal. Du hast gerade gesagt illegal, richtig? Es gibt einen Prozess. Es gibt einen Prozess, wie ein Stück des Landes sich separieren lassen kann. Ja, ja, kein Problem. Du hast doch gerade gesagt illegal. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wenn die das nicht nach dem Gesetz machen, dann ist das illegal. Okay, wer hat überhaupt diese Spielregeln aufgestellt? Warte mal, immer dieses Gegenfragen beantworten finde ich ein bisschen blöd. Was hältst du davon? Du hast doch gerade über den Koran gesprochen. Im Koran steht ja auch, dass... Warum trust du das Thema wechseln? Das ist eine legitime Frage. Ich fragte, er sagt, es ist illegal, es ist ein Prozess, wir müssen diesen Prozess durchgehen. Und so können sie ihr eigenes Land gründen oder ihren eigenen Staat. Aber... Ja, haben die ein Land gegründet? Sag mir bitte, sag mir bitte, haben die ein Land gegründet? Also haben die tatsächlich ein Land gegründet? Wurde es registriert? Haben die einen Land... Darf ich bitte ausreden? Das Problem ist... Haben die genau dasselbe wie Ukraine in 1991? Darf ich bitte ausreden? Dass die Grenzen bestimmt wurden sind und so, weißt du... Würdest du mir mal erlauben, auszureden? Nein, nein... Würdest du mir erlauben, auszureden? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, ist okay. Ist okay, klar. Die Sache ist, damals hat Theodor Herzl und seine Leute damit beschlossen und haben gesagt, wir sind verfolgt worden und wir wollen zurück in dieses Land gehen, das wir für uns beanspruchen. Das heißt, sie wurden von den Engländern und von anderen Ländern unterstützt, in das Land der Palästinenser zu gehen. Und dann fing das so an. Sie haben erstmal mit den Palästinensern Geschäfte gemacht und die Palästinenser, die waren leider nicht so schlau. Aber nicht so schlau zu sein, bedeutet nicht, jemanden auszunutzen. Weil jemand, wenn er nicht so schlau ist, nutzt du ihn nicht aus. Wenn du jemanden ausnutzt, bist du unmenschlich. Haben sie also ihre Länder rein... Das stimmt, ja. Genau. Sie haben also ihre Länder reinverkauft, aber sie haben es nicht so verstanden, dass sie damit ihr Land verkaufen würden. Sie haben dieses Geld gebraucht und sie haben das gemacht. Und dann haben sie mit der Zeit angefangen, das Land für sich zu beanspruchen und haben das Land Israel gegründet. Und sie haben nicht mal gefragt, sie haben es einfach getan. Ausgerufen. Und dann haben sie die Spielregeln eingesetzt. Sie haben gesagt, wir haben jetzt euch besetzt und wir setzen uns die Spielregeln vor. Jetzt macht mal diesen ganzen Prozess mit. Das ist doch... Das bringt mich zurück. Warte mal kurz. Warte mal kurz, Nimes. Das war britisches Mandatsgebiet. Und die Briten haben gesagt, wir teilen das Land jetzt in einen arabischen Staat und in einen israelischen Staat. Die Briten haben über dieses Land zu diesem Zeitpunkt verfügt und haben gesagt, hier, wir teilen das so und so auf. Man mag finden, ob das in Ordnung ist, dass man nachdem man ein Land erobert hat, darüber verfügen kann. Aber faktisch ist, die Briten haben das Land zu dieser Zeit besessen und haben gesagt, hier, wir teilen das jetzt so und so auf. Stopp! Stichwort Balfour-Declaration. Also ganz ehrlich, wie hier diskutiert wird, also die Faktenlage, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr fangt immer alle in der Mitte der Geschichte an. Ihr fangt immer da an, wo es euch passt. Aber die Balfour-Declaration, die besagt, dass es ein Kuhhandel war zwischen den zionistischen Rothschild und halt den Balfour... Das ist gar nicht so wichtig, Bruder Zalata. Das kann nicht jeder verstehen. Das sind so Details, das ist nicht wichtig. Machen es viel einfacher. Schau. Die Sache ist die... Nee, stopp! Hier wird gesagt, dass die Briten einfach darüber verfügt haben. Aber... Ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, Bruder. Zalata, ich weiß das. Das hat alles mit Theodor Herzl angefangen und so weiter und so fort. Wir wissen das. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist aber... Eigentlich mit dem Vater von... äh, mit dem Großvater von Theodor Herzl. Bruder, wir müssen lösungsorientiert sein. Wenn wir problemorientiert sind und immer auf die Vergangenheit gehen, funktioniert das nicht. Pass auf, Bruder. Die Sache ist aber die, die Jewish Defense League, die hat dann damals angefangen, Anschläge zu verüben. Das heißt, Juden haben auch britische Soldaten getötet. So. TikTok sportlich. Und die Sache ist, um was es mir geht, ist, ich unterstütze... Also, ein Muslim selber, selber darf auf keinen Fall irgendeinen muslimischen Herrscher unterstützen, weil sie sind alle Nicht-Muslime. Sie handeln alle gegen den Koran. Weil der Koran sagt deutlich, er sagt, folge demjenigen, den Gott ausgewählt hat. Und all diese Führer hat Gott nicht ausgewählt. Deshalb ist ihre Lage so. Die bekämpfen sich auch gegenseitig. Die haben den Bund mit Gott schon längst gebrochen. So. Aber wir reden jetzt hier erst mal über ein Land und Menschen, die unterdrückt werden. Und die sterben. So. wenn man gegen die Hamas ist, muss man gegen die Zionisten sein. Und ich sage zu Muslimen, wenn ihr gegen die Zionisten seid, müsst ihr aber auch gegen die Hamas sein. Denn sie sind beide das Gleiche. Ich habe mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Im Koran steht, Palästina ist das Land der Juden. Was sagst du dazu? Das steht nicht, dass das Palästina das Land der Juden ist. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist das hier. Doch, das kann ich dir sogar belegen. RM, warte mal, RM, nur kurze Frage. Bist du Muslim? Wir sind, wir bezeugen, dass der Elmähdi gekommen ist. Wir benennen uns nicht mehr so. Wir nennen uns einfach Ansar. Aber lass mich mir ganz kurz darauf antworten. Nein, nein, warte mal, das ist wichtig. Akzeptierst du Ibn Kaffir? Sorry, nicht Ibn Kaffir, sondern Ibn Abbas. Bruder, darf ich bitte ausreden? Bitte erlaube mir ausreden. Nein, aber schau mal, du sagst, es steht nicht drin. Warte mal, nein, du sagst, es steht nicht drin. Aber Ibn Abbas selber hat gesagt, dass dieses Gebiet sogar noch viel mehr eigentlich den Israelis zusteht. Das ist nicht wahr. Darf ich das bitte erklären? Soll ich dir beweisen? Soll ich dir beweisen? Ibn Abbas hat selber in einem Kaffir zu sieben? Bruder, bitte sei mal kurz leise und lass mich ihr erklären. Dieses Land, als Moses. wenn du sagst, es steht nicht drin, aber es ist faktisch so. Es steht im Koran nicht drin. Ich weiß es hundertprozentig. Ich kann dir das gerne gerade vorlesen. Mach höchst du einen Kamera an. So, jetzt bitte ich, ich lege einen Film auf den Tisch. Wenn das jetzt stimmt, dann wer macht. Es stimmt nicht. Sag mal eine Suche. Er ist dabei. Niemals, bist du auch mit 5 Euro? Okay, ich kann euch das gerade sagen. Darf ich, während er die Kamera anmacht, reden? Nein. Okay. Hier ist ein Nater. Können das gerne direkt machen. So, und aus. Hier. So, hier. Ah ja, hier. Hier. Das Land von Jerusalem, Palästina, Jordanie, Ich mach's selbst an. Gib mir die Koransuche. Gib mir die Koransuche. Ich mach jetzt die Kamera an. Mach mich kurz. Das ist Ibn Abbas, Suche 7, Vers 137. Welche Suche? Suche 7, Vers 137. Der Tapsier, Ibn Abbas. Okay, wir machen jetzt Suche 137. Boah, aber die ist auf Deutsch, boah, nicht auf, keine Ahnung. Ja, ja, klar, ich mach's, ich mach's, ich mach's, mach mich mal groß, ich mach das jetzt an. Mach mich mal groß, bitte. Ich mach's jetzt selber an. Ich übersetze das gerade auf Deutsch. Ich mach's auf Deutsch, ich hab's Deutsche hier. Ich hab's Deutsche hier. Mach mich groß. Das ist der Tapsier dazu. Das ist Tapsierwissenschaften. Ich hab den Deutschen. Erzähl keinen Unsinn. Ich hab das Deutsche hier. Mach mich doch groß, dann zeig ich's euch. Das ist der nicht die Wahl. Das ist der Tapsier, der beachtet wurde, das gedemütigt wurde, die östlichen Teile des Landes zu erben. Das Land Jerusalem, Palästina, Jordanien und Ägypten und die westlichen Teile, Sekunde davon, die wir gesegnet haben. Ein Teil davon mit Wasser und Bäumen. Und die schönen Worte des Herrn, sie mit dem Paradies oder dem Sieg zu belohnen, wurde erfüllt. Wurde für die Kinder Israels. Hier, wurde für die Kinder Israels, aufgrund ihrer Aufdauer angesehen. Mach mich doch jetzt groß. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Mach groß. Ich weiß, dass ihr gerne lügt, aber das ist kein Problem. Das ist der Tapsier, das ist der offizielle Tapsier. Aber wie kannst du jetzt nachweisen, dass du auf diesen Taps bist und in derselben Suchleiste bei Google? Das wirst du sehen. Mach mich groß. Du wirst das sehen. Mach mich groß. Mach mich groß. Warte, ich mach grad das andere Hintergrundbild rein, dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Eigentlich müsste das ja im selben Wort für Wort da stehen im Koran. Oder ist doch aus dem Koran. Okay, mach mich mal groß. Mach mich mal groß. Ich werd euch gleich sagen, was Israel ist. Moritz, das ist doch aus dem Koran eins zu eins übernommen. Bruder, ich werd dir den Koran zeigen. Warte mal, das ist der Tapsier dazu. Das ist der Tapsier. Bruder, mach mich einfach groß. Erlösen. 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 Moritz, mach mich groß. Lass ihn zeigen und dann werden wir das vergleichen. Warum denn nicht? Genau. Dann werden wir das vergleichen. Müsste doch eins zu eins genauso dastehen oder nicht, Leute? Ja, sollte es eigentlich, wenn das Koran ist, dann sollte genau das gleiche dastehen. Ein Satz als Vers 137. Du musst mir den Zugang geben. Du musst mir Kamera zugang geben. Du musst einfach Kamera machen. Leute, wir müssen beachten, wir müssen beachten, dass die Übersetzung eine sehr große Rolle spielt. Das ist bei der Bibel auch nicht anders. Die Übersetzung spielt dann eine große Rolle. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich habe die Kamera zu öffnen, da bin ich mal gespannt. Es steht nicht, da steht Live Zugriff wird benötigt. Schau mal, was da steht. Da steht Live Zugriff wird benötigt, um als Gast zu beachten. Das musst du bei dir in den Einstellungen suchen. Scheiße. Ja, aber das habe ich doch bei den anderen. Ich habe dir das gerade aktiviert. Ich habe dir eine Einladung dafür geschickt, dass du die Kamera öffnen kannst. Okay. Macht mich für dich. Hoffentlich klappt das. Ich lese es einfach vor, okay? Ihr könnt jetzt selbst nachsuchen. Nein, das geht nicht. Wartet, schau mal. Das sind so Bedingungen. Warte, ihr könnt das überprüfen. Hört mir doch erst mal zu. Wie denn? Ja, hört zu. Suche Nummer 7, okay? Vers 137. Ich lese es euch jetzt vor. Oh, das ist unfair, ne? Das ist ziemlich unfair. Darf ich bitten? Hört doch erst mal zu. Ich muss doch zuhören. Ich versuche nicht klar zu bleiben. Aber das, was du jetzt machst, ist ein bisschen unfair. Du musst schon die Kamera machen. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Ich, mein Gott, ich schwöre. Es geht nicht. Ich gehe um die Kamera an. Hier, lass den doch mal. Lass mich mal ausreden, okay? Bitte zuhören. Auf welcher Seite bist du denn? Auf islam.de. Das ist eigentlich ein deutscher Koran. Darf ich vorlesen, Mann? Ja, bitte, lest bitte vor, okay? Okay, okay, okay. Leute, lass ihn vorlesen. Okay, Achtung. Und wir gaben Vergangenheit dem Volk, das unterdrückt worden war. Das waren damals die Menschen, die mit Moses waren, die vom Pharao unterdrückt worden sind. Zum Erbe die östlichen und die westlichen Gegenden des Landes, das wir gesegnet haben. Das war die Gegend, wo früher das große Israel war. Und das schönste Wort deines Herrn erfüllte sich an den Kindern Israels dafür, dass ich... Du lässt die Länder aus. Du lässt die Länder aus. Ich lese es noch mal. Sei mal kurz leise. Sei mal kurz leise. Nein, warte mal. Du hast übersprungen. Kann er mal bitte leise sein. Du hast den kompletten Teil übersprungen. Er lügt, dass ich das ausgelassen habe. Ich lese es vor. Ihr könnt alle überprüfen, dass er lügt, weil ich alles vorgelesen habe. Schau mal. Nein, ich habe es doch eben vorgelesen. Nein, ich habe es doch eben vorgelesen, Leute. Okay, so war es denn, nein. Alter, jetzt mal vorlesen. Warte mal. Nein, ich habe eben das Ganze vorgelesen. Und da war ich eben auch. Er hat den Mittelteil weggelassen. Bruder, mach mich mal noch mal stumm, bitte. Mach mich mal kurz noch mal stumm. Mach mal eine Kamera an. Dann können wir das doch alle nachvollziehen. Was ist denn das Problem? Mach mal, mach mal nicht noch mal stumm, bitte. Stumm mich mal. Wieso? Ja, weil da kann ich vielleicht die Kamera anmachen. Ich verstehe, warum kann er das nicht selber? Können Sie das eigentlich vorgelesen, dann einen Link geben? Und wir könnten dann überprüfen, ob da auch dieser Link, das tatsächlich steht. Aber noch einfacher wäre es, wenn er einfach nur Kamera anmacht. Guck mal, ich kann auch meine scheiß Kamera anmachen. Zack. iPhone. Alfredo, Alfredo. Wie geht es dir? Na gut. Wie geht es dir? Ich habe auch meine Kamera an, Alter. Mein PC hier läuft. Warum geht das nicht bei ihm? Mach mich mal groß. Vielleicht geht das dann auch. Mach mich mal groß. Also in der siebten Suche 137, 138. Ja, aber so kann ich das und er nicht. Das ist doch voll die Ausrede. Also würde der Hater jetzt behaupten. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Es muss mal jetzt geguckt werden. Ja, der ist jetzt raus. Es kann sein, dass er nicht die 1000 Vordauer hat. Deswegen kann er das nicht anmachen. Hey, dann würde er gar nicht reinkommen können. Ja, doch. Ich habe auch keine 1000 Vordauer. So, er kommt wieder rein. Aber wie gesagt, ich habe euch den Tafsir von Koran X gezeigt. Hier, wie gesagt, der Tafsir original von Ibn Abbas. Das ist der Cousin von Mohammed gewesen. Der war damals auch mit dabei. Okay, Alfredo, mach mich groß. Mach mich groß. Mach mich groß, weil der Typ lügt. Er lügt einfach. Ich dachte, du meinst die ganze Zeit mit Abbas. Okay, jetzt seid leise. Jetzt seid leise. Okay, jetzt seid alle leise. Ich bin nicht dafür, um jemanden platt zu machen. Das ist nicht meine Absicht. Ich will mit euch Wissen teilen. Mehr nicht. Okay. Koran, Suche 7. Okay, hier ist der Link. Nummer 137. Und wir gaben, das ist Vergangenheit, dem Volk, das unterdrückt worden war. Das waren damals die Menschen, die mit Moses waren. Zum Erbe die östlichen und die westlichen Gegenden des Landes. Das wir gesegnet haben. Das war Groß Israel. Das echte Israel. Und das schönste Wort deines Herr erfüllte sich an den Kindern Israels dafür, dass sie standhaft waren. Und wir zerstörten, was Pharao und sein Volk zu machen und was sie zu errichten pflegten. Das ging um die Menschen, die damals mit Moses lebten. Denn diejenigen, die Moses folgten, das waren die Diener Gottes. Und Israel bedeutet Diener Gottes. Okay? So. Und gleichzeitig sagt Gott aber auch im Koran, diejenigen, die den Bund mit mir gebrochen haben, die habe ich verflucht. Und das gilt für jedes Volk. Das gilt auch für die Muslime. Also sind die Benno Israels nicht die? Warte mal, also, nein, warte mal kurz. Lass nicht mehr ausreden. Also, sind die Benno Israels nicht die Juden? Willst du mir ernsthaft sagen, dass das nicht die Juden sind? Natürlich sind das nicht, weil Judäa ist nur ein Stamm und ich zeig's dir aus dem Alten Testament, wer das Bedeutende ist. Ja, das ist ein, das ist nur ein Stamm von Maliachi 3. Maliachi 3, das letzte Buch im Alten Testament, hier beweise ich euch das jetzt, okay? Der Triumph, der Gottesfürchtigen am Tag des Herrn. Jetzt passt auf, wer Israel ist, weil ihr sagt, das wäre eine Rasse. So. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der Herrscherin? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da reteten, jetzt Achtung, da reteten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben. Für die, die den Namen des Herrn fürchteten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Scherchem, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Das bedeutet, diejenigen, die Gott wirklich dienen und sein Wort hochhalten. Das ist Israel. Ja, das, guck mal, guck mal, guck mal. So, warte mal, wir können das jetzt gerne so machen. Warte mal, ich mache, ich zeige dir mal, was selber im Koran drinsteht. Ich kann dir das auch noch mit belegen. Es ist nicht nur so, dass... Bin wieder da, Moritz. Da fehlt nämlich noch was. Wie gesagt, was du... Israel ist ein Titel für ein Volk, das dem Propheten gefolgt ist und nicht Theodor Herzl. Warte, ich zeige es dir gerade, schau mal, was du gezeigt hast. Das war genau dasselbe, was ich gezeigt habe, aber bei dir hat ein Teil gefehlt. Das habe ich dir doch eben gezeigt hier. Bei dir hat dieser Teil gefehlt, wo gesagt hat, hier das Land zu erben, das hast du ja auch gesagt. Und das Land Jerusalem, Palästina, Jordanien und Ägypten. Dieser Teil hat bei dir gefehlt. Schaut ihr selbst, das wurde... Bruder, das hat nicht gefehlt, weil dieses Land war Groß Israel. Das hat dazu gehört. Richtig. Und du kannst es sogar heute noch nachsehen. Es gab ein Nordisrael und es gab das Königreich Judea. Schau dir das mal an mir. Suche 5, Vers 20. So. Und damals, als Mose zu seinem Volk sagte, O mein Volk, besinnt euch auf Wallashult und gegen euch, dass er aus der Mitte der Propheten weckte und euch zu Königen machte und euch gab, was er keinem anderen auf der Welt gegeben hat. Oh mein Volk, betretet das feinige Land, was Allah für euch bestimmt hat und kehrt ihm nicht den Rücken zu. Wem hat er es gegeben? Wem hat er es gegeben? Den Kindern Israels. Die Juden. Okay, und wem sind die Kinder Israels gefolgt? Moment, nein, 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 nein. Oh Leute, der Schrift sind Juden und Christen. Also, warte, warte, ich habe eine Frage gestellt. Ich habe eine Frage gestellt. Ihr lügt. Meine Frage war, wer hat wem was gegeben? Wissen, da würde er jetzt sagen, Kinder Israels sind Juden für mich, oder was ist los? Das sind keine Juden, die Kinder Israels haben zwölf Stämme. Gibt es zu, Moslem, gibt es zu, Moslem. Guck mal, ihr seid so Lügner. Die Kinder Israels waren zwölf Stämme. Und Leute, der Schrift, unser Gesandter ist zu mir zu euch gekommen. Leute, der Schrift, das ist allgemein, das sind Juden und Christen. Das sind Juden und Christen. Okay, mach mich groß, ich zeige euch jetzt, dass er lügt. Mach mich groß. Ich zeige euch jetzt, ich garantiere es euch. Ich habe bis jetzt immer noch die Frage gestellt. Jetzt seid mal bitte alle ganz kurz ruhig. Seid mal bitte ganz kurz kurz. Uns interessiert die Bibel nicht. Das ist der M-A-Rasul-Koran. Das ist nicht irgendeine Ausgabe von mir, sondern das ist selber eine anerkannte Koranübersetzung. Schild. Schild mal alle jetzt. Zeig uns nicht die Bibel, uns interessiert die Bibel nicht. Hör auf mit deinem Wort aboutism. Ja, hört auf jetzt, irgendwelche Verse hier zu zitieren. Das ist wirklich viel zu kompliziert, Leute. Das ist viel zu kompliziert. Man muss das eigentlich gar nicht betreten, Alter. Da gibt es so viele Nuancen, Alter. Wir sind viel zu weit. Es geht darum, welche Übersetzungen das sind, wie es interpretiert ist, Alter. Ich habe bis jetzt nur Fragezeichen im Kopf. Ich habe bis jetzt nur Fragezeichen im Kopf. Der eine sagt, die hinter Israel sind, sind Juden. Dann sagt der andere, nein, der lügt, das sind keine Juden, Alter. Was ist denn jetzt hier richtig oder fremd? Wisst ihr was, das wird uns das falsche Ohren gebrochen? Und dieses Land... Ey, von ganzem Israel wurde... Warte mal, du weißt aber selber, dass sie umgekehrt sind, ne? Die sind aber umgekehrt. Die sind nicht umgekehrt, weil nur der Messias nach der Heiligen Schrift darf das Israel gründen, weil Israel bedeutet Gottesdiener. Und sie dienen nicht Gott, sondern sie dienen Amerika. Schau mal, warte mal. Sie kehrten, warte mal, die kehrten um und danach kamen die Babylonier. Nein. Die kehrten um und danach kamen die Babylonier. Nein. Die Babylonier kamen nachdem die Assyrer, nachdem die Assyrer die zehn Stämme Israels zerstört haben, weil Israel sind zwölf Stämme. Okay? Haben danach die auch Scheiße gebaut, sozusagen auf Deutsch gesagt. Und Gott hat die Babylonier geschickt und hat sie auch assimiliert. Aber das Israel ist nur dann Israel, wenn alle zwölf Stämme zusammen sind. Sonst kann ich ein Land nicht Israel nennen. Es ist doch wurscht, Alter. Wie, das ist wurscht? Vorhin hat Moritz, glaube ich, auch zugegeben, dass der Zionismus gar nichts mit Religion zu tun hat. Und insofern... Gar nichts! Ist das das Gleiche wie mit der Hamas? Das war nicht ich. Nein, das war nicht ich. Das war nicht ich. Ich, ich war das. Ich habe gesagt, ich kann auch als Nicht-Junde-Zionist sein. Da, wo ihr mich Antisemiten nennen wolltet, nur weil ich was gegen Zionismus gesagt habe. Der Grund, ich unterstütze nicht ultra-orthodoxen Judentum, ja? Aber der Grund... Warte ganz kurz, ich zeige euch schnell was. Der Grund... Welcome to Love the Koran Speak. Der Grund... Schau mal, warte mal. Nein, du darfst nichts auf YouTube zeigen, ansonsten wird das gesperrt. Du darfst nichts auf YouTube zeigen. Okay, okay. Ansonsten wissen wir... Okay, kein Problem. Der Grund, warum es eine kleine Schar an Juden gibt, die diesen Staat ablehnen, liegt daran, dass sie wissen, dass dieser Staat eine Täuschung ist, um die gutherzigen Juden zu beherrschen. Oh mein Gott. Okay? Ey, RM, ich antworte darauf. RM, es ist wichtig. Ich bin noch nicht fertig. Ich will noch meinen letzten Satz sagen, dann kannst du reden, wie du willst. Okay, letzter Satz. Lass mich noch meinen letzten Satz sagen, dann könnt ihr reden, okay? Nee, auf den Punkt will ich kurz eingehen und dann kannst du weitermachen. Es ist wichtig. Und zwar, es gibt eine kleine Minderheit von orthodoxen Juden, die pro-Palästina sind. Jetzt ist die Frage, warum sind sie pro-Palästina? Die Frage, warum sind sie pro-Palästina? Sie sind einfach ultra-religiös und das ist überhaupt nicht wichtig. Moment, Moment, Moment. Wie kann das unwichtig sein? Wie kann das unwichtig sein? Das stimmt, das stimmt. Weil die Religion keinen interessiert. Okay, okay, Moment. Okay, Moment, Moment, stopp. Du glaubst doch nicht mal an die Talmud. Du glaubst doch daran gar nicht, ey. Geist, stopp, 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 stopp. Wenn die Religion keinen interessiert, dann ist das ja das Argument, das dich komplett und eure Meinung zerstört, weil dann dieses Land Israel gar nicht geben dürfte. Weil dieses Land, das sich Israel nennt und nicht Israel ist, beruft sich auf Religion, um sein Existenzrecht. Falsch. Genauso ist das BRM-Recht. Wie falsch, wie falsch? Warum lügst du gegen die Wahrheit? Es interessiert, oh mein Gott, Mann, die jüdischen Politiker, die Juden sind auch die Juden hier. Mensch, Israel ist doch das Land der Juden hier. Guck mal, er lügt noch mal, lügt noch mal. Guck mal, ich geh jetzt raus, unterstütze, was du willst, es geht mich schon direkt an, okay? Aber ich sage dir, die Juden, die Juden... Entschuldigung, Juden wurden doch aufgrund ihrer Religion verfolgt und sogar halt auch Genozid gemacht wegen dem Glauben. Und deswegen sagt man ja auch an diese... Oh mein Gott, es ist wichtig zu beachten, dass die jetzige Regierung in Israel nicht religiös handelt und nicht jüdisch handelt. Und das ist auch gut so, weil Juden sind nicht nur eine Religion, sondern das ist auch eine Ethnie, ein Volk. Es gibt ein jüdisches Volk, das wissen viele nicht. Und die Region interessiert wirklich keinen Mensch. Hört auf, die ganze Zeit abzulenken mit der Religion. Wir zeigen euch nur euren Koran, weil ihr ja daran glaubt. Und laut Koran ist es ja so, dass Israel den Juden gehört. Und jetzt schreiben hier Leute in die Kommentare, Israel ist verflucht. Das ist der Anti-Juden-Hass, der antisemitische Hass auf Israel und auf die Klima in Glavroch selber. Geist, die Sache wird um einiges komplizierter, wenn man tatsächlich die Religion in das Spiel bringt. Du hast recht. Wir haben gerade ein gutes Beispiel gesehen von einem Menschen, die... So, warte mal, wir haben jetzt hier einen Experten drin, selber Sheik. Der kennt den Koran in- und auswendig, der kennt sich mit allem aus. Sheik, hast du mitbekommen, was er gesagt hat? Ich bin jetzt gerade, er ist reingekommen. Ich war ganz kurz noch mal drauf. Der Typ, der eben, warte mal kurz, warte mal kurz, der Typ eben hatte gesagt, warte mal kurz. Der hat gesagt, die Kinder Israel sind nicht die Juden. Ja. Darf ich dazu was sagen? Weil, wenn du das so sagst, das ist so gemeint. Er hat also gesagt. Die Kinder Israel sind nicht die Juden. Guck mal, guck mal, was ihr macht. Diese Doktor mit Sheik ist ein Christ. Bitte aussprechen lassen. Okay, guck mal, wie er euch anlügen will, Leute. Der Doktor mit Sheik ist ein Christ. Dein Schlater. Er kann doch Christ sein, Mann. Ändert doch nichts an der Realität, dass wir hauptsächlich Atheisten sind. Und darum geht es nicht. Du kannst nicht herkommen und sagen, guck mal, Juden und Muslime, Christen, Hebräer, Hindus, Buddhisten, alle haben ein Recht, als Menschen in dieser Welt zu leben. Und jemand, der die Menschlichkeit oder das Recht von Menschen ablehnt, das er leben darf, ist einfach unmenschlich. Macht doch keiner. Was hat das mit Christen zu tun? Was hat das mit Christen zu tun? Aber, 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 Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig. Warum hast du es Christen zu tun? Jetzt wo das Recht auf Leben absprechen? Nein, das meine ich nicht. Sondern ich meine, aber über die Hintergründe des Nah-on-Kost-Konflikts aus Parteilichkeit zu lügen, das geht gar nicht. Na, was meinst du also? Warum seid ihr Muslime eigentlich immer in der Opferrolle? Ich bin kein Muslim. Ich bin kein Muslim. Ja, ja. Was bist du dann? Ich bin kein Muslim. Imam al, mach dies. Ey, schau deine Bio an. Du bist ein Täuscher, ein Lügner. Ich bin kein Muslim. Ob du das glaubst, du nicht fragst, die Muslime. Geh und frag die Muslime. Geh und frag die Muslime. Wir haben mit den Muslimen gar nichts zu tun. Okay, was bist du? Dann sag doch, was du bist. Sekunde mal kurz, warte mal, bist du ein Ahmadiyya? Weil wenn du schon von... Nein, die haben beide Ahmadiyya nicht zu tun, das sind Sunniten. So, jetzt, aufpassen. Nein, warte, nein, nein, Ahmadiyya sind gar keine Muslime aus deren Sicht. Ahmadiyya sind doch keine Muslime. Warum werde ich die ganze Zeit gestimmt? Ey, guck mal, ganz ehrlich, er nennt sich schon sein Konto. Wenn ich so, ich stell dir eine Frage, um die Beantwortung, lässt mich nicht mal beantworten. Warum? Du bist ein Lügner, du bist ein Täuscher. Takiya. Warum lässt ihr mich nicht antworten? Guck. Weil du ein Täuscher bist. Warte mal, jetzt sind alle mal kurz leise, RM. Wenn du selber dauernd einen Monolog hältst und die anderen nicht antworten lässt, sondern einfach nur weiterredest, dann kann ich dich mal kurz stummen, dass ich einhacken kann beziehungsweise auch mal sagen kann, hier, dann lass doch mal jemanden darauf antworten. Das ist mein Recht als Host. Okay, Moritz, aber die haben mich doch gefragt, was bist du und antworten sich selbst drauf. Okay, sag doch einfach, was du bist jetzt schnell, komm. Ciao. Unsere Religion oder unsere Bewegung heißt der Ahmadiyya Religion of Peace and Light, aber hat nichts mit Ahmadiyya zu tun. Irgendeine islamische Sekte, Glückwunsch. Darf ich bitte reden? Okay. Das hat aber nichts mit Ahmadiyya zu tun, weil wir distanzieren uns von allen Sekten des Islams und wir sagen, dass der Islam nichts mit dem zu tun hat, mit dem Mohammed kam. Aber es geht jetzt nicht darum, wer ich bin, sondern ich bin nicht hierher gekommen, um über mich zu reden. Du bist doch selber eine Sekte. Darf ich mal bitte ausreden, weil man sollte nicht Ad hominem Argumente benutzen, man sollte nicht drauf schauen, wer was sagt, sondern was er sagt, das heißt, selbst wenn ich, das bedeutet, jemand, man tut jemanden ablehnen, okay, weil man sagt, jemanden ablehnen, das bedeutet es eben nicht. Darf ich bitte ausreden, Dr. Matt Shake, das Ad hominem ist, wenn man zum Beispiel jemanden, Ad hominem bedrucktet, den kann man sowieso nicht glauben, weil er Muslim ist. Oder man sagt, dein Profil strotzt nur vor Sekte, Sekte, Sekte. Du bist echt in einer kranken Sekte. Danke, danke, danke. Auf jeden Fall. Ad hominem bedeutet, dass man sagt, zum Beispiel, du bist Atheist, deshalb glaube ich dir nicht. Oder du bist Muslim, deshalb glaube ich dir nicht. So, man hört nicht zu, was einer sagt, sondern man schaut, wer was sagt. Und das ist falsch. So schick, antworte jetzt mal bitte. Das bedeutet jetzt nicht. Das bedeutet jetzt nicht. Okay. Dann mache ich die Kamera an und wir schauen gemeinsam, was Ad hominem bedeutet, okay? Ad hominem Angriffe sind Angriffe auf sein Gegenüber, die man tätig, weil man keine anderen Argumente mehr hat. Dann geht man auf sein Gegenüber, wenn man hat, dann geht man auf sein Gegenüber, damit wir wissen, was du akzeptierst. Ich glaube, du verstehst nicht, wie viele Gruppierungen es eigentlich in jeder Religion gibt, okay? Es gibt zum Beispiel, wenn wir den Muslimen, gibt es Sunniten und da gibt es Schiiten. Und da gibt es viele verschiedene Untergruppierungen. Das Gleiche ist mit den Christen und das Gleiche ist mit den Juden. Aber wenn du das ignorieren möchtest und einfach nur das Leichteste rausnehmen kannst, damit dein Narrativ passt, dann tu das. Nein, ich will, warte mal, nein. Ich will, was das angeht, kein Narrativ machen. Schau mal, ich habe mich selber mit dem Koran, ich habe mich mit der Sunna beschäftigt, ich habe mich mit Mohammed beschäftigt. Und Fakt ist, Mohammed selber hat gesagt, es gibt nur einen Islam. Er hat selber gesagt, dass man sich selber darauf berufen muss. Guck mal, du kannst nicht den Koran und die Sunna ablehnen. Moritz, er wusste schon, dass er ein Bullshitprodukt produziert hat. Was ist denn Islam, Moritz? Ja, bitte kurz. Mohammed wusste damals schon, dass er einen Schwachsinn fabriziert hat und er hat gesagt, es wird sich in 37 unterschiedliche Richtungen aufteilen und 36. In 73, ja, aber wie gesagt, Mohammed selber. Er hat ja gesagt, wenn jemand etwas sagt, was mit unserer Religion nicht übereinstimmt, dann wird es abgelehnt. Okay, Moment, was ist die Religion des Islams, Moritz? Ja, Islam selber ist Unterwerfung unter Gott. Okay, und wie macht man das? Ja, indem man sich an die Scharia hält, an die Gesetze, an die Lebensweise von Mohammed, indem man sich an den Koran hält. Das stimmt überhaupt nicht. Wo soll das jetzt nicht stimmen? Wo soll das nicht stimmen? Ich erkläre die Worten, dass es nicht stimmt. Oh, in seiner Sekte vielleicht nicht. Oh mein Gott, was reden wir überhaupt mit so einem Sektenanhänger? Nimm's mir nicht übel. Aber wenn du das noch nicht mehr anerkennst, dass der Koran und die Sunna, dass man sich danach halten muss, dass Mohammed... Dann habe ich eine Frage an dich, Bruder Moritz. Darf ich dir eine Frage dazu stellen? Ja, okay. Ich komme hoch, bitte. Als Jesus, Friede sei mit Jesus, kam, gab es da verschiedene Sekten im Judentum? Schau mal, als Jesus kam selber, hattest du unterschiedliche Ansichten, dass du das hier reingekriegt? Moritz, wie lange willst du... Ich würde gerne mit Bruder Moritz sprechen dort, mein Zelt bitte. Ich habe Moritz... Ich wäre sowieso vorsichtig, ich wäre sowieso vorsichtig, wenn dich jemand ein Bruder nennt, der lügt am meisten. Wie lange willst du dieses Spielchen mit dir noch weitermachen, weiterspielen lassen? Ja, Moritz, kick ihn hoch. Moritz, du kannst entscheiden, du kannst dich rauskippen und du kannst denen glauben. Es gibt genug Leute... Gott sei Dank. Mein Freund, es gibt genug Leute, es gibt genug Leute, mit denen du anständige Gespräche führen kannst, als mit diesem Takir-Meister hier. Ja, es kann sein, dass ich da ein bisschen zu tolerant bin, dass ich sage, hier, ich lasse jeden ausreden, kann gut sein. Ich komme hoch, wenn ich gebraucht hätte. Jo. Moritz! Hi, Erik. Ich bin doch nicht weggefahren, weil Frau geht es schlecht und deswegen... Also du entscheidest, wie lange du noch machst und danach gehe ich dann einfach live. Aber wenn du dann noch ein bisschen zu mir kommen möchtest, wie du das möchtest. Ja, ja, klar. Dann wird er auf jeden Fall lustig werden, ich weiß ja, was kommt. Ey, Löwe, schönes Bild auch. War das dein Hausschwein? Ja, wir machen erst mal ruhiger. Weißt du, was geil ist? Weißt du, was geil ist? Die Leute sagen dann, ja, das wird geprüft, rechtliche Konsequenzen. Das hat... Ich habe schon Rücksprache gehalten, keine rechtlichen Konsequenzen. Ist doch super. Genau, genau so darf man das machen. Es ist nichts dabei. Nichts. Da zeigt sich die Kommunisten-Plattform mal hier tolerant. Kommunistisch. So ist das. Also Moritz, wie gesagt, sagt Bescheid. Warte mal, Erik, du kannst ja vielleicht einen Ausblick geben. Willst du mal das Bild vom Prototyp Moslem reinmachen, was du hast? Oder hast du es gerade nicht drauf? Ich würde ganz gerne tatsächlich erst mal warten. Ich würde jetzt gerne nicht so die ganzen Bilder, die ganzen Überraschungen sehen, gehen doch sonst verloren. Ja, ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Nee, ich weiß ja, wir haben ja darüber geredet, was später kommt. Also, ich sage mal so, es wird schon lustig werden. Ich muss auch überlegen, was ich gleich für ein Thema mache quasi. Muss ich überlegen. Danke, Michael. Ich meine, wir haben verschiedene Art und Weisen, unsere Streams zu führen. Aber ich sage mal, ich weiß, was später kommt. Und ja. Kannst du mal einen Moslem hochholen? Ja, wenn irgendjemand anfragen würde. Leute, alle liken bitte. Lasst mal ein bisschen Liebe da. Kommt schon. Ja, deswegen. Jetzt ist die Diskussion ja rum. Ja, Moritz, sag mir einfach Bescheid. Ja, ja, ja. Wir können das gerne machen, obwohl. Warte mal, willst du jetzt live gehen? Ich gehe erst live, wenn du offline gehst. Und wenn du sagst, du möchtest, sollst du lange machen. Nee, ganz ehrlich, ich freue mich auf den Stream. Von daher, wir können das auch gerne so machen. Ich gehe jetzt gerne raus und dann gehen wir bei dir live, weil, wie gesagt, ich weiß, was kommt. Und ich bin mal gespannt, was passiert. Ja, machen wir so. Löwe. Wunderbar. Löwe. Ja. Darf ich auch mit diskutieren am Anfang? Ja, kannst gerne reinkommen. Ich muss mir ein Thema überlegen und dann kannst gerne reinkommen. Cool. Ja, bis später. Jo, bis gleich. Darf ich mal was fragen? Klar, natürlich. Ähm. Wow. Hi. Ja, ich war ja vorhin schon mal drin. Hi. Hab auch ein paar Sachen gesagt. Heinz, warte mal, Slater. Heinz, du kannst gleich reden. Lass Slater erst mal ausreden. Und dann kannst du, aber dann gehen wir gleich auch bei Erik mit live. Also ich gehe da mit live. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich halt hier Atheist bin und halt auch so mit Moslems nichts unbedingt am Hut habe. Aber trotzdem finde ich das ganz schön schrecklich, so was, wie, wie, auf was für eine drastische Art und Weise sich Israel in Anführungsstrichen verteidigt. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie kann ich eine Kritik an Israel äußern, ohne gleich irgendwie in ein schlechtes Licht gestellt zu werden? Es muss doch möglich sein. Nein, nein, klar, das kann ich dir gerne sagen. Also ich kann dir gerne eine Antwort darauf geben. Das ist deine persönliche Sache, wie du Kritik äußerst. Ich sage dir selber, ich stehe nicht hinter Netanjahu. Ich stehe nicht hinter vielen Entscheidungen der israelischen Regierung. Und ich sage dir ganz ehrlich, solange das nicht wieder in eine Behauptung geht, dass das Ganze ein Genozid ist, was eindeutig das Ganze nicht ist, scheißegal, wie deine Kritik in der Hinsicht ist, um es mal so zu sagen, solange die Kritik sachlich ist, solange wir da sachlich drüber reden können, kannst du die Kritik so äußern. Wir haben hier Meinungsfreiheit. Und solange das nicht in eine strafrechtliche Richtung geht, kannst du da logischerweise auch deine Meinung äußern. Also du wirst mich nie hören, wie ich sage, du darfst eine Meinung nicht haben, die jetzt nicht irgendwie strafrechtlich relevant oder sowas ist. Also Kritik an Israel, klar, natürlich kann man in vielfältiger Weise äußern. Ich sage dir ganz ehrlich, ich finde die ökonomischen Interessen von Netanjahu da drüben auch nicht in Ordnung. Finde ich auch nicht in Ordnung. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn sich herausstellen sollte, dass Netanjahu da drüben, beziehungsweise die Regierung, die Hamas reingelassen haben sollte, bewusst oder unbewusst, dann hat der Typ wahrscheinlich mit seiner Bevölkerung ein richtiges Problem, weil die werden sich das merken und die werden das nicht zulassen. Sage ich dir ganz ehrlich. Also Kritik an Israel, an der israelischen Regierung, besonders an der israelischen Regierung, weil die ja die Entscheidung trifft. Gerne. Solange es sachlich und faktisch ist gerne. Also ich habe dann jetzt nicht auf ökonomische Gründe angespielt. Das geht halt tatsächlich darum, dass ich halt so, also ich habe halt gesehen, dass halt das was Besonderes sein soll, dass noch nie in einer Welt, in einem Krieg, halt so viele Kinder in den ersten Wochen umgekommen sind. Das ist halt so ein Phänomen. Das ist halt also auch schon eine Einzigartigkeit, die mich so schockiert und ich möchte Kritik einfach nur an den militärischen Vorgehen, beziehungsweise am Militär von Israel so äußern. Also ich bin kein Militärspezialist, aber ich kann mir vorstellen, wenn doch die Hamas, sage ich mal, gar nicht so viele Leute sind. Und warum geht da Israel nicht mit Spezialtruppen rein? Warum halt von außen? Sie geht da doch schon mit Bodentruppen rein. Israel geht da doch bereits schon mit Bodentruppen rein. Ja, die deeskalieren doch bereits, weil wenn sie die ausrötten wollten, wäre das mit ein bis zwei Atomwaffen doch passiert. Haben sie aber nicht gemacht, sondern die gehen mit Bodentruppen rein und gehen von Haus zu Haus und gucken, ist das ein Kämpfer oder nicht und schießen halt eben nur auf diese Leute. Genau so wäre es richtig gewesen von Anfang an. Aber halt jetzt hast du halt die ganzen Bombenabwürfe, die halt in den letzten Wochen mit der Bodenoffensive gestartet ist. Also ich hätte mir das eher so vorgestellt, dass man direkt eine Bodenoffensive macht. Ich meine halt, ihr seid doch das beste Militär. Ja, warte mal. Weißt du, warum die mit der Bodenoffensive wahrscheinlich gewartet haben? Es sind natürlich nur Spekulationen, ich bin nicht die israelische Regierung, aber ich gehe davon aus, weil es wurde gesagt, geht in den Süden, weil die im Norden reingehen wollten und erstmal warten wollten, bis die Zivilisten da unten erstmal evakuiert sind, weiter nach unten, dass die im Norden gegen die Hamas vorgehen konnten. Ich verstehe nicht, warum man nicht mit Bodentruppen reingehen konnte, während halt gar kein Haus zerbombt wurde und während gar kein Zivilist evakuiert wurde. So halt, warum kann man da nicht einfach halt mit, was weiß ich, 200 Gruppen reingehen? Ich kann jetzt sagen, das Ding ist halt, selber der Gaza-Streifen ist ein sehr, sehr dicht besiedeltes Gebiet und die Hamas selber ist eine Guerilla-Organisation und da musst du strukturiert reingehen, wenn du in so einer Größenordnung da reingehst. Und das war von Anfang an klar, dass Gaza, so wie er davor existiert hat, nach dem 7. Oktober nicht mehr weiter existieren konnte, weil eben eine deutliche Linie von Seiten der Hamas überschritten wurde. Und danach, wie gesagt, hat Israel gesagt, nein, wir möchten uns jetzt ein für alle Mal um die Hamas kümmern. Und dann sind die da jetzt im Nachhinein rein. Und die müssen ja auch gucken, du musst dir vorstellen, unter Gaza ist ein riesen Tunnelsystem, wo die Hamas drinnen hockt, wo die auch gesagt haben, hier, wir lassen da keine Zivilisten rein, die Zivilisten sind Märtyrer und wir sind auch bereit, diese Märtyrer zu opfern. Das hat die Hamas selber gesagt. Und die Hamas selber will, und das ist der wahre Genozid, und das haben die selber in ihre Parteiprogramme reingeschrieben, die wollen die jüdische Bevölkerung, beziehungsweise den kompletten Staat Israel ausrotten. Das ist deren Agenda von Anfang an gewesen. Und halt kann das nicht so, wie soll ich sagen, also ich habe halt auch gehört, oder eigentlich halt auch gar nichts großartiges zu sagen. Kennt ihr Piers Morgan? Ja, ja, da habe ich eben sogar noch eine Debatte von gesehen, tatsächlich. Piers Morgan von, ich meine, Rabbi Schmul und hier, wie heißt er, Mohammed Hijab, habe ich eben gesehen. Ja, und da gibt es noch eine, die ist ungefähr, weiß ich nicht, die ist schon zwei Wochen alt, und das ist mit irgendeinem Yusuf. Er heißt Yusuf, bla bla bla. Und das kann ich nur empfehlen. Also wirklich. Nö, Piers Morgan, wirklich, es sind sehr, sehr gute Diskussionen. Vor allem Posted Prophet, das ist auch ein Ex-Muslim, der reagiert immer auf diese Diskussion. Und ich finde, er macht das auch sehr gut. Und also, wie gesagt, Kritik generell, sachlich, an allem, was geht, alles immer kritisch hinterfragen. Also das ist meine persönliche Ansicht. Solange es jetzt nicht in irgendeine, wie gesagt, strafrechtliche oder menschenverachtende Richtung, ganz klar. Also von mir wirst du auch niemals hören, dass ich es in Ordnung finde, dass Zivilisten auf der anderen Seite sterben. Die Frage ist, und das ist faktisch, es kann kein Krieg geführt werden ohne zivile Opfer. Das ist leider so. Das ist echt übertrieben, muss ich schon sagen. Also alleine nur fürs menschliche Auge und fürs Bauchgefühl. Das heißt, mit dem ganzen Kram gar nichts zu tun hat. Also ich frage mich auch, ob das wirklich die Vorgehensweise, du sagst, das ist sowieso ein Tunnelsystem. Das war jetzt kein Kommentar. Das heißt, die Bombardierung ist total sinnlos, wenn es halt das Tunnelsystem gibt. Da muss man dann halt mit Leuten in die Tunnelsysteme reingehen. Und halt, ja, dann halt, außerdem ist es auch so, dass im Krieg sterben halt nun mal auch Soldaten. Da braucht Israel nicht denken, dass halt, wenn man aus der Luft halt hier mega Bomben abwirft, irgendwann trotzdem werden hier Soldaten sterben. Und das muss man als Armee dann auch in Kauf nehmen. Es kann nicht sein, dass Israel denkt so von wegen, oh, wir dürfen keinen einzigen Soldaten verlieren. Ja, es ist eine schwierige Mission, die Hamas zu besiegen, aber es ist, glaube ich, nicht unmöglich. Und ich glaube, dass man halt einfach mit mehreren Leuten in die Tunnel reingehen würde und was weiß ich, mit ferngesteuerten Kameraautos so halt, ne? Und dann einfach durch die Tunnel fahren und halt gucken, ob da eine Sprengfalle ist oder sonst was. Da gibt es Möglichkeiten, aber man entscheidet sich für diese dreiste Art und Weise, die halt die ganze Welt ja verurteilt mittlerweile. Also ich sag mal so, du weißt ja, was Churchill selber gemacht hat, als es gegen Deutschland, gegen die Nazis in den Krieg ging. Und da gab es diese Flächenbomber de Mors. Beharmlosung des Zweiten Weltkrieges und ich finde das echt unter aller Sau, das zu vergleichen miteinander. Nein, 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 nein. Hör mir doch erst mal zu. Ich wollte damit sagen, es gab Flächenbomber de Mors damals im Zweiten Weltkrieg. Das wollte ich damit nur sagen. Es wurden ganze Städte, ganze Zivilbevölkerung, Dresden, Essen, Hamburg, wurden bombardiert. Und wie gesagt, keiner würde heute auf die Idee kommen. Soll das irgendwas rechtfertigen? Soll das irgendwas rechtfertigen, nur weil es sowas gibt? Nein, schau mal, ich habe nicht gesagt, dass es recht gefertigt wird. Das habe ich damit nicht gesagt. Ich habe denen nur gesagt, dass Israel keine Flächenbomber de Mors insofern macht, dass sie sagt, wir machen jetzt alles platt. Das wollte ich da sagen. Und der Krieg an sich ist ein Verbrechen. Das ist auch wieder das, so von wegen, ich ersteche dich nicht mit einem Küchenmesser, sondern ich benutze einen Skalpell. So in der Art halt. Trotzdem ist das Ergebnis letztendlich das Gleiche. Nein, nein, also schau mal, Israel will ja nicht die Zivilbevölkerung drüben in Gaza töten. Es geht ja gegen die Hamas selber. Und Israel hat ja auch gesagt, wenn die Hamas selber die Geiseln freilässt und sich ergibt, dann wäre der Krieg in der nächsten Minute rum. Aber wie gesagt, dafür müsste sich die Hamas sich ergeben, was die aber auch natürlich nicht machen. Es geht ja nicht gegen die Zivilbevölkerung drüben in Gaza. Es geht eindeutig gegen die Hamas. Darf ich eine Frage in die Runde werfen, dass jeder mal vielleicht antwortet darauf? Seht ihr das so, dass ein palästinensisches Leben genauso wertvoll wie ein jüdisches Leben ist? Ja. Jedes Leben ist wertvoll. Nein, jedes Leben ist gleich wertvoll. Jedes Leben ist wertvoll. So ist meine Meinung. Warum? Was heißt hier gleich? Natürlich ist, wenn ich sage, jedes Leben ist wertvoll, dann meine ich nicht nur das Leben von Menschen, sondern auch das Leben von Tieren und Pflanzen. Jedes Leben ist wertvoll. Ja. Das ist meine Aussage dazu. Okay. Dann würde ich sagen, weil ich wollte jetzt den Stream beenden, weil ich gleich zu Löwenherzog gehe. Heinz, du hast meinetwegen noch das Schlusswort, wenn du dazu noch was zu sagen hast, und dann gehe ich offline. Ja klar, also ich muss dich voll und ganz unterstützen. Es geht eigentlich nur darum, die Hamas, Terroristen, außer Gefecht zu setzen, sodass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Das Gleiche ist mit der Ukraine, dass sie die Putins Terroristen außer Gefecht setzen wollen, sodass die keinen Schaden mehr anrichten können. Oder zumindest so geschwächt sind, dass dem Putin die Lust vergeht, noch mal Länder zu überfallen. Und das Gleiche ist dort auch. Es geht ja nicht nur um die Hamas, sondern die, wie heißen sie, im Libanon, die sind ja, ich würde sagen, noch schlimmer. Das ist die Hispola. Ja, 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 die Hispola. Und wenn es darum geht, um Kindersoldaten, da gucken wir mal zu Boko Haram. Die haben also ganze Dörfer und haben die Kinder von Geburt an mit Waffen trainiert. Oder in Russland, da werden die Kinder von Kindergarten an mit Waffen trainiert. Das ist also so, dass die Kinder ja eigens dazu an die Front geschickt werden, auch als Schutz für die eigentlichen Kämpfer, als menschliche Schutzschilde. Und es ist das perfideste, die größte Schweinerei, das, was diese Hamas-Terroristen mit der Bevölkerung dort machen, nämlich die Bevölkerung vorschicken, sich unter kranken Häusern zu verstecken mit ihren Tunneln, unter Kindergärten, unter Schulen. Es gibt dort keine Kasernen und es gibt dort keine Armee. Es wird nur aus den Häusern heraus geschossen. Und wenn die Soldaten da reingegangen wären, ohne Panzer, ohne was, was willst du machen? Da schießen die von den Häusern auf die Soldaten. Ja, und was macht man dann? Man schießt zurück auf die Häuser. Die sollen im Tunnel sein und nicht draußen. Natürlich draußen haben sie. Nein, die sind von oben, von unten, von vorne, von hinten, von links und von rechts. Du verstehst nicht, was diese Kriegsführung bedeutet. Die Hamas-Kämpfer sind von oben. Heinz, das kommt noch dazu. Die Hisbola selber, das ist die Partei Gottes aus dem Koran raus, also die Partei Allah. Und die handeln nach demselben Grundsatz wie die Hamas. Wie gesagt, die beziehen sich genauso auf den Koran wie die Hamas. Und die haben in dem Punkt eingemeinert. Die haben alles die gleichen Verbrecher im Grunde genommen. Ja, die wollen die Juden ausrotten. Und der Großmufti von Jerusalem war der beste Kumpel von Hitler. Und die hatten die exakt gleichen Ziele, nämlich sämtliche Juden auf der Welt ausrotten. Bis kein einziger mehr über ist. Moritz, kann ich dir das nochmal einmal mit auf den Weg geben, weil halt, das ihr vorher habt ja auch immer so Hitler-Vergleiche und das mit ins Spiel gebracht. Und gesagt, ja, die haben mit den Nazis zusammengearbeitet, dies, das. Du sollst wissen, und das ist halt auch kein Geheimnis, dass die Zionisten selber mit Hitler zusammengearbeitet haben. Da gibt es eine Münze. Ach nein, das stimmt doch. Das ist doch so ein Schwachsinn. Nee, sorry, aber warum, warte mal, warte mal, wie gesagt, das wird mir jetzt ein bisschen zu wild. Weil, wie gesagt, warum sollten die Juden ihre eigene, wie soll ich das sagen, ihre eigene Auslöschung, ihren eigenen Genozid insofern befürwortet haben. Das macht jetzt nicht viel Sinn. Aber, wie gesagt, ich möchte den Streaming auch, wie gesagt, allein schon deswegen wenden, weil ich jetzt gerne mit jemand anderem gerne noch live gehen würde. Wir können da gerne weiter bei Löwenherz drüber diskutieren. Ich gehe da jetzt rüber. Und wenn er das zulässt, dann können wir sagen. Okay, also dann sage ich mal ciao, ciao. Jo, je nachdem bis gleich. Moritz, danke für deine Arbeit. Hava. Mupse zeigen. Warum? Warum? Hallo zusammen. Du Löwenherz, ich habe eben gerade eine Nachricht gekriegt. Da hat jemand geschrieben, ein friedlicher Moslem hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass der Tag kommen wird, wo alle meine Mutter nehmen. Aber warum denn? Meine Mutter ist eine geile Sau. Oh, die, guck mal, wer jetzt kommt. Ab, die, guck mal, da oben. Hi. Ayana, oh die Scheiße, ich kann dich gar nicht mehr ernst nehmen. Ah, ja, na. Ab, die Scheiße. Danke. Roy, ich habe noch ein Bild für dich. Roy, jetzt pass mal auf. Ey, ich bin dran. Warte. Okay, Leute. Wir machen ein bisschen propper Tanga. Moment. Roy, wie geht's dir eigentlich? Oh mein Gott, bitte. Mach das weg. Aber wieso denn? Die Hunde sind voll süß. Das ist respektlos, Mann. Aber wieso ist das respektlos? Da sitzt ein bästiger Typ mit zwei Hunden. Wieso ist das respektlos? Roy, deine Mutter kann mir fett einblasen. Warst du ein Penis, Ayana? Äh, was war das jetzt? Nein, das war nicht Ayana. Das war ein qualifizierter Redebeitrag. Das war ein qualifizierter Redebeitrag. Warum erinnerst du euch immer in sexuellen Handlungen? Seid ihr da nicht so richtig ausgetobt? Oder hebt ihr euch auf für die 72 jungen Frauen? Ich habe mich beleidigt. Du sag mal, Ayana, wie ist das eigentlich? Hebst du dich auch auf, damit du im Himmelreich einer dieser 72 jungen Frauen sein darfst? Was? Das kann doch sein. Ich frag doch null. Irgendwo müssen die herkommen, Mensch. Kannst du dich bitte wiederholen? Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Mann, Ayana, denn wieso muss ich das wiederholen? Ich habe doch nur gefragt, ob du dich aufhebst durchs Himmelreich, damit du einer der 72 jungen Frauen sein kannst. Weil ihr ganz ehrlich, die Männer, die brauchen 72 jungen Frauen pro Person. Was? Ja. Und weißt du, was die kriegen, die Männer da? Die kriegen einen Palmenpenis. Kein Scheiß. Ach, Roy, bitte. Ayana, das stimmt. Ich erzähle dir keinen Schmuck. Echt, ohne Scheiß. Wirklich? Stimmt das wirklich? Ayana, ich schwöre auf den Koran. Nein, nicht auf den Koran. Ich schwöre auf den Koran. Hä? Du bist doch kein Moslem. Aber ich kann doch trotzdem auf den Koran schwören. Darfst das nur du? Nicht Moslem? Man sollte überhaupt gar nicht auf den Koran schwören. Wieso nicht? Ja, weil das geht einfach nicht. Ja, natürlich. Ich schwöre auf Mopse. Ich schwöre auf Mopse. Was geht das? Ich schwöre auf Mopse. Hör auf damit zu Lube. Junge, Abdi, bitte. Sei mal ruhig. Was willst du denn eigentlich? Ja, ja, ja. Immer schwören auf Mopsen. Besser. Komm, hör auf zu Lube. Oh mein Gott, bist du ekelhaft. Das ist ja. Es geht ab. Jetzt kommt noch eine. Laura. Oh Gott. Jetzt haben wir so viele Mopsen. Lass sie mal. Was willst du? Ayana, du bist doch ein Junge, oder nicht? Was ist denn los? Ich bin kein Junge. Aber du bist doch im Stimmbruch. Du bist so respektlos. Weißt du das eigentlich? Ayana, heißt du Markus? Sei ja ruhig. Heißen du Markus, oder Translana? Translana. Seid ihr lustig? Seid ihr nicht, Junge. Also, grüße euch erst mal. Und du, Räuber, was willst du eigentlich, Junge? Ich rede hier doch die ganze Zeit. Ich hab gar nicht gesagt, Ayana, hör auf, mit mir zu meckern. Ich war das nicht. Du lachst mich aber aus. Nein, ich lach dich an, Ayana. Ich schwöre. Auf den Koran. Ich schwöre nicht auf den Koran. Ayana, ich schwöre. Ayana, wie? Du musst mir doch glauben. Ayana, ich schwöre auf Mopse. Ich schwöre auf Mopse. Ich schwöre auf Mopse. Guck da, guck da. Der Typ hat auch zwei Mopse. Oh nein, Junge. Siehst du das? Die sind respektlos. Ayana, ohne Scheiß. Sie sind süß. Das sind süße Mopse, ne? Löwenherz, mach das Bild weg, Mann. Aber wieso? Das ist doch nur ein Kackschwein. Das ist respektlos. Nein, das ist ein Schwein. Das ist nicht respektlos. Das ist ein Schwein. Ich hatte so ein Ding heute zum Armbrot. Aber ist euch das eigentlich nicht aufgefallen, wie ihr euch hier aufhört? Das ist einfach nur beschämend. Mehr nicht. Oh, Ayana, nun sei doch nicht so. Wie bin ich denn? Ich bin so komisch. Ich bin nicht komisch. Ihr seid komisch, Mann. Oh, Ayana, nun hör auf. Okay, wir starten jetzt mal eine Fragerunde, aber jetzt kein, irgendwie kein, wie heißt das, dieses Show machen wir nicht. Aber wir fangen mal von unten an von Michael. Michael Myers. Was ist deiner Meinung nach, gehört der Islam zu Deutschland? Ja oder nein? Also tatsächlich bin ich erstmal dazu gekommen, weil ich wollte den Roy grüßen und schon fragen, ist er schon auf Betriebstemperatur. weil der kann ja so gut schreien. Hat den jemand schon hochgebracht? Ich glaube, der Roy ist noch kühl. Der ist noch nicht auf Betriebstemperatur. Eben, weil ich habe gestern euren Screener und der Roy ist mir ziemlich sympathisch. Und da musste ich viel Lachen dagegen. Ich glaube aber auch ganz oft über mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Möwen wollen unbedingt nochmal das Bild von deiner Frau und dir in der Kirsche sehen. Was? Das funktioniert nicht. Nein, ich habe Beschränkungen bekommen. Also Ayana, wo ist Ilme? Ja, keine Ahnung, wo der ist. Ähm, Laura, Laura und Ayana. Ja, ich habe nichts verstanden. Laura, bist du der Meinung, dass der Islam zu Deutschland gehört? Wieso denn nicht? Okay. Ja, was ist denn das für eine Frage? Das ist doch keine Antwort. Wieso denn nicht? Ja, doch. Nee, Laura, guck mal. Das ist genauso, als wenn dich in der Schule ein Lehrer fragt, sag mal, hast du morgen Bock auf Sport? Leute, ihr müsst mehr liken und funktioniert das hier nicht. Dann kommen wir hier nicht in die Gänge, in diesem Live. Mal kurz eine andere Frage. Ich habe ein Video gesehen in YouTube mit Kilian, Kilian heißt der? Kian. Ja, Kian und Michael Stützenberger, oder? Mehrere gibt es. Warum? Ja, klar, natürlich. Seid ihr da auch so komplett involviert? Also seid ihr da auch auf dem Video? Also ich telefoniere mit Michael, mit Kian, ja, ich kenne die persönlich, ja. Ja, tatsächlich. Aber die macht deine Kamera aus. Zeid ihr, wie seid ihr da? Aber die ist doch gar nicht dran. Aljana, halt deine Mundi. Aljana, halt deine Mundi. Ja, ich halte meine Mundi, okay. Also gut. Ich halte meine Mundi, ja. So eine große Wandwerk. Halt deine Mundi, du. Du hast so was du bist. Also ich... Ja, ich weiß nicht, Markus. Du heiße Markus, 100%. Markus, immer geben Kuss. Was für ein Markus. Was für ein Markus kostet? Mundi. Alter, ganz ehrlich, du heißt nicht Markus, du heißt Transiana. Junge Roy, du, was, was willst du denn? Du bist Transiana, sag mal ehrlich. Ich bin nicht Trans, du Kleiner. Du bist eine Transporter. Halt deine Mundi, ich brauche es an. Ja, halt du deine Mundi, Junge. Du bist eine Transporter, du Junge. Halt deine Mundi. Ihr seid so peinlich, Mann. Also ich weiß, was Aljana braucht und was ihr fehlt. Das werde ich aber nicht sagen, sonst werde ich gesperrt. Löwenherz, was, was brauche ich denn? Also guck mal, du Aljana, Transiana, Transiana, hier schreibt jemand im Chat, du quitscht noch. Stimmt das? Was? Nein, 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 nein. Ja, das wurde dir im Chat geschrieben, ich schworre. Aljana. Nee, ist eine Tür ohne... Eine Tür ohne Ohl. Lisa, die schreibt einfach, sie hat keine, äh, Möpse, ne? Du machen die Leute wie eine Tür ohne Ohl. Die würde mal deine Bilder sehen, die wird einfach so schweren, die komische. Die arme Digga. Du machen 100%... Wieso Digga? Wieso sagt ihr immer Digga? 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 Ich weiß das nicht, das ist, meines Erachtens das ist Fettshaming. Wieso betreibst du Fettshaming? Du kannst doch nicht zu jedem Digga, sagen. Nee, natürlich, ich bin dun. Du siehst also so eine Arme, ne? Boah. Laura, ich bin dun, wette. Nicht zu mir sagen Digga, Migga, okay? Nicht du. Oh mein Gott, er hat das N-Wort gesagt. Nee, Bigga, ich habe gesagt, nicht Migga. Oh mein Gott, du hast das N-Wort gesagt. Habe ich nicht gesagt. Doch hast du. Habe ich nichts gesagt. Guck mal diese Lisa. Welches Wort hat er gesagt? Was ist das N-Wort, Transjana? Das N-Wort sage ich aber nicht. Ja, was ist denn das N-Wort? Ich kenne das N-Wort nicht. Ja, ja, Lisa, ich esse gerne Schweineschnitzel. Danke. Ayana, Ayana, bitte, du machst einen Termin beim Tierarzt. Kontrolle deine Kopfvieh, okay? Meine Kopfvieh? Meine Kopfvieh? Löwenherz, Löwenherz, ich komme gegen 10. Ich habe, ich habe das nicht so richtig Zeit. Nein, ich komme wieder nochmal. Verlass uns nicht. Nein, transjana, ich muss dir eins jetzt sagen. Pass auf, das sage ich dir noch schnell zum Abschied. Transjana, es tut mir wirklich leid. Ich bin vergeben. Also das heißt für dich, ohne Angesinnung. Ich will nichts von dir, Mann. Transjana, das wird nichts mit uns. Ich schwör dir, ich schwör dir. Roy ist mit meiner Humo-E. Wir haben eine Humo-E. Roy haben eine Humo-E. Aber ich weiß nicht, wann es war. Wir gehen Hand in Hand durch den Park. Roy, hör mal zu. Jemand meinte, dass Abdi mit dir Gassi gegangen ist. Stimmt das? Ja. Wir haben eine Humo-E. Ich bin Abdis Haustier. Abdi ist, Roy ist Abdis Haustier. Natürlich, hundertprozentig. Sehr gut. Alles klar. So, Transjana, wir machen jetzt noch, wir machen jetzt noch einen kleinen Frechor. Wir beide. Ich heiße nicht Transjana, was willst du? Pass auf, Transjana, wir beide. Du, ich, mich, mich. Pass auf. Was? Eins, zwei, drei. Alar. Nee, bitte. Komm, komm, sieh beide. Sieh beide. Deine Stimme, meine Stimme, Alter, das wird köstlich. Ich schwör dir. Ich bin nicht so respektlos. Auf drei, auf drei. Eins, zwei, drei. Alar. Transjana, du musst mitmachen. Ich mach bei sowas nicht mehr. Komm. Alar. Roy, bitte hör auf. Alar. Ey, du hast ehrlich, du musst echt keine Angst vor Gott, komm, einmal für mich. Nein. Einmal, komm. Du hast echt keine Angst vor Gott. Roy, ich hab mal ganz kurz noch eine Frage. Warte ganz kurz, Michael, ich muss das erst mit Ayana jetzt hinkriegen. Also pass auf, Ayana, wir beide, nochmal, bei drei. Eins, zwei. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Transjana, Transjana, bitte ganz kurz, bitte. Transjana, hast Bock auf das Blasurinbisse? Transjana, Transjana, komm, wir machen eine Analyse. Wir machen eine Analyse, okay? Analyse? Ayana, das ist Kameelurin, magst du das auch? Was? Oh mein Gott, Junge, ihr seid so ekelhaft. Nicht abgehakt, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, wir sind nicht akelhaft, wir sind nicht akelhaft. Ey, Roy, hör auf zu lachen, was für ein Ding? Nein, wir sind nicht akelhaft, wir sind nicht akelhaft. Der Prophet, das ist sein Lieblingsgetränk, Mensch. Wir sind nicht akelhaft, hallo, hör auf damit, Transjana, wir sind nicht akelhaft. Und du weißt nicht Transjana, du Kleiner. Ja, todig, du hab... Transjana, Transjana, hör doch mal zu. Nee, Roy, Kamil's Pisse, Kamil's Pisse, war vom Profil das Lieblingsgetränk. Sonst werden wir gleich und kommen heute nicht mehr online. Transjana, Transjana, du haben hundertprozentig eine Ersatzbein, hundertprozentig. Du haben hundertprozentig eine Ersatzbein. Oh mein Gott, du bist so... Ihr seid so komisch, wirklich. Ihr solltet euch mal schämen für diese Augenmache, die das muss ich Ihnen sagen. Ihr solltet euch schämen, wirklich. Transjana, ich wurde auf Mopse. Transjana, machen wir jetzt noch einmal ein Sprichtchor, bevor ich runter muss, bitte. Ich... Ich mach mich nicht über... Nur einmal, nur einmal. 30.000 Likes, dann kommt der Live-Chat wieder an. 30.000 Likes. Transjana, nur einmal, bitte. Wir beide. Im Chor. Ich mach mich aber nicht über den Namen von Allah lustig. Jetzt hast du schon gesagt. Pass auf. Jetzt sag ich es noch, du sagst es, dann lässt du den anderen Scheiß weg und nur das einzelne Wort und das machen wir jetzt auf drei. Pass auf. 30.000 Likes, Leute, dann kommen die Kommentare an. Allah. Ein Witzel, hör auf. Allah. Ähm, Löwenherz, kannst du uns mal den arabischen Snoop Dog zeigen? Jetzt kommt schon wieder so ein Bier, du darfst. Jetzt reicht. Hallo, du musst an Reus Herz denken. Das geht nicht. Wir können jetzt nicht hier. Roy, der kippt vom Stuhl. Das wird nirgends. Glaub mir, das wird Roy feiern. Zeig dem bitte mal den arabischen Snoop Dog. Ich weiß aber nicht, welchen du meinst. Das war mal woanders reingeben. Was? Das war woanders reingeben. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Ja, okay, warte jetzt. Sie hatten da noch drüber geschrieben. Was hast du tun? In den Chattern siehst du, was ich meine? Oh mein Gott. Roy, wir warten auf dich. Roy, aber ich kann jetzt noch nicht. Roy, warte mal kurz, bitte. Äh, Löwnerz, bitte. Schau mal in den Chat rein und zeig bitte mal den arabischen Snoop Dog. Bitte. Aber noch feiner jetzt sehen wir noch noch auf den Tisch. Hä, welchen? Ich weiß es. Arabischen Snoop Dog. Das letzte Bild, worüber wir geschrieben haben. Ich habe dein Chat nicht offen. Ich kann jetzt nicht, sonst gehe ich wieder live pausiert. Ihr seid ja schon immer wie ein altes Ehepaar, ihr beide. Scheiße. Roy, da hast du gekauft, dass du dich spät aufweigen. Ich glaube, du wirst am Boden liegen. Dann geht er noch wieder. Ja, naja. Dann such mal ein paar interessante Gäste. Glaub mir, Roy, wenn ich dir das sage. Und Ayana, Ayana, heute Abend machen wir aber zusammen, ne? Was? Roy, guck mal. Ja, wir beide, du, ich, mich, mich. Roy, wer ist das? Was sollen wir zusammen machen? Das, das, guck mal, Ayana, guck mal, ist das ein hübscher Manni? Nein. Korra, Ayana, sag mal ehrlich jetzt. Sei ehrlich, okay, das bist du, ne? Das ist ein geiler Bock, ne? Das bist du? Nee, der ist nicht geil. Oh, guck mal genau hin, Mensch. Du die inneren Werte zähl. Der ist cool. Nee. Ayana. Ayana, Junge. Kommt, das ist so. Warte, wo ist noch mal ganz ehrlich, fragt. Roy, bist du das? Das bin ich, Ayana. Aha, alles gut, alles gut, alles klar. Bring ich die Brille, die ist cool. Der Rest, der ist noch viel cooler. Roy, die Zagabistät zu Termin. Meine Freundin sagt, du siehst aus wie ein Pedo. Das sagt meine Freundin. Na, solange ich dich aussehe wie ein Penis, ist doch alles in Ordnung. Okay. Und Ayana, üben wir es nachher noch mal zusammen? Nee. Oh, Ayana. Nee, Roy. Nee, wirklich. Oh, bitte. Ich mach mich nicht überhaupt ausreden. Mehr liken teilen. So, ich muss jetzt aber wirklich los. Bis später. Ah, warte, Roy, 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 ich hab den Snoop Dogg für dich. Nur mach Lackmann, ich hab keine Zeit. Arabische Snoop Dogg, warte, in. Dankeschön für das Herz. Moment. Sag mal, wieso trinken die eigentlich Kamelpisse? Roy? Ich frag doch nur für einen Freund. Roy? Ja? Wie bist du eigentlich? Meine Freundin sagt, du sollst aufhören, ähm, Bilder von deiner Familie, hier rein zu blenden, einzublenden, keine Ahnung. Na, was denn nun? Reinblenden, einblenden, ausblenden, mitblenden? Du musst dich entscheiden, Ayana. Ja, einselch, Hä? Ayana? Ayana, dann machst du das, was du willst. Du sag mal, Ayana, jetzt mal ohne Scheiß, wie alt bist du? Ich bin 17, Junge. Ayana, Alter, du darfst hier noch gar nicht sein. Doch. Nein, nicht doch. Dann hört auf, dieses Live zu machen. Ich schwöre, Ayana, live darfst du erst mit 18 gehen. Hä, warum haben die jetzt Ayana rausgeholt? Weil sie gesagt hat, wie alt sie ist. Bodenlos. Ist es nicht bodenlos, das sind die Community-Rechte. Bodenlos, sagt er. Das ist nicht bodenlos. Bis später jetzt. Ich muss los. Ja, bis später. Mal Löwenherz, ey, kannst du mir heute das nicht grad zeigen? Es geht nicht, da steht, da steht, 380 Pixel, es geht nicht. Ich kann es irgendwie nicht zeigen. Boritz. So, warte. Warte. So, Moment. Willst du mit mir reden, oder? Ja, natürlich. Wie findest du dieses Bild, was ich gezeichnet habe? Na ja, also, Kamel, Orangensaft, so nämlich. Da haben wir noch mal einen, der es richtig erkennt. Ja. Da haben wir es doch. Das sieht schon lecker aus. Ja, ich sage doch. Und alle sagen, ich bin ein Hetzer. Guck mal. und das gelbe Gewand passt harmonisch zur Farbe, zum Bild. Na, hallo. Hallo. Na, wie geht's dir, du kleiner Hurensohn? Da unten, der kleine Bastard. Na, ihr kleinen Bastarde, ihr Hurensohn, Angst, eure Gesichter zu zeigen? Habt die, hör mal. Habt die, hör mal. ne, 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 ne. Habt ihr Angst, eure Gesichter zu zeigen? Und? Hm. Hallo, ihr kleinen Hurensohne. Regierung. Ja, du kleiner Bastard. Ich, ich ficke gerade deine Mutter in den Arsch, und gleichzeitig deiner Schwester ein Schwanz in den Arsch. Aber die gucken mal, was der sagt. Und wie ist das so? Wie ist das so? Wie ist das so? Meinst du, das interessiert mich, Alter, dieses Bild? Interessiert mich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass du ein kleiner Basterd bist. So schwach, so ein kleiner Tim, der in der Schule gequält wurde von uns und jetzt hier einen auf Islamas macht. Was ist mit deinem Mikrofon? Hey, ich hab mal ne Frage. Wie oft hat man seinen Kopf in die Toilette gesteckt? Sei ehrlich, wie oft hat man den da reinsteckt? Und hast du dann Hass, Hass bekommen auf die ganzen Ahmetz und Mermetz, die deinen Kopf elendig immer wieder rein, immer wieder rein in die Toilette? Nein, bitte, lass mich lassen! Löwenherz! Ja? Nein, du Hurensohn! Ey, ich komm später wieder. Und erzähl mal, erzähl mal, du kleiner Hurensohn, erzähl mal. Hier, dieser Maximowitz. Okay, du hast ne Verstoßwarnung bekommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum du ne Verstoßwarnung bekommen hast. Ich muss dich leider rausschmeißen. Ja, er hat ne Verstoßwarnung bekommen, ich weiß gar nicht warum. Kann mir das jetzt nicht erklären, tatsächlich. So, Moment, Leute. Wir sind wieder bei diesem Thema und ich möchte, dass ihr was zu diesem Thema sagt. Habt ihr jetzt nicht, aber was ist mit realer Irrsinn? Was würdest du sagen? Deine persönliche Meinung? Also meine persönliche Meinung. Hier steht drauf, gehört der Islam zu Deutschland? Ja, ich finde, dass der Islam zu Deutschland gehört, denn der Islam ist eine Religion und Religionen werden auch im Grundgesetz geschützt. Und das ist auch richtig und wichtig, aber Religion gehört von Politik getrennt. Sehr gut. Sehr gut. Aber, dass der Islam zu Deutschland gehört, würde ich tatsächlich nicht sagen. Also, es geht halt darum, um die deutschen Werte und wir sind halt ein christlich geprägtes Land. Und deswegen würde ich das jetzt so nicht sagen, aber das kann man schon so sagen, wie du es jetzt gesagt hast, kann man das schon sagen. Aber ich würde es jetzt nicht so formulieren. Also, Löwenherz, ich weiß, dass Deutschland ein christlich geprägtes Land ist, aber in Deutschland hast du jetzt auch nicht wirklich so die Religion, das Christentum am Start. Das siehst du auch in den Statistiken, wie viele Leute die Kirchen verlassen. Ich finde, das gehört getrennt, ja. Es kann christliche Werte haben, die Nächstenliebe und so weiter und so fort. Aber, das stößt mir ja nicht deswegen in den Islam aus. Hallo, wer tutet hier? Liebe Leute, hört auf zu tuten. Hallo. Ja, bitte. Wieso bist du gegen den Islam? Wer ist gegen was? Ich hör dich nicht. Na ja, du. Du bist gegen den Islam, wieso? Warum sagst du das? Wie kommst du zu der Annahme? Ja, was hast du denn gegen den Islam? Was sind deine Gründe? Mann, ich hör nichts. Ich muss dich raus. Was ist das denn für ein Handy? Das ist ja bodenlos. Man versteht ja gar nichts. So, Kommissar. Ein wunderschönen guten Abend. Grüße an alle. Schön, dass du mich hier reingelassen hast. Danke dir. Dein Thema ist in diesen letzten Tagen wirklich Thema in vielen Strings. Ich werde mich in diesem Sinne auch äußern, wenn ich es darf. Und du mir das schon reingelassen hast. Selbstverständlich. Ich werde ein Vorbild nehmen. Ich komme sonst aus Serbien. An eurem Nachbarland Schweiz. Also jeder, der in Deutschland geboren ist und hat einen deutschen Pass, hat an diesem Referendum Recht teilzunehmen. Und da einfach werde ich schon ein Referendum aufrufen und diese Geschichte einmal vom Tisch wegzuwischen. Ob die sich deutschen Bürger einfach da hinter dem Islam stehlen oder nicht stehlen werden, dann wird ein Referendum entscheiden. Und da wird sie einmal und für immer diese Geschichte gegessen sozusagen. Ich bin selber Muslim und ich denke für den deutschen Staat, so wie alle deutschen Bürger, von Islam, von Sunniten besteht keine Gefahr. Gefahr sehe ich ganz woanders. Gefahr für Deutschland und für Europa. Das ist so leider nicht der Fall. Also das stimmt so nicht. Was meinst du? Was genau stimmt in meiner Ansage? Also insofern, wir haben hier schon aktuell aktive Probleme. Vor allem weil der politische Islam eben dieses Grundgesetz ersetzen will durch die Scharia. Das ist Fakt. Weil das Ding ist halt, aktuell befindet sich der politische Islam in einem Land der Ungläubigen und eine Herrschaft der Ungläubigen wird nicht akzeptiert. Ich kenne deine Sorgen ganz gut und ich habe dich auch gut verstanden. Wenn ich jetzt alles hier sagen würde, dann werde ich schon ein paar Geheimdienste hinter mir her. Ich werde ihnen jetzt aber sagen. Warum? Ich war 16 Jahre lang in Deutschland. Ganz kurz, ganz kurz bitte. Ich war 16 Jahre lang in Deutschland. Ich bin in eure Kirche gegangen. Ich kann eure Städte erwähnen. Ich bin zu eure Jehova Zeuge gegangen. Ich bin bei Evangelisten, bei Katholiken in der Kirche, Kloster gewesen und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich alles vor meinen Augen sozusagen. So. Das, was sie in Frankfurt sehen werden, zum Beispiel Frankfurt Hauptbahnhof oder Frankfurt Zeil. Glaubt mir, ich heiße Omar und ich komme aus Serbien. So. Nicht, dass ich mich da verstecke unter irgendeinem Namen. Vielen, wenn nicht alle, sind von irgendeinem Geschwister von euren Geheimdiensten da eingehetzt. Ich lege da viele Beweise vor und ich kann das nachrecherchieren, weil ich wirklich für diese Arbeit Ahnung habe. Das ist nur, nur, weil jemand es will. Genau das, wie wir es vor Augen haben. Warte mal. Warte mal. War der Geheimdienst damals zur Entstehung des Islams bei Mohammed schon dabei? Hat er dann im Primärquell mitgeschrieben? Abdi, bitte. Ich habe nicht verstanden. Er spricht zu dritt. Abdi, der macht Propatanga. Propaganda? Warte mal kurz, Abdi ganz kurz nur. Das Ding ist halt selber, im Koran selber stehen diese Quellen, worauf sich die Muslime berufen, um das hier so zu machen, wie es leider ist. Das heißt, es hat mit den Geheimdiensten, so nimm es mir nicht übel, aber das ist eine Verschwörungstheorie. Das Ganze beruht auf Koran und Sunna und das ist viel, viel weiter davor entstanden, bevor es dieses Land hier so überhaupt gab. Das ist damals schon entstanden zu Zeiten vom Propheten Mohammed und auf den berufen die sich. Deswegen sind die Salafisten, die Salafisten berufen sich auf den Koran, auf die Sunna, eins zu eins, so wie es ist. Und da kannst du mir nichts von Geheimdiensten oder so erzählen. Nein, Omar, du hast was geraucht, ehrlich, du hast was geraucht. Meinst du, ich habe was geraucht? Meinst du, ich habe was geraucht? Ich habe nicht verstanden. Natürlich, du hast was geraucht. Du versuchst hier, Probatanga zu verbringen, Lügen zu verbringen. Nein, nein, ganz kurz, ganz kurz. Also, du unnötiger Sauerstoffverbraucher hast auch gerechnet, du sagst hier Propaganda. Omar, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Nein, ich habe mich geraucht. Du hast hundertprozentig Lufen gesagt. Für ein Schampinger. Also, Lügenherz, ich bin auch wieder runter. Hör mal, hör mal. Also, wenn ich Ihnen sage, wenn ich Ihnen sage, in meinem Moschee, wo ich war, ich habe Zucker, ein Agent von eurem Nachbarn, der israelische Mossad gesehen, und er hat das zugeknickt und zugegeben. Viele davon, viele davon, ich kriege nur einen Beweis vor. Wenn sie sich in einem Buch auf Zeil Frankfurt am Main eintragen würde, von denen, die die Korane verteilen, die werden genau nach Fragen, bestimmten Fragen, danach angehakt. Das heißt, ihr wird gefragt nach Handynummer, Adresse, wo sonst arbeiten sie und so weiter und so fort. Und das ist nur die Frage, die normalerweise polizeiliche Arbeit ist. Danke. Abdi, hör mal jetzt, das ist doch das Problem. Warte mal, das widerspricht sich doch gar nicht. Das ist doch genau das, dass man die Leute dafür die Arbeit gewinnen will, die die da machen. Hallo! Nein, ich sehe das ganz anderes. Wie gesagt, Mohammed hat gesagt, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, la ilala ilala. Erst dann ist ihr Bewitz und ihr Eigentum vor mir sicher. Hey, du Löwenherz, du. Sollte ich eher sagen, Ameisenherz. Was an dir? Ich hab eine Frage. Ich komm. Was an dir ist ein Löwenherz? Was an dir? Komm. Alles. Löwe ist mein Sternzeichen. Alles. Du bist ein kleiner Dummschätzer, alter. Als du zur Schule gegangen bist, hat man deinen Kopf immer in die Toiletik bestimmt. Und das ist die Quittung dafür. Jetzt im Internet den starken Spiel hinter so'n Löwenherz möchte gern Foto. Du bist der Beste, alter Glaube. Nein, 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 nein. Das Geld soll in dir reingehen. Und bei dir rausgehend bei deiner Mutter als nächstes reingehen. Jeza, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Was, was, was? Guck dich mal an, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Guck dich mal an, du Faschist. Du bist ein Faschist. Halt deine Mundi, du Raspaktlose. Halt deine Mundi, du Raspaktlose. Wenn du Mann bist, sag mir deine Adresse. Wenn du ein Mann bist. Wenn du ein Mann bist, sag mir deine Adresse. Okay, ich bin dein Nachbar. Ich bin dein Vermieter. Ich bin dein Vermieter. Halt deine Mundi, ich bin dein Vermieter. Halt deine Mundi, ich bin dein Vermieter, halt deine Mundi. Gequälter Pussy, du. Dich hast von oben in die Kulie gegeben. Naturlich, 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 naturlich. Du konntest mich lecken. Ganz ehrlich. Du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Scheiße, du. Sie lernen erst mal Deutsch, Alter. Du hast Pakt, du. Guck dich an, du Unlückiger. Sag mal, du Faschistik. Halt deine Mund. Scheiße, du. Du hast Pakt, du. Ich will jeden einzelnen Knochen so knack, knack, knack. Natürlich, natürlich, da kommen her, meine Kleine, kommen her. Ich mach sogar, Patsch, Patsch, du Bichser, du. Ich mach nur, Patsch, du Bichser, du. Ich mach nur, Patsch, du, Bichser, du. Ich mach nur, Patsch, du, Bichser, du. Guck, 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 was wir sagen jetzt, Leute, guck mal, was wir sagen jetzt. Ich komm zu mir, Amarake. Ich hab deine Familie nicht beledigt. Ich hab deine Familie nicht beledigt. Du komm mit Familie. Ich steig auf deine Familie, du hast keine Familie. Ich bin deine Bruder, meine Freund. Ich bin dein Bruder. Ich bin deine Bruder, du beledigst deine Bruder, du Unnötiger. Deine Mama ist bei mir zu Hause, ruf in Taxi. Ruf Taxi, ruf Taxi, deine Mama abholen. Ruf in Taxi, deine Mama abholen. Ruf in Taxi, ruf in Taxi, deine Mama abholen. Du Unnötiger, Sauerstoffer, brauche ich. Seid du Mann, seid ihr, seid neuer Kinder, ihr beschickt euch nicht der Bruder. Ich küsse dich, ich küsse dein Herz, mein Freund. Ich küsse dich. Ich küsse deine Mama, ich küsse deine Mama in der Mose. Ich küsse deine Mama in der Mose. Ruf in Taxi, ruf in Taxi. Ruf in Taxi, ruf in Taxi. Du Bläckiger, wunsch du. Ey Löwe, erzähl mal, was an dir ist Löwe, komm. Ey Jezza, mach Sitz. Ich hab ihn gesagt, mach Sitz. Ja, du kleiner Stück Scheiße, komm her, ich mach dir gleich Sitz, du Bläck. Ja Bastard, du. Ich steck deinen Kopf in die Toilette rein, du Haufen, du. Abdi, was sagt der da? Abdi, was sagt der da? Komm, steck mal dein Gesicht doch auf, Scheiße, komm. Wo bist du? Wo bist du? Ja, da kommst du rein mit dem Kopf, du Haufen. Wo bist du? Wo bist du, meine Freundin? Ich warte auf dich. Wo bist du? Da kommst du rein mit dem Kopf. Komm, Entschulde, 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 Entschulde. Wenn du dich hier ein auf stark, indem sie Religionen und 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 beleidigen. Das sind solche Kevins sind das. Ihr könnt doch nicht mehr als euch hinter irgendwelche Bilder... Da ist mein Gesicht, Cäsar. Mein Gesicht, Cäsar. Mein Gesicht, Cäsar. Mein Gesicht, Cäsar. Man erkennt aber ne ganze Menge, du Haufen, Scheiße, du. Da ist mein Gesicht. Wenn du Mann bist, sag mir, wo du wohnst, dann. In Hongkong. Ey, ich steck Pussy. Das Ding, mein Freund. Das ist das Ding. Ich wohne in Hongkong. Warte, ich sag dir nur eins. Dass ihr keine Männer seid, das ist schon mal klar. Abdi, was sagt der da? Die sich hinter irgendwelchen Bildern verstecken und hier am Hetzen sind. Mehr nicht. Mehr nicht, Alter. Mehr nicht. Morgen bin ich in der Türkei. Warte, kein Problem. Hab ich kein Problem. Kein Problem. Bist du... Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du bist kein Mann, Alter. Du bist ein Witz, bist du. Hier, hier der Toilettenkopfier. Hey Toilettenkopf. Hier rein. In deine Mama rein. In deine Mama rein. Mama, Mama, Jezar, Mama, Jezar, Mama, Jezar. In deine Mama rein, du Hund. Ich hab deine Mama nicht beleidigt. Gott segne Israel... Gott segne. Du hast mir zuerst beleidigt, du Hund, defer. Gott, siegen meins rege. Ihr seid keine Männer, Alter. Wenn ihr Männer seid, dann sagt ihr, ich bin da, komm. Oder ich sag euch, ich bin hier, dann kommt ihr zu mir. Was ist, guck mal, definier mir mal, was ist ein Mann, definier mir mal. Deine Mama ist eine Mama. Definier mir mal einen Mann, du Schall. Deine Mama ist eine Mama. Cäsar, 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 wenn du ein Mann bist, Cäsar, wenn du ein Mann bist, kommst du morgen nach Grönland. Wohin? Grönland und danach nach Norwegen. Ey, definier mir mal einen Mann, du Schall. Du bist ja der Tollste, der Größte, der Geilste, du Haufen Scheiße, du. Du kannst dir gerne folgen, dann kannst du mal sehen, mit wem ich alles online bin, du Witzfigur, du. Ey, Cäsar, definier mir mal einen Mann, was großartig ist. Ich finde dich auch toll. Ja, ja, ich finde dich auch toll. Du seid die größte Witzfiguren, die es überhaupt gibt, Alter, glaub mir. Löwenherz, Löwenherz, frag ihn doch mal. Du schreibst Kies, aber was ist das hier, guck mal. Cäsar, ich soll dich fragen, ob du besoffen bist. Cäsar, hast du Alkohol getrunken? Nein, habe ich nicht. Haben sie konsumiert? Nein, okay. Mal gucken, wie da jetzt auf einmal leise wird. Aber du bist so aggressiv. Wenn wir in einem vernünftigen Ton sprechen, dann sprechen wir natürlich in einem vernünftigen Ton. Sie hat in einem vernünftigen Ton mich was gefragt und sie bekommt eine vernünftige Nachricht. Äh, Antwort. Nachricht. Was ich hier so sehe, was ich die ganzen letzten Tage mir so reingezogen habe von euch. Ihr beleidigt den Propheten und, und, und. Nö. Hat keiner gemacht, stimmt nicht. Lüge. Ihr werdet in der Hölle brennen, Alter. Ihr werdet in der Hölle brennen. Das entscheidest du? Und ich werde derjenige sein, der auf euch spuckt, Alter, glaub mir. Entschuldigst du das? Ey, ey, ich gehe vernünftig raus, aber ich sag euch nur eins, ne? Dieser Löwenherz und dieser komplette Riss. Ey, ihr seid diejenigen, die in der Schule, die in der Schule gequält wurden und jetzt einen auf laut machen. Wenn diejenigen, meine Damen und Herren, das seid ihr. Hallo. Entschuldigst du das, ne, oder nein? Ach, Leute, ich muss mich nicht mehr. Zellfer. Zellfer, Rennungpause. Und jetzt mal schnell noch ein paar Tage, ja? Ja, äh, Löwenherz, ich verfolge dich seit drei, vier Tagen, glaube ich. Ich finde das sehr respektlos, was du machst. Warum? Du hast natürlich jetzt nicht gerade unsere besten Leute erwischt, die total aggressiv darauf reagieren, was ich auch verstehe, weil das ist ein ganz emotionales Thema. Bist du Muslima? Ja, ich bin Muslima, ja. Warum? Fragst du kein Kottuch und zeigst dich so im Internet? Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt. Es ist respektlos, was du machst. Was ist da respektlos? Das zeigst du nicht von einem Verhalten eines erwachsenen Menschen. Warum? Was ist da respektlos jetzt? Es ist sehr respektlos. Was denn? Die Fotos, die du reinstellst, sind eine reine Provokation. Eine reine. Das stimmt doch gar nicht. Ihr macht da draus, was ihr da draus macht. Das ist doch gar nicht wahr. Nein, 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 guck mal, du willst jetzt auf Sender und Empfänger, also das Vier-Ohren-System rübergehen, läuft bei mir nicht. Dafür bin ich zu gebildet, es tut mir leid. Es gibt so eine Analyse nach Eric Berne. Du hast verdeckte Kommunikation, indem du bewusst diese Bilder reinsetzt, damit bewusst genau, wie meine Glaubensbrüder und Schwestern auf dich reagieren. Okay, eine Frage ist, ist das okay, wenn man Allahu Akbar schreit und Israel Flaggen verbrennt? Ist das okay? Bitte? Ist das okay, wenn man Allahu Akbar schreit und Israel Flaggen verbrennt? Warum Allahu Akbar bedeutet doch, wenn ich übersetzt? Philipp, wer macht das? Warte mal, warte mal. Allahu Akbar übersetzt bedeutet, dass Gott der Größte ist. Was ist da? Das schreit ihr in dem und dem schreit ihr. Ja, aber was ist denn der Hand verkehrt? Wenn ich ermahne, wenn ihr in dem schreit ihr in dem schreit... Leute, ihr redet doch gerade, lasst sie doch einfach mal aus. Was ist denn daran verkehrt, wenn ich sage, Gott ist der Größte? Was ist daran jetzt verkehrt? Für mich ist Gott der Größte. Ich weiß nicht, was für dich das Größte in deinem Leben ist. Aber für mich ist das Gott mein Schöpfer. Jesus Christus ist mein Schöpfer. Also nein, das kann ja schon mal nicht sein. Also Jesus Christus, dein Schöpfer, das geht ja schon mal nicht. Also tun wir uns jetzt mal... Er ist mein Schöpfer. Er ist mein Schöpfer. Und dann glaubst du an die Dreivereitigkeit. Er bleibt mein Schöpfer von Ewigkeit. Du bist Christ und du glaubst an die Dreivereitigkeit. Und ich werde nur von ihr mein Schöpfer in die Dreivereitigkeit. Du kannst jetzt 30.000 Mal, du kannst jetzt 50.000 Mal dieses Bild hin und her, ne? Alles. Ich weiß, dass du dadurch sehr primitiv... Also du wirkst sehr primitiv. Aber Frau Ernst, warum will der Islam die Weltherrschaft? Wo steht das denn, dass der Islam die Weltherrschaft da haben will? Wo holst du denn dann Informationen her? Ihr sagt doch, ihr Muslimen, wir wollen die letzte Religion sein. Fühlst du das gerade, dass der Islam die Weltherrschaft übernimmt? Fühlst du das gerade? Ja, jeden Tag in unserer Gesellschaft fühle ich das. Es ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Wo fühlst du das denn? Der Islam ist eine Ideologie aus dem finstersten Mittelalter von irgendeinem Ziegenhild. Das hat nichts mit dem Grundgesetz vereinbart. Und das hat dir deine christliche Religion so beigebracht, über eine Religion zu reden? Nein, der Islam macht sich selber schlecht. Ich mach den Islam nicht schlecht. Der Islam macht sich selber schlecht. Ich mach das nicht. Also der Islam tut man nicht. So, ein sehr trauriger Christ bist. Gibt dir deine Religion, das ist nicht, um eine Religion zu reden? Der Islam macht sich selber schlecht. Ich habe es dir beantwortet. Tut mir leid. Lass sie doch erst mal ausgehen. Ich kann es euch einmal ganz kurz sagen. Ich habe es doch beantwortet, als ich habe gesagt. Hallo? Der Islam ist gegen meine Schöpfer, den Herrn Jesus Christus. Und der Film doch gar nicht, weil wir haben einen Schöpfer. Wir haben doch nur einen Schöpfer alle zusammen. Das ist Gott. Nein. Wer ist Gott? Die Dämonen glauben auch an Gott. Und? Gott. Ilohim. Und? Allah. Die Dämonen glauben auch an Gott. Und was jetzt? Nichts Allah. Doch. Also guck mal. Das Dumme ist, ihr wisst ja gar nicht, was Allah bedeutet. Das ist ja gerade das Finkige bei euch. Also wir reden ja, es gibt ja Fragen auf der Welt, das ist euch aufgewaltig. Die einen sprechen Spanisch, die anderen Italienisch und die anderen Arabisch. Und da hat Gott immer einen Namen. Lieber euch Jesus heißt er bei uns Isa. Aber Isa ist nicht Jesus. Ihr beweist doch jedes Mal, ihr beweist doch jedes Mal, lest doch einfach mal die Kommentare, hör dir doch mal deinen Vorredner an, richtig respektvoll, ihr seid richtig respektvoll, ihr seid absolut respektvoll. Ich lache doch drüber, wie du dich gerade aufregst. Ich lache doch drüber, wenn keine Argumente von einem erwachsenen Menschen kommen, hängt an, zu beleidigen. Wer beleidigt? Ich verstehe. Dein Vorredner gerade, der ganz stolze ist, der ganz stolze Muslim. Meinst du, diese Bilder stören mich? Null. Dafür bin ich zu reif und zu erwachsen. Ich weiß auch, was du hier vorhast. Du sammelst einfach Geld, damit alle drauf eingehen, dein Life hochgeht und alle, ja, guck mal, guck mal, guck mal. Du beleidigst einfach, um Geld zu bekommen. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich habe schon vorher damit Geld verdient und ich habe die Reichweite schon vorher gehabt, bevor ich diese Leute gemacht habe. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aber du willst jetzt noch mehr. Ich weiß nicht, was du von mir möchtest mit den 318 Followern. Ich habe 81.000, ich weiß nicht, was du von mir willst. Vorgefer Nachtdienst gab, da war so ein Reu drin. Also wirklich, wenn er wirklich 71 ist, dann hat er weder Erziehung genossen, noch irgendetwas. Ach, die redet schlecht über Reu. Darf ich mal einmal ganz kurz was sagen? Bitte? Die fragen alle, wo dein Kopftuch ist, aber ganz ehrlich, wenn sie sich dafür entscheidet, sie möchte kein Kopftuch tragen, dann lass sie doch einfach. Nein. Ich habe sie hier mit einem Komplett. Habt ihr jetzt schon wieder über Reu geredet? Das Thema Kopftuch kommt immer, I agree with this. Es ist so, weil in den Köpfen von denen funktioniert ja der Islam ja nur mit Zwang. Also ich müsste eigentlich geprügelt sein und verprügelt, verbrannt, geschändigt. Dann sei mal froh, dass du in Deutschland lebst. Sei mal froh, dass du in Deutschland lebst. Lass sie doch aussehen, Junge. Red die doch nicht über den Tag aus. Wer bist du denn, dass du mir über den Mund verbietest? Bitte? Nein, aber lass sie doch aussehen. Das hat was mit Respekt zu tun. Ja, aber ich habe ihr doch gerade eine Frage gestellt und sie labert und labert und labert und antwortet. Genau, man merkt so ganz einfach, dass du einfach keine Erziehung genossen hast. Das ist so. Einfach labert. Wenn jemand, ein erwachsener Mensch sagt, labert, das ist für mich schon so respektlos. Also du wirst doch nicht von mir hören, dass ich jetzt auf dein Niveau runtergehe. Das Niveau war doch der Vorredner oder stimmst du mir da nicht zu? Nein, nein. So Leute, ganz kurz, warte mal Frau Ernst, warte mal, warte mal. So Leute, alle die hier drin sind, das feiern, was ich mache und jeden Tag gehe ich wieder live und mache das immer wieder. Jetzt zeig dir mal, liked mal, lasst mal ein bisschen was da und zeig dir mal, wie stark eine Community ist. So, wenn ihr mich unterstützt. Und nicht hier diese Frau Ernst oder was auch immer da. Ihr habt mich jetzt rausgehalten. Ihr zeigt es, Frau Ernst. Nein, das ist nicht so. Nein, du hast ja die ganze Zeit bröhlende Menschen gehabt. Zeig es dir weiter, Leute, genau so. Zeigt es Frau Ernst. Sehr genau. Was soll ich mir denn zeigen? Blaue Herzen in den Chat. Blaue Herzen in den Chat. Weiter, genau so. Das ist genauso primitiv und unterentwickelt. Genau so. Alle feiern das. Und Frau Ernst ist eine Nullnummer. Hat null Punkte und kriegt auch nichts. So ist das. Weiter, Leute, genau so. Alle primitiven Leute feiern das. Danke dir. Alle, die nicht gebildet sind. Und meinst du, das juck ich gerade nicht. Frau Ernst. Stark, Leute. Richtig stark. Wir sind auch genau so. Null. 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 Frau Ernst ist eine Witzfigur. Macht weiter. Richtig stark. Nein, nein. Die Witzfigur hat es frei bei mir. Das ist ohne Luge. Warte mal, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Tun sich nicht hier... Bei den Top-Spendern, die schreibe ich später privat. So, erzähl weiter, Bruder. Tun sich hier nicht eigentlich, also wir sind in Gesamtdeutschland, sind in meinen Augen die Muslime beleidigen, die Muslime drohen mit Schlägen, die drohen und ja, man sieht es ganz genau, wie sie sich benehmen. Man hat es an, hier zum Beispiel, Barellos gesehen, man hat es an dieses Abou-Chakas, Makas gesehen und... Also, das ist dein Maßstab an Muslime? Die Muslime benehmen sich so. Nein, das ist dein Maßstab an Muslime. Also, wissen wir eigentlich nicht, also, der Maßstab an Muslime ist so stark. Frau Ernst ist eine Witzfigur, der macht das richtig gut. Nein, aber dann müsste ihr Löwenherz, für mich der Maßstab aller Grünen sein. Ist die Mehrheit nicht kriminell? Stark, Silke. Der Täter aus Garn in Syrien. So, pass mal auf, jetzt mal ganz ehrlich, guck mal ganz ehrlich, also, wenn du jetzt anfängst mit Barellos und das ist für dich der Maßstab aller Muslime, ist für mich Gott sei Dank Löwenherz nicht der Maßstab aller Christen. Ich habe gesagt, nicht nur Barellos, ich habe auch gesagt, es sind nicht der Kriminellentätin. Aber auch, El Chaka oder wie die alle heißen, ist das dein Maßstab? Ist die Kriminellentätin? Danke, danke, genau so, Leute, genau so. Von Syrien. Guck mal, ganz ehrlich, ich meine, wenn ihr Spaß daran habt und wenn ihr Geld verdient, ist ja okay. Ist ja wirklich okay für euch. Aber, 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 ihr macht euch dadurch schlecht bei uns, ihr könnt mal rauf mit Frau Garnscha drüber reden. Ihr betreibt Hetze hier. Was hast du gemacht? Hör auf zu Lubef zu verbrieten. Was ist das jetzt, Bruder? Lass uns Abti. Also, also, also Frau Ernst, du hast gerade gesagt, wie respektlos ist das, wenn man einfach macht das Zwischenreddit und du quatschst die ganze Zeit anderen Leuten über den Mond. So, guck mal. Frau Weich. Frau Weich. In Stärkabdi. Na gut, ich heiße Frau Weich. Sagen Sie Ernst. Was Ernst? Ich sehe nur, ich sehe nur... Die Statistik. Die Statistik. Sag mal. Natürlich. Ganz ehrlich. Du bist unter mein Nivea, du Raspaklos. Bist du fünf Jahre alt? Du bist unter mein Nivea. Du bist unter mein Nivea. Ach so, das heißt Niveau. Nivea? Nivea. Nivea. Bist du, ich bin ein Handel. Blauer Engel. Danke. Guck mal Frau Ernst. In Deutschland gibt es so ein Sprichwort, das heißt weise einen dummen Menschen auf einen Fehler hin und er wird dich beleidigen. Weise einen klugen Menschen auf einen Fehler hin und er wird sich bedanken. Genau. Was hat der Vorredner vor dir? Du fällst mir schon wieder ins Wort. HALTfach mal den Mund. Meine Fresse. Du laberst und laberst und laberst einfach mal still. du bist du ein erwachsener mensch bist du erwachsen nein die kinder schreien die kleine kinder schreien genau kleine kinder schreien der schreit ja richtig blablabla geh mal raus geh mal ein bisschen spülen oder so ohne scheiß mach mal dein haushalt mach mal dein haushalt hast genug zu tun ja genau das ist glaube ich die werte die du hast warte abdi du bist jetzt moderator mein bruder sehr gut ihr könnt weitermachen ab die bester mann so ernst war ernst also dann macht und ich würde gern wissen wie darauf kommt dass jesus ist ja weil es die übersetzung ist dieser der heißt übrigens im judentum auch isa mal davon abgesehen nein ich weiß nicht erhebt die schuhe in jeder isa starke am ende erhebt zwei oder eins zu stehen auch moderat macht weiter so dank euch denn isa hat mit ihr schuhe nichts gemeinsam nicht gar nichts ja und jetzt doch jesus ist der schöpfer also ihr sagt jesus ist der messias der retter der kommen wird ja er heißt auch im koran allmessi meine beste die kummer aber du erzählst der eine der löwen hat gesagt das ist der schöpfer ein bisschen was schöpfer bedeutet oder soll ich das aufklären soll ich aufklären was schöpfer bedeutet du musst uns nichts aufklären okay andere frage jesus ist gott ich bin ja muss ich sehe es sehr anders ich sehe dass er ein prophet ist also wenn doch jesus gott ist wo ist der hingegangen als er als der als als er jetzt am kreuze als er gestorben ist und wieder auferstanden ist und dann in den himmel empor gehoben worden ist wo ist er hingegangen und hat sich erst mal richtig fette schweine schnitzel gegönnt und jetzt so wenn du mit deiner religion du gehst mit einer religion respektlos um ich tue es nicht ich gehe mit dem was waren daran jetzt respektlos was war denn daran jetzt respektlos was war daran respektlos er hat was wenn du sagst hast du ich gesagt dass erstmal hoch gegangen hatten schweine schnitzel gegessen ich habe gesagt er ist nur das kommt du musst hinhören ich habe gesagt er ist zum metzger gegangen und hat sich erst mal ein fettes schweine schnitzel ist nicht respektlos deiner religion nein warum denn der hat hunger gehabt was los mit dir ist das nicht respektlos auf keinen fall ist nur weil du deine religion nicht respektiert was ist denn daran respektlos erklär mir was daran respektlos ist wenn man zum metzger geht und was ist erzähl mir das klär uns auf klär uns auf was ist respektlos wenn ich sage jemand geht zum metzger holt sich ein schweineschnitzel erzähl was ist das respektlos was ist daran respektlos erzähl mal erzähl mal erzähl mal erzähl mal jesus ist doch ein hund und er hat hunger hat sich ein schweineschnitzel und jetzt das ist natürlich eine primitive also sind ja wirklich primitiven argumente die ja dabei ist ja auch nicht so zum beleidigen wir reden jetzt gerade wir reden jetzt gerade du hast du weißt du dass das was den isa auch ein messi heißt im koran da ist das sind das bedeutet siener und ja wie kann man sie übersetzen einer der heiligsten propheten einer der wichtigsten beten ist der titel allmessi oder nicht das im judentum eines hier wir wissen werdet messier genannt messier frau ernst weiß was respektlos ist dass christen und juden nicht nach mekka dürfen das ist respektlos dass die dass wir in jerusalem gehen doch mal darauf ein warum dürfen christen und juden denn nicht nach mekka geh doch mal darauf ein erzähl mal nee nee du darfst nach saudi armen gehen mal falsch fehlinformationen takia du betreibst eine bewusste täuschung von ungläubigen christen und juden dürfen nicht nach mekka hör auf so einen scheiß zu labern wo ist der mekka wo ist mekka alter schwede ja wo ist der mekka antworten doch wo ist es doch jetzt nicht dass das was willst du die arabie nicht einreisen doch aber du darfst die stadt mekka nicht du darfst nicht nach mekka genau warum darfst du dich nach mekka weil es gibt oder bb ein und weniger wert als das vieh das ist das was jeder koma pass auf ich gehe auch nicht darauf ein ich beleidige weil mir zeigt das einfach nur dein niveau deine art und weise guck mal ihr regt du du regst dich darüber auf dass wir nun in öffentlichen einrichtungen hier kein kopftuch sehen möchten zum beispiel in gerichtssälen an schulen ja so ihr 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 grenzt ganze glaubens gesellschaften aus die dürfen nicht nach mekka das ist rassistisch das ist respektlos punkt wir reden gerade über mekka warum dürfen wir nicht nach juden und christen nicht nach mekka weiß nicht aus so pass mal auf warum dürfen muslime nicht in jerusalem beten warum da gibt es keine gegenfragen du hast doch gerade was von bildung erzählt eine frage beantwortet man nicht mit gegen fragen du hast doch gerade was von bildung erzählt super hält du längst ab schack hier bewusste täuschung ungläubiger erzähl nicht so blödsinn nein ich denke gar nicht ab du hast gar keine argumente natürlich denkst du ab du beantwortest meine frage mit einer gegenfrage du bist respektlos respektlos warum soll ich dich der beleidigen ich kenne dich doch als mensch kann ich wir können alle zusammen singen aber nicht zusammen reden ja dann quatsch nicht immer da rein ich kenne dich doch als mensch kann ich beleidige gar nicht deine religion ich habe doch gerade gesagt ich erkläre es dir noch mal und einer einer doppelt sich die ganze zeit und ich habe doch gerade gesagt und einer einer doppelt sich die ganze zeit frau emre das bist du mach mal ein mikro aus einfach das kommt wenn man diese lives aufnimmt und das mikro zu lautet also frau emre noch mal ich in deutschland gibt es ein sprichwort du darfst das sprichwort sagen das problem ist dass die leute nehmen immer die lives auf um in der hoffnung dass ich irgendetwas sage oder tue was strafrechtlich relevant ist aber ich habe das alles schon abgeklärt diese lives werden auch von einem guten freund von mir verfolgte rechtsanwalt ist es ist alles im rahmen der meinungsfreiheit ich darf alles hier genau so tun wie ich es hier tue es ist nichts strafrechtlich relevant und ich hoffe dass ihr alle mich anzeigt und ich vor gericht gewinne und durch und durch euch ein haufen geld verdienen danke ihr dafür aber meine frage war warum das sind danke die meisten straftäter ich will auch geld habe warum sind die meisten straftäter afghanen syria wo auch algeria und warum sind die gemeisterschaft die dann hatte kriminalistik alles muss weil sie weil sie aus einem kulturkreis kommen der mit unserer wertegemeinschaft nichts zu tun hat weil sie hier komplett überfordert sind weil sie hier sehen dass leicht bekleidete frauen rumlaufen dann drehen die komplett am rad die ganzen hormone alles spielt verrückt dann bespringen sie die frauen es gibt ein phänomen von gruppenvergewaltigung was wir so vor 2015 nicht hatten in deutschland nicht existent und genau das ist das problem diese leute kommen mit unserer art zu leben nicht klar und sie lehnen sie natürlich auch ab aber trotzdem wollen sie unser geld sie und wollen von unserem staat leben richtig ich will dein geld ich gehe arbeiten mein freund ja frau ernst du kannst mich aufnehmen aber dann mach ich dich irgendwie macht ich stumm weil das ist ein problem weil sonst haben wir alles doppelt ich glaube seit ich arbeiten kann aufbildung ich bin pflegedienstleiter frau ernst wir hören dich doppelt ich muss dich gleich rausschmeißen wenn du das nicht verstehe ganz ehrlich ich wollte einfach nur sagen normalerweise er kommt nicht in den fällen gar nicht ich frau ernst du hörst du hast du dir was sagen ganz gut anders hören wir uns alle doppelt von sie hat gesagt sie hat gesagt sie gibt mir den film mit ihren 300 bei 81.000 mit 300 leuten hier drin gibt sie mir den fähig ich danke dir frau ernst dass du da was so du hast eine frage gab philipp ich habe sie die beantwortung ja ich habe ja genau das mit der kriminalstatistik dass die meisten moslems sind sie fragt die leute sie fragt wieder an aber will mir den film nicht geben und kommt anscheinend wiederholt sie also komisch musste ich warte mal sag mal du kannst ja auch diesen land marokko noch nicht kennst du mich und wie siehst du das habe ich erst mal einen namen sind dass die anderen kann man kurz zu kann man nicht das ist krank so was zu sagen ja nicht kann dieses denn in afghanistan ja also wenn jeder afghaner der hinkommt wegen der kultur straffällig wird ja das ist ein grund ich habe auch nicht gesagt dass jeder afghanistan straffällig ist habe ich nicht gesagt werden wir doch hier ich habe gesagt dass sie aus einem kultur kreis kommen genau wo sie eine ganz andere lebensweise ist die mit unserer lebensweise nicht vereinbar ist richtig und sie hier nicht klar aber dann würde es doch hier jetzt chaos geben oder die straftaten gegenüber der sexuellen selbstbestimmung von frauen liegt lag immer zwischen 2010 und 2014 stabil zwischen 44 und 46.000 straftaten pro jahr seit 2015 ja geht diese zahl exorbitant nach oben jedes jahr wir sind im letzten jahr hatten wir 122.000 fälle das heißt diese straftaten haben sich mehr als verdoppelt seit 2015 da ein zu siehst du da ein zusammenhang mit der öffnung der grenzen oder nicht ja oder nein weil ich die statistik nicht gesehen habe muss man das sieht man noch der eine und das kann man noch einsehen da oder nicht also willst du mir sagen dass es hier keine parallel gesellschaften gibt und keine leute die sich daneben benehmen die aus einem muslimischen kulturkreis kommen natürlich gibt es ist das in deinen augen rassistisch wenn wir sagen jeder der hier in deutschland lebt alle die hier sich vernünftig anpassen die keine straftaten begeben sind herzlich willkommen aber wenn jemand hier in dieses land kommt und nur auf unser sozialsystem zugreifen möchte straftaten begeht hat er dieses land zu verlassen ist man deswegen ein nazi oder ein rassist antwortet jetzt wenn du das so sagen würde ich bin ich reu wenn du das so sagen aber er hört sich tatsächlich so ähnlich ein bisschen bestimmt wenn du das so sagen würde es ja da würde ich niemanden aufregen oder niemanden ich würde dir sogar zustimmen aber was ihr habt ihr ist nicht das hier verurteilt alle die redet schlecht über eine religion die verurteilt das ist denn aus diesem land aber was ist denn hier ich habe doch jetzt gerade meinen stadt und erzählt aber wo kommen denn jetzt kurz zu ihr alle das ist ganz einfach darum kommandär was er wieder redet ja was was redest du dafür die meisten straft und hier zu erzählen ist es wachst ja schon mal hier um zehn millionen leute lang nicht im ender kreis islamischen ländern ja da würde es doch am fahrzehn millionen strafftaten geben ich erzählst du dafür ein schwarzen nein was ist mit denen er erzählt warum es das gar nicht gibt die strafen die strafen sind einfach bedeutend höher wenn du dort eine frau vergewaltigst dann weißt du was passiert deswegen haben die angst wenn du dort mit illegalen substanzen handels wirst du genau so ist es damaskus planer gehängt und heute macht das leidens wir wollen dann geht es noch ein bisschen weiter unterstützt mich doch da damaskus schlager gehängt in 2009 drei menschen hängen gesehen sie gehen raus wann ab ist das normal ist das normal wenn man in 15 islamischen staaten droht drohen homosexuellen die todesstrafe in 15 islamischen staaten aber du lebst hier in keinem islamischen und erstens ist keine islamischen staaten kein staat islamisch geprägt aber nicht keiner handelt nach wer wer außer deinem gott hat als recht einem anderen menschen das leben zu nehmen noch mal wer außer deinem gott hat das recht einem anderen menschen das leben zu nehmen die zionisten danke für den qualifizierten beitrag wieder das mit zionisten frage an die 2 es kommt ziemlich schwierig frage an philipp philipp du bist glaube ich gläubiger christ denke ich mal oder du hast meine frage nicht beantwortet deinem gott hat das recht einem anderen menschen das leben zu nehmen die frage wurde schon beantwortet von wem der familie ja was hat er gesagt zionisten was ist was heißt was bedeutet denn zionist die israelische regierung zionist ist es abgeladet zion sagt ihr was ne genau von der bibel ist also jeder ist auch ein zionist weil das ist einfach nur das strebe nach einem eigenen staaten solltest du richtig auch das bedeutet einen jüdischen staat zu fordern mit allein nicht ein kürzchen und das leute ist heute machen wieder an mit allen streben nach einem staat nicht jüdischen das ist falsch mussten es wurde sogar als rassismus eingestuft also ist jeder palästinenser ein rassist sagst du damit leute bei 100.000 likes kommen die kommentare wieder an warum sagst du so was lehmer ist von der un eingestuft wurde und dann auf druck amerikas wieder aufgehoben wurde und dann alle leute die hier drin sind schaut mal ich poste immer nur bilder die vielleicht manchen leuten nicht gefallen wo ich meine dass meine künstlerische freiheit wenn leute respektlos mir gegenüber sind dann bin ich auch respektlos wenn leute netz möglich sind und respektvoll gibt es für mich keinen grund irgendwie in irgendeine art zu sticheln so weiter aber jetzt mein buch und dann fliegt das wäre so beliebt von euch verlippt ob ich gesagt ja ja und ich bin fies weil ja richtig okay wie viele wie viele orthodoxe jahre sind danke für ein abo wie viele orthodoxe guten wünschen wir den tod weißt du was ich weiß dass ich weiß dass du als gläubiger christ der sich das christentum ein leute bei 100.000 likes macht weiter ja mann das unterschied ist ja warte ganz kurz mein schöpfer ist aus israel dein schöpfer ist aus israel aber du hältst du hältst du hast die flagge eines jüdischen staates hoch das heißt und wer ist der gründer und wer hat ja nicht mehr gegründet warte er hat uns sehr gegründet jetzt er tut genau das ist für uns hat die seine gründe es gibt eine rame in er sagt er so schön können wir auf dem migrationshintergrund zurückkommen warte warte gab es gibt ein radina der sagte so schön es gibt der penalty for everybody worship idol und damit meint er dich philipp das heißt du willst du bist die todesstraße gedanken verstehe ich das ist mir klar ich kenne ja wenn diese orthodoxe jahre sind die israel flagge marschallah das heißt jeder gläubiger christ der die israel flagge hat es ging ein kleines christentum nein ich konnte das gar nicht ab dass man sich nein ist ja nicht 100 100 prozent danke okay dann lässt man sahari 83 da steht ja 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 im islam so was steht bestreitet was im koran steht steht im koran was in der bohari steht steht da drin dass das dass das dass das das bezweifle ich gar nicht bei der abkriegen gesagt dass ich dagegen bin oder dass ich habe ich habe dich als gläubiger christ gefragt gerade warum du einen staat unterstützt der euch christen verfolgt ja warum support mit einem grund und erst mal erst mal ist das eine lüge was du sagst es gibt da probleme nein israel verfolgt überhaupt keine christen was erzählst du da die haben jetzt nicht die größten sympathien aber die leute müssen da keine angst haben dazu leben wenn sie christen sind was da werden kirchen die antwort auf deine frage lautet liebe deinen nächsten wie dich sonst richtig das find ich schön kannst du unterscheiden was als kanal sie juden sind und was andere juden sind was ja das sind orthodoxe ultra juden die israel passen orthodoxe ultra juden das neue superheld namen oder was sind das dann das sind die ultra orthodoxen die die hassen israel die sind für den staat israel die beschmieren diese kirschen die tausende von jahren alt sind mit rechtsradikalen parolen dass ich sagen durchziehen gleich aber leipzig wieder geschafft werden in märkten kreuze abgehauen von denen sind leute ich bin kein kirchler ich bin kein ich bin ich gar nicht so dass der islam eine gefahr für unsere gesellschaft darstellt bitte antwortet jetzt ich bin jetzt eine gefahr für dich gerade jetzt gerade nicht aber was ist denn mit den ganzen leuten die auf den straßen rumlaufen die parallel gesellschaften die leute die andere leute abstechen die hier auf der straße ein kalifat ausrufen was ist denn mit diesen leuten das ist eine glaube ich weiß nicht was weiß doch du kommst ich bin gerade in china und ist gerade in china das heißt du bist ja weit weg von dieser problematik ich möchte auch nur erzählen es gibt wandungsräume großstädte doch was jetzt so was auch der ganzen welt nicht nur in deutschland überall ich komme persönlich aus dem saarland ja da gibt es sowas nicht so oft bei uns das vielleicht einmal in saarland war ich auch schon mal in saarbrücken meiner kundgebung für mich als stürzenberger war sehr gut ja also bei uns im land passiert so was wir leben hier sehr ländlich ich bereist nicht wie es im osten ist im osten er sagt es gibt keine frischen fischen fischen hör mal zu aus kommst du aus einer größeren fischen und raus sobald heute drin ist bin ich raus ja warte einfach auf kommst du aus einer größeren stadt ich kann ich kann jetzt warte mal kurz ich kann dir zeigen wie friedlich deine religion ist kommst du aus einer größeren stadt aus der brüche macht die abu ist sehr gut passt auf ja ist jetzt nicht so groß dass die wiesen die muslime darauf gestellt sind leben da viele an der grenze zu frankreich direkt da kommen halt viele von groß also okay tust du mir eingefallen kaufst du dir eine jüdische flagge setzte die kippe auf und rennt einfach mal jetzt haben wir hier ist es ja dunkel ist einfach mal live auf tiktor ein bisschen durch die straßen wir haben wir haben in unserer gruppe ja wir nennen den immer kreis legen ja ist der go der go der ist jude ein kleing oder wenn du zuhörst ja ja wo mein bester bruder nun denkt mit uns ab wir sind nur muslime 99 prozent seinen freundes kreis sind nur muslime noch nie hat einer seine jüdische religion beleidigt und ihr wollt mich dazu zwingen dass alles beleidigt also ist auch er muss das ist eine mutprobe fest mann überhaupt redet dieser frau und schläger das ist eine mutprobe roi roi guck mal ja auch deine eigene frau ich werde um 10 dass du dich nicht trau hör auf deine eigene frau zu schlagen und dann kämpfen frau und schläger ja merkt euch das aber ich mehr wie 20 ist nicht drin das ist mehr wie dein monatsgehalt roi ist ein frau und schläger merkt euch das hat seine eigene frau mal gedrescht gedrescht was ist das denn dreschen tue ich das korn auf dem feld jungen also erst mal deine hand zurück bei deiner eigenen frau und dann komm rein und belehrt uns eines besseren hat uns verstanden das ist ja auch eine fehlende warte ist mal bischen warte leute ich wurde gehackt die bilder ich kann dafür nichts ich wurde gehackt ich muss das kurz ändern moment ja krass ich wurde gehackt und und das macht das mit diesem schlagen was du da erwähnt das ist ja mehr so aus aus eurer kulturellen gegend und eure ideologie also im kuran steht schlagen sie meinen meine sie im ehebett und schlagt sie da steht im kuran da muss man sie meinen sie meidet sie im ehebett und schlagt sie und freundlich zu hundert prozent machen wir jetzt die bettrag 5 20 ich sage mal die karte geht auch ein ich mache einmal mit einer kippe durch berlin aber ich wollte ganz ehrlich mir würde es reichen einmal mit der kippe durch die sonnenallee gerade er sagt gerade laufen mit der kippe durch berlin dann bist du nein die sonnenallee da wirst du ja zusammengeschlagen von den muslimen das ist ja quatsch das ist total das ist eine total friedliche religion da passiert ja nichts keine angst die idee dass so was passieren könnte nie im leben würde ihm was passieren ganz ehrlich das ist der leichteste 20 den er je verdient hat im leben obwohl das letzte mal am bahnhof glaube ich bin ich froh dass ich in hongkong lebe also noch mal ich verspreche dir das zu machen wenn du mir versprichst deine freundin nicht mehr anzuhören dann mache ich das würdest du gleich das versprechen von meiner frau persönlich hören nein das möchte ich von dir hören du bist doch der mann aber ganz ehrlich bei mir hat die frau genauso viel zu sagen das ist der unterschied zwischen uns beiden felsen guck mal dazu meine frau ohne scheiß alle wenn ich da nicht nur ein kleines knie und ich liebe es leute gibt alles für das live ziel ich finde dich darum guck mal dass es wir sind wir sind in deutschland und dann können wir dann darüber reden wie männer weil du bist ja wohl kein mann augen weil du dich ja nur an frauen eine frau ist mehr mann als du die frau sich mit der keeper weil ich nicht eher an frauen vergreift aber egal aber wie kommst du denn da drauf solche fehlinformationen hier zu erzählen das ist ja man schon sagt jetzt du sagst das sind viele informationen ich weiß aber was anderes gehört ja du hast gehört ja weißt was das lustige ist wir reden über den koran wir reden gerade über den koran übersuchen und über fakten geschrieben und da sagt ihr das ist eine hassrede obwohl es fakten sind das ist gerade du sagst jetzt gerade du hast was gehört ja hast keine belege erzählt so ein blödsinn dass das ist doch eine hassrede ich ich weiß ja gerade intelligenz super richtig alles gut als in jairusalem sieht man sehr viele anschläge gehen da sind willig gefolgt titular binde gefolgt wenn man sieht, die folge der anjutker binde gefolgt viele messer attacken geschickt noch mal drin hältst jesus geschwollt wie hier zu meiner frau gescholz gefolgt moonschein gefreut dann kriegst du den arsch voll ich sag's dir naja ich schwöre dir hundertprozent wenn sie schläft dann kriegst du den arsch voll hast du ein glück die ist noch wach da ist aber glück gehabt meine frau hätte den arsch versollt weil wir haben hier ein friedlebenden boss leben auf der stelle jetzt genau zu gesagt ja so jetzt bleibt zu geben sagt man eine frau die handzeichen machen das wäre ganz cool wenn sie machen würde weil wenn sie in gefahr ist soll sie sich bei mir und melden ja der ist gelde typ wird sagt man feschen sagt man feschen wie man gewettet dass er sich nicht auf meine frage an die sonne zu laufen ich habe meine frage an dich festen wie reagieren eigentlich muslime wenn wenn zum beispiel ein deutscher übernimmt über deine muslimische frauen live stream reden wir wären das andersrum erklärt muss ich erlauben sein wohl bei ihm wird er noch mal noch mal noch mal ich habe gerade verwirrt wegen dem schweine sagt wenn jetzt zum beispiel ein deutscher ein ungläubiger oder ein christ über eine muslimische frauen live stream wie würdest du reagieren dass das das ist wo ich weiß ich habe es aus der quelle bei roi in der nähe sind ja und wenn diese quelle dann bestätigt ist am ende können wir darüber noch mal diskutieren ich habe es nur mal in den raum geworfen weil ich einfach diese person jetzt immer mehr und mehr hasse weil er wirklich gestern unserem profit hat es aber ein gefühl fest und ich muss dir eins sagen ohne anfassen ach ich will mit der ganz schwer reden weil wirklich du bist eine nervensäge möchten möchtest du mir an die rosette bist du und deine kummer seiner sexualität ich frage doch nur so eine legitime frage ständig haben die gefühle ist ja okay alles gut auf jeden fall ich gebe euch noch noch einen weiteren begriff dieser begriff der ist nur ein schiitscher begriffen könnte bei sonniten ich benutze nur so mal für euch zu irgendwo ja was ist der sonnit eigentlich der wahre moslem es gibt das werden wir am tag des jüngsten gerichtes sehen dann leila da sind sie schon drauf die 72 jungfrauen da sind wir wieder mit dem palpenpenis sagen wir festen ist eine so klein dass du den palpenpenis gemeinsam jeder der hier was lässt dem folge ich weiß was das problem ist roll ich weiß was das problem ist mit dem palpenpenis wird das laufen schwierig weil rein technisch sieht es so aus dass der palpenpenis so lang ist dass du eigentlich sack hüpfen machen ganz ehrlich alle kriegen die frauen auch 72 jungen männer sind die der gleichberechtigte paradies kriegen die auch zwei jungen männer läuft das die hänge am palpenpenis dran ich würde sie mal nono danke da kopfschmerzen von dem roll ja das ist so ein kleiner nebeneffekt den habe ich ganz oft aber jetzt mal ganz ehrlich fashion wie muss ich mir das vorstellen also du kriegst beim nach dem jüngsten gericht ne da kriegst einen palpenpenis wie läuft man mit dem palpenpenis über dein gesicht alter fashion kein saxismus so zwischen fashion dürft ihr im paradies senden dürft ihr im paradies alkohol trinken na loshi geh du doch raus geh doch in den stream wo nur 30 zuschauer sind wo ihr gegen mich hättest kommen interessiert was sie da labert aber geh du doch raus das ist gut mein namen in den mund nehmen ich habe vor der nachricht gekriegt damit nicht ganz viele muslime über meine mama rutschen mir und mir stellt sich immer die frage das aber ekelhaft oder ich kann ja manche neigungen von denen aber das ist ja nicht eigentlich ist das sagt nichts anderes immer die frage warum habe ich noch was sagen als ich bin ein einziger gegen 1 2 3 ich habe schon lange nicht mehr was erwähnt hier also ganz kurz ich möchte euch nur kurz was sagen dieser stream ist wirklich für hetzer gedacht und rechtsradikale jeder jude der sowas unterstützt ist auch mit irgendwann fällig zeig dir mal wer hier die etzer sind zeig dir mal macht dieses logo weg bitte auch irgendwann diese jude dann auch irgendwann fällig war seine aussage ohne uns muslime würde dieses jetzt kann ich was sagen dankeschön nur wenn du universum schmeißt dann darfst du kussi auf die pussi wo willst du wieder anfassen leute das muss besser gehen wir machen die streams hier für euch oder dass ihr unterhalten werdet wenn das nicht besser wird dann gibt es weniger streams ganz einfach wie alt bist du ich ja 16 jetzt du mal die anfrage vor einer minute gestellt da sind dann so leute aus kulturen die stehen die die diesen was soll ich sagen da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein da wäre sie schon zu alt ja stimmst du hast ja schon zähne alexander ist da alexander ist da ich bin der ohne scheiß stell dir das mal vorne also sie wird gesagt wenn du da jetzt stell dir mal vorsicht wie soll das funktionieren du musst auch hinlaufen also das wird erstmal rein praktisch sack hüpfen und dann geht es aber weiter guten abend an aller ich bin der amerikaner hier ich glaube ich glaube ein amerikanischen akzent dreht vernünftig machen nein ich bin amerikaner aus kentucky fried chicken okay er ist wirklich aus den usa okay erzähl okay ich weiß nicht jetzt was ist der thema hier aber israel gaza konflikt ich bin für israel ist ich finde ich finde was ist wirklich so einfach rollen ich meine das ernst er ist wirklich amerikaner als frank das ist entweder am kreativ dem abend an und zwar wachsen weil er kockt immer in die kennerloche angesichts finsternis hat den owerb ist und kann man immer erken und es gibt ein der ist wirklich amerikaner er spricht fließend ich muss mal kurz unterbrechen ich muss mal kurz unterbrechen so leute show the world ein moslem der gegen mich hetzt in anderen streams hat gerade gesagt warum lässt keiner was da und macht sich darüber lustig wenn ihr mich unterstützt dann zeigt ihm mal wie wir das können als community lasst mal was da und zeigt ihm mal dass er unrecht hat dass ihr die streams mögt dass ihr das wertschätzt was ich mache also leute gebt mal vollgas jetzt lasst mich nicht blöd darstellen und da stehen sonst muss ich vor scham offline gehen also abfahrt sehr stark so weiter leute genau so zeigt es ihm wo sind jetzt die moslemischen brüder hier wird langweilig so nämlich ab wie kommt stark leute justin sasa so was los jura danke dir stark amor sehr stark ich bedanke mich später alle noch bei euch sehr stark sinna patrick sehr stark 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 ja schau was ist los danke nono danke tino danke ja schon also irgendwie bist du raus mein freund du bist einfach so lächerlich sauber wo freund ihr seid so stark danke euch vielen lieben dank auch danke du kannst es auch trauen mal schreiben es wird doch nicht besser einfach stark es mir danke genau so will ich das sehen leute das ist eine community florian borg danke danke leute danke dir stark und danke stark monschein danke also so wird du bist raus du bist eine witzfigur ende aus mickey maus an die danke 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 ich will ein doner essen ich habe hunger danke dir sila danke was sagst du jetzt was sagst du jetzt wenn ich was abhaben sage ich dir so wie das ist alle stark leute genau stark wir müssen ab sie einen döner kaufen leute danke danke stark ein dünner für abdi reicht aber aus ich bin auch noch da Sonnenschein danke also mal ganz ehrlich ich kann auch wetteln also leute wer am ende erster zweiter dritter platz erster zweiter und dritter platz werden moderatoren bei mir danke Sonnenschein danke Justin danke alter Löwenhetzt ich bin hier der Hust Tina danke ihr seid alle unglaublich danke euch du bestraft ihn mit moderatoren stark ja ich hab nicht genug moderatoren danke Leute Justin danke wir haben Show the World komplett zerstört und seine ganze Hetzer community ja aber was ich will auch was abwarten dann seid ihr doch blöde Egomane stark 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 ich bin dran ich bin dran ich bin King Kong weiter Sasa Mondschein danke ich bin Donkey Kong stark Leute genau so genau so ich hab uns den Amerikaner in der Zeit mal gecheckt also mal ganz ehrlich ihr seid Maschinen genau so ist das wenn du in Amerika das mag ja sein aber lebend so wer hat jetzt eine Community Show wer hat jetzt eine Community Sasa du kannst doch ey Reu hat mich grad überholt das ist doch nicht dein Ernst Sasa einfach stark Leute ihr seid einfach die Wildesten also Leute passt auf also Leute passt auf wir sind aber ruhig hier überher das ist mein live ja weil ihr das jetzt Reu weil ihr das jetzt so macht wie ihr das macht werde ich in drei Tagen ich hab mit Kian gesprochen in drei Tagen sind Kians Accounts wieder offen und dann machen wir komplette Eskalation nur für euch weil ihr mich jetzt unterstützt werden wir in drei Tagen Danke Fusselfaden siehst du ich hab schon viel mehr eingenommen als du hier Reu du unnötiger Sauerstofferbraucher die lachen wie eine Ziege also ich 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 würd sagen ich bin hier auf Platz 1 so Hallo ich will eine Donau essen äh Wann höf mir her du kriegst du blöde Kartoffeln Brotherhood wo habt ihr 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 seinen Stream zerstört kannst du uns das mit erklären also ich sag dir wo Danke Fusselfaden Show ist hier reingekommen oh Inno danke dir jetzt hat er einen Baum gekriegt Show ist hier reingekommen Fashion hat gesagt meine Community lässt nichts für mich da meine Community eskaliert seit 5 Minuten komplett also Show ist einfach zerstört er ist eine Witzfigur er hätte gerne das was ich hab das ist das Problem und was hast du Patrick was ist das denn hier mit so einem Tiktok Alter die hat einen ganzen Baum gekriegt man ganz kurz ganz kurz Liebe Gemeinschafts Community das habe ich was er nicht hat und was hat Show nicht wer war das genau das danke Ingo richtig stark Löwenherz Felschen da bist du ja wieder Löwenherz ich hab gar nicht dass du so ein krasser Typ bist das habe ich auch nicht gedacht ich weiß nicht was abhaben soll ich die was schicken auf jeden Fall Löwenherz ich würde gerne noch mal hochkommen mit einem Streams aber solange Reu immer so eine kacke labert die ganze Zeit und aber ja 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 da müssen wir später machen ich kann nicht versprechen dass Reu nicht noch sieben Stunden hier bleibt das ist das Problem Morgens online das kennen wir halt von Reu ja irgendwo sieben Stunden gammeln ja das kennen wir von Reu ja 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 naja ja ja das du erstmal dein deutschkurs dein A1 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 da aber wir haben dich komplett auseinander genommen alle lassen was da du bist einfach raus du bist einfach raus du bist eine witzfigur soll ich dir was schicken soll ich dir was schicken fest danke einfach mal hinbekommen hast du es nicht irgendwas mit dem pixel nicht verstehst du das nicht ich kümmere mich drum ab die ab die du bist aus dem art den du bist du bist kurde du bist du bist der erste der abgeschoben wird mit seiner deutschen aussprache ja das entscheidest du am ende eh nicht weil das entscheid dann wenn du das habe ich entschieden dass mit der afd abgesprochen ich bin ein deutscher mein freund ich heiße markus aber 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 ab jetzt muss ich heiße markus ja aber weißt du was der unterschied zwischen die und ab jetzt muss der ist klar senken der ab jetzt aber er sieht wirklich durch im leben weißt du was dem ist dasselbe scheißegal weißt du was der unterschied zwischen die und ab hier ist der hat kinder und der möchte nicht dass irgend so ein blöder prophet sagt knackt mein kind hier weg guck mal guck mal was lehntool schreibt im real life haben die angst vor uns und kriegen den mund nicht vor uns auf ja unsere rosettos uns heilig meint wir haben bock ins gebüsch gezehrt zu werden von euch oder was von uns ins gebüsch gezehrt zu werden ja ja ich mag es nicht anpassen ohne mist ich sag mich ganz ehrlich was mit dir nicht stimmt aber aber warte mal ganz kurz aber wieso soll ich warten mal ganz ehrlich warum soll ich nicht machen aber wie kannst du sowas wie kannst du was unsere propheten die ganze zeit sagen gröste mensch alle genommen alle haben seit minuten haben sie alles reingeknallt du bist eine witzfigur schau du bist einfach ein witz ich habe dich komplett aus sein du hast gesagt hier ist keiner was da alle haben dich schon auseinander genutzt löwenherz spinn wir da raus weil unser profis wird beleidigt das heißt damit auch unsere religion oh gott oh gott nagel ihn dir an der backe ich schreibe es dein poesiealbum an und aber ganz ehrlich der typ hat eine neunjährige weggebögt und das was da drin steht in diesem buch das befädigt heutzutage leute die das da als grundlage nehmen um kinder zu missbrauchen und denk mal drüber nach alter hat in der bibel eine dreijährige weggemacht und alter mal ganz ehrlich weiß was das lustige ist wir trennen staat von religion und da sieht es nicht so aus ob wir auf grundlage dessen sagen dass wegen diesem buch das möglich ist und schweiß buch nicht mehr nicht weniger und bohamed war ein mensch nicht mehr weniger und diese kleine egomane hat kindermissbraucht und ihnen das als grundlage dessen sagen zu können alles in bester ordnung mohamed der beste mensch alle zeiten hast gemacht dann dürfen wir das doch auch er hat ein satz ein erstes buch mose von 20 20 ja hat isaac eine dreijährige geheiratet er war 37 jahre alt als rebecca auf die welt kam und mit 40 nahm er sie zur frau distanzierst du dich nicht du kapierst das nicht von religion und weiß was ist wirklich ein scheiß wenn du sowas erzielst es juckt mich ein scheiß darüber solltest du mal nachdenken distanzierst du dich davon ich distanziere mich von mohamed mit diesen ekelhaften scheiß was er gemacht hat und das ist heutzutage aufgrundlage dessen passiert ihr habt also davon distanziere ich mich und das solltest du auch tun als klar denkende mensch wenn du dann einer bist jetzt von muslimischen pädophilen aber von christlichen nicht da sieht man reu seine seine rhetorik ganz stark applaus mir fehlen grad springt doch gar nicht da kann er ist das buch moses 25 20 da steht das alter du kannst dir mit den bügeln den arzt abwischen das ist mir egal also die bibel das ist ein zusammen oder eine das verschiedene geschichten geschrieben für uns für uns gibt es nur egal was in der bibel steht zehn gebote mehr nicht unsere zehn gebote an die haben wir uns zu halten nähen noch an noch viel mehr an zehn bist du dass du das vorschreibt alter bist du mohammed oder wart ihr müsst euch an den alten bund halten wir haben wir haben von gott zehn gebote bekommen ich habe auch gesagt erstes buch moses 25 20 steht das da drin von religion so klar denken sind wir buchen daher und machen missbrauch mit kindern aber warum bist du so aggressiv langsam angst ich krieg wirklich angst zuständige von dir wirklich ja jetzt mag ich nicht mehr anfassen so langsam habe ich mehr angst vor dir als von so einem islamisten was los rei vor dir selbst oder was ich sag ich radikal rei mal ganz ehrlich bis dann fiest du dich das mohammed eine neunjährige weg gebückt hat distanzierst du dich davon dass heutzutage auf grundlage dessen weil das in diesem buch drin steht heutzutage genau der gleiche scheiß gemacht wird und mit der grundlage ist zu begründen der beste mensch alle zeiten hat's gemacht ich kann es doch auch er ist da passiert dann ziehst du dich davon nein er ist der beste mensch der welt steht da sieht man wie glatt du in der bühne wissen ich distanziere mich von pädophilie in der heutigen zeit und ich habe der öfters erklärt mohammed hat kamen damals ja und warte mal zu kamen orient habe ich auch was wenn ihr euch informieren wollte ich kann euch gerne einen link zu schicken von der wie gesund kamen ich habe mich dazu erklärt dass ich mich dazu erklärt mit die bericht hessen alle in der national library of medicine in amerika eine ganz große bibliothek ist das also vier leute die das noch nicht gesehen habe ich kenne ich ich kenne sogar diese studie das ding ist halt es gibt eine einzige studie zukommt dass kamen gesund ist und das ist alles von sogenannten islamwissenschaftlern verabschiedet worden also keiner der noch sauber in der bühne sagt dass kamen ich habe einen biblischen part gefunden bei den sprichwörtern der lachen des lachenden zwei die rein und in den kommentaren einfach lesen bitte hier bitte sehr trink wasser aus deiner ziersterne und was gewinnt was der lachende smiley ist dafür kam es zu trinken das kommt das kommt von der bibel und den neuen mann wunsch und kamen im späten mittelalter wir sind am arsch deutschland ist am arsch im späten mittelalter haben wir als lieblingsgetränk kamen im späten mittelalter haben roi seine vorfahren eigenhahn getrunken lassen wir mal die namen von denen diskutieren wer kann ich glaube ich glaube morath ingo ingo möchte kamen pisse trinken ich ich glaube der jens ist nicht dafür diese pisse gibt es auch in kapseln heute kannst du auch in kapseln wir verabreichen die sind sehr gegen krebs und gegen andere krankheiten die marktlücke wir machen uns selbstständig damit guck mal wie viele viele in dieses land kommen einfach illegal ich schwör wir werden reich wir füllen kamen pisse in flaschen ab aber danke danke dass er so schlau ich habe die marktlücke gefunden alter du hast mich auf die geschäfte ich jetzt einen rechner so und ihr wisst leute ich komme immer noch mit fakten und einem ab die hier drin bin die glauben dass die erde flach ist keine erdbeamung die dann wisst ihr was jetzt schon sagen werde ich meine warte mal stopp warte mal fashion stopp es steht im koran selber ich wollte gerade sagen ausgeräulter teppich ist also vorsichtig kein moslem in deinem buch steht die erde ist flach mein freund du bist kein moslem alter ihr seid zu wenn wenn es kein moslem sagt dass die erde flach ist kein aktieger nur das steht in deinem buch ihr seid so krank ihr glaubt wirklich das steht in deinem buch aber der beste wenn es alle zeiten hat es doch gesagt muss das glauben war neu ist der größte aluhut träger hier auf dieser welt ich sag's euch gegen gegen elektroschmock jetzt mal hand aufs herz wie auch fast nicht impfen gelassen bitte sagen sei mal ehrlich mal fünfmal hat sich auch pustern lassen bestimmt oder deswegen jeden morgen nach dem auf den glaskamel pisse deswegen bin ich wie ich bin ganz starke aussage immer wieder drauf immer wieder dieselbe kamiller kauen alle bist so stark deine argumentation ist immer nur schreien wenn man wenn man was schlaues sagt oder das was bei dir aus dem hals kommt schlau ist wir haben ganz ehrlich ich komme mit wobei ich komme mit beweisen ich komme mit mit was für beweisen kommt du kommst mit beweisen dass man minderjährige weg bücken darf oder war fashion fashion aber jetzt meine jetzt mal ohne spaß gemacht ist ja die scheiß mal auf die doch wir kommen alle so miteinander klar aber es heißt doch klar es heißt auch glaube es gibt keine beweise sonst wird es doch nicht glauben heißen also hier magst du dann warst du glaubst dann was wir glauben vielleicht vielleicht an was aber es ist doch das sagt doch der name glaube es gibt keine beweise gibt es hier gibt es nicht hier unterladet euch die erde zu einem flach ausgelegten teppich gemacht die astrologie von den muslimen alter und er redet mir hier so erst mal kommen die pädagogik das ist interessant die astrologie wo mohammed den mod den mond gespalten haben soll was kein anderer auf der erde mitgekriegt haben soll laut stürzen der bock hat ja auch gesagt du kannst auf der sonne land und jesus hat tot und zum leben wieder einfach was auch keiner gesehen hat oh mein gott 360 grad drehen kein scheiß oh mein gott die halloween mäßig er bringt wir sollten meine länder reisen die hunderttausend kilometer weit weg sind also warte mal da können wir gern weitermachen wusstest du dass mohammed morgens als er aufgestanden ist schreie von draußen gehört hat und das hatte gesagt das sind die juden die in ihren gräbern bestraft werden kann sein weil die juden sagen doch für den christen wisst ihr dass die nur wieder relativ ich sag doch ja okay ich bin mal eben weg also guck mal ich bin doch jetzt noch mal egal ob das tut um den musik oder im islam keine religion redet über die andere religion gut das schon mal ein fakt immer festhalten muss ja ja genau wir müssen auch den fakt festhalten dass der ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube es ist ein alter wahnsinn alle junge junge jungen da muss man sich überlegen und stellen über jeglichen glauben obwohl sie dann pädophilen vereint guck mal ein kleiner neffe was heißt hör mal fashion ich sage wie eins oder was ist bei dir los wir sagen im sand guck mal hör mal zu dann sagen wir sagen wir sagen ich guck mal guck mal heißt wenn wir uns gegenüber und uns ansehen guck mal es heißt hör mal meine sprach gebraucht im sand nicht verändern nur weil du das jetzt sagt guck mal wir werden auch nicht ein beklopptes denken verändern dass du eine pädophilische schulden guck mal mein neffe hat mehr benehmen als neffe willst da auch mal ran oder was mein neffe hat mehr benehmen als du weil mal ganz ehrlich alle sein neffe der sollte sich für dich schämen dass du dich hier so dafür ihn darstellt darüber denkt man nach ich muss meinen neffen beschützen als er meine presse ist das nicht festen oder was auf grundlage diese kursen wurde du kannst du mit dem beste mensch aller zeiten der beste mensch allerzeit neunjährige weggebirge und heute tage gibt es menschen die auf grundlage dessen sagen weil der beste mensch alle zeiten ist gemacht hat darf ich das auch oder willst du abbreiten dass die kinder hier stattfindet wenn eine frau ihre menschung aber dass die dann da geerlicht werden kann holst du aber ich schon bitte lass mich mal einmal etwas erklären erklär mal ansehen ganz einfach weißt du eigentlich fischen was du straft hatten euer so genannter bis der mensch getan hat er hat gegen fast jedes der zehn gebote verstoßen nur gegen einzig du sollst dem vater mutter er gegen das konnte er nicht mehr verstoßen weil da sein eltern tot war begangen er kriegsverbrechen begangen er hat menschen getötet der sklavenhandel begangen und sonstige sachen also er hat so viel straftaten begangen er wäre hier in einigen ländern direkt am galgen gehandelt ja hallo andreas welches kriegsverbrechen hat er begangen er hat an kriegskriegen begangen er hat einen mann getötet um seine frau um seine frau waren er auf unter anderem er hat 60.000 likes kommen die kommentare wieder an es geht so nicht er hat einen mann getötet einen gegner der gegen ihn war nur um seine frau ins bett zu kriegen zwangsweise woher hast du das stürzenberger? nein das ist eine eue, das hilft auch mal, nehm mir die Quelle, nehm mir die Quelle das ist neunte Twilight, dann komm mal die Kamian hier an und mal Ami und so weiter also warte, warte, meine Quelle sind nicht Stürzenberger, meine Quelle ist Zunder das habe ich mir selber erarbeitet erstmal das habe ich alles selber aus der Zunder raus, das habe ich noch nicht mal von Michael und der Becker, Kollege, wenn du das schon lesen wolltest, dann musst du aber die anderen Sätze weiterlesen und da steht, sie konnte schon einen schweren Tongruck mit Wasser schleppen und ihre Kamil und was heißt das für dich Andreas? ich habe damals ein Video gesehen, ich habe damals ein Video gesehen, als die Flüchtlingswelle entstanden ist, dass ein Flüchtling ein ganzes 5-jähriges Kind gefressen hat, stimmt das Andreas? was zappelst du das? zum Blödsinn? warum blödsinn? warum blödsinn? ich frage euch das nur und die Typ, die in die Nähe sauber gerichtgebracht hat, wo ein Gericht gestellt haben ich frage euch das noch, was man dann gemacht ich frage euch das stimmt, dass das stimmt, dass das nicht hat es wirklich ein Flüchtling gemacht, da wirklich so ein ganzes 5-jähriges Kind gefressen, lebendig blödsinn ganz ehrlich, distanzierst du dich von Pädagogie? von was, von was soll ich mich distanzieren? von Pädagogie ich spreche es mal richtig aus wie heißt es dann richtig fashion? erklären wir mal B1 Pädophilie heißt das was habe ich denn eben gesagt? Pädagogie hast du gesagt was habe ich gesagt? du hast Pädagogie gesagt wir haben schon noch während man mit ihnen redet ich frage mich jetzt wirklich, wir A1 besuchen muss Reu wir können Hand in Hand hingehen und einen Kurs zusammen belegen anscheinend kriegen wir beide nicht das ist eins dann zählst du dich davon? oder nicht? in der deutschen Grammatik ohne Aussprache wirst du nämlich gar keine Chance haben das garantiert ja das mag sein ich habe auch garantiert keine Chance mit meinem Denken und deinem Denken das ist zu 100% richtig weil ich nämlich beispielsweise sage dass ein Kind mit 9 Jahren ein Kind und Kind bleiben sollte und da nicht für irgendwelche sexuellen Handlungen missbraucht wird und ich finde auch, dass da der beste Mensch aller Zeiten, den ihr da so feiert ein ganz schön pädophiles Arschloch war ich fasse nochmal zusammen für euch alle auch für die Schulabbrecher hier ich fasse nochmal zusammen könntest du erstmal sagen, dass du dich von sowas distanzierst? ich distanziere mich von Pädophilie ja und du findest es auch nicht richtig, dass Mohamed das gemacht hat? darf ich mich jetzt erklären oder willst du immer wieder unterbrechen? distanzierst du dich davon, dass Mohamed das gemacht hat und dass es heutzutage auf Grundlage dessen Menschen gibt, die das heutzutage noch ausüben der Roy hat null deutsche Tugenden mit Respekt oder sowas zu tun ist das ein kleines Mimöchen, schreib es in deinem Poesiealbum ey, guck mal Scubber Kills, danke dich ich halte dich erstmal an deutsche Tugenden, das heißt mit Respekt und jemanden aussprechen lassen du kannst dich mal respektvoll am Arsch du kannst dich mal respektvoll am Arsch und jetzt antworte wir führen eine Debatte und kein Monolog dann können wir diese Lives öfters machen weil das ist wie meine Energie drauf geht wir führen eine Debatte und kein Monolog also noch mal zurück antworte jetzt ich antworte, bitte nicht unterbrechen, stumm dich jetzt bitte einfach mach mal einfach nur diese Stummzeichen bei dir antworte jetzt, das ist eine Ja-Nein-Antwort mach dir ein Stummzeichen, dann antworte ich drauf antworte warum kann er sich nicht stummen? ich hab, der Kompis bei mir abgefallen und jetzt antworte weil er besoffen ist naja, okay, gut also, gehen wir mal geschichtlich zurück Scubber Kills, danke Kinder-Ehen, 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 die jetzt das Live-Ziel vormachen, mit denen, die können mich privat anschreiben Kinder-Ehen, die Leute als Kinder-Ehen sehen, waren zur damaliger Zeit normal, weil das Lebensalter eines... bedanklich dann, Herr Söhne bedanklich dann, Herr Söhne bedanklich dann, Herr Söhne das würdest du, würdest das auch machen, ne? wie bitte? Mohammed hat's gesagt, du nimmst dir auch eine Zwölfjährige als Frau, oder was? wenn ich, wenn ich... nimmst du dir eine Zwölfjährige als Frau nimmst du dir eine Zwölfjährige als Frau mit irgendwelchen Geschwafel warum Geschwafel? weil es Geschwafel ist weißt du was, wenn du mich diese Frage stellen würdest du dich sagen, bist du nicht ganz sauber? auf keinen Fall Reu, falls du mal in der Schule gewesen warst ja, ich hoffe darauf, dass du nicht nur in der Waldorfschule warst ja, du erzählst ganz kurz... alter, noch mal, machst du's oder machst du's nicht? also, zur heutigen Zeit würde ich das niemals machen von damaligem Zeit von damaligem Zeit wäre mein Lebensdurchschnittsalter maximal 30 40 Jahre alt dein Lebensdurchschnittsalter, meine Fresse 9 ist 9 9 damals war 50 bis 60 schon 50 bis 60 ja, so Andreas, danke so Andreas, danke so, und jetzt... wie kann man sowas recht werden? dass du überhaupt nur versucht das zu erklären ganz ehrlich, du bist widerlich nichts anderes ich bin widerlich einfach nur widerlich dankeschön dass du das rechtfertigen möchtest mit irgendwelchen Sätzen ist einfach nur widerlich dankeschön alter, das sind Kinder und auf Grundlage dieser Schriften gibt es heutzutage das Problem dass es kranke Menschen gibt die sagen, es ist völlig in Ordnung weil Mohammed hat's doch auch gemacht dann sprich doch mal über das Christentum und über Isaac alter, sag mal, brennst du oder was? sprich doch auch mal darüber oder tut das sehr weh sag mal, hörst du überhaupt zu? ja wie kann man das rechtfertigen? genau so widerlich, wenn du das hören möchtest ist es, dass im Vatikan die Kinder ihr abwitz möglich ist auch das ist widerlich und auch da braucht man sich zu distanzieren und jetzt komm bis zu Mohammed und jetzt sag, ist das in Ordnung dass heutzutage auf Grundlage dieser Schriften heutzutage das passiert hier sogar auf deutschem Boden heutzutage würde ich das nicht zulassen nein aber es passiert und das wegen diesen Schriften warst du dabei gewesen? weil ihr Moor alter, ist der bescheuert alter der hat das von Stürzenberger Stürzenberger ist seine Quelle ich weiß ja nicht, wo du deine Quellen her hast Facebook oder was noch Stürzenberger was für Quellen sag mal, bist du noch ganz sauber? Hä? Ja von wo hast du die? Willst du noch ganz sauber? Mal ganz ehrlich, willst du das jetzt irgendwie relativieren? Willst du das irgendwie gut reden? Willst du sagen, das passiert nicht? Also ich war alleine dieses Jahr auf hunderten von Hochzeiten und ich habe noch keine Minderjährige gesehen, die dort geheiratet hat Quelle ist Sunan Anassai Quelle ist Sunan Anassai Abidawood Sahih Bukhari und äh Danke Ingo Schau mal, es gibt so viele Auslande, weil noch in arabischen Ländern angewendet wird Ich war mal Schau mal, allein schon deswegen, dass wir uns in Deutschland mit der Frage rumschlagen müssen und das tun die Gerichte faktisch Was passiert, wenn eine Kinder im Ausland abgeschlossen wird, wann diese Frau wieder zu ihrem Mann zurückgeführt wird Damit muss man sich faktisch auseinandersetzen Das heißt, es existiert Das ist an den Gerichten, bei den Standesämtern ist das auf jeden Fall schon angekommen Das könnt ihr auch gerne nachschauen So, und es ist legitimiert durch Mohammed Ja, es ist legitimiert, aber es passiert, es passiert nicht in unserem deutschen Vorabschlag Alter, fäschen halt die Backen, oh der Scheiß, Alter Oh der Scheiß Der größte Lügner und Hetze auf dieser... Ganz ehrlich, fest, ich hoffe so sehr, dass du homosexuell bist, weil ganz ehrlich, da sind wenigstens die kleinen Kinder vor dir sicher Die Joker, die Joker Ich war auf so viel Hochzeiten dieses Jahr Der Reu ist der größte Lügner und Bluff auf dieser Plattform Du kannst mich halten, was auch immer du willst, Alter Das ist mir so rotzegall Fakt ist eins, dass du so eine pädophile Scheiße entschutz nimmst Und darüber solltest du mal nachdenken, Alter Du bist mehr als widerlich Mehr als widerlich Ekelhaft Ekelhaft Das ist eine Erklärung für all das Denk mal drüber nach Also du bist ein Lügner und ein Betrüger Ja, sehr betrüger Ich kann alles, würde ich sagen Ich bin sogar deine Mama, wenn du das willst Alles gar kein Ding Trotzdem bist du widerlich Du bist ein hasserfüllter Mensch, Reu Der Quotenkanack ist wieder da Widerlich, Fäßen Widerlich Du bist ein hasserfüllter Mensch Leute, blaue Herzen in den Schatten Blaue Herzen in den Schatten Blaue Herzen in den Schatten Und jeder sollte Hass dagegen haben Kinder überhaupt auf irgendeine Art und Weise zu missbrauchen Da sollte man wirklich Hass haben Oh boy Man müsste dich hassen wegen deiner Hetze Weil du versuchst gegen uns zu sprechen Du kannst mich mit meiner Hetze Mal an einem dicken weißen Arsch stecken, Junge, Alter Gebe ich auf den Piss mit so einem Scheiß Die Wahrheit ist für dich Hetze Das ist die Wahrheit Da suchst du mich aus Er setzt sich für Kinder Widerlich, Alter Widerlich Warte mal ganz kurz Warte mal ganz kurz Er setzt sich für Kinderschutz ein Lass mal eben ab die reden Er setzt sich für Kinderschutz ein Mal ganz ehrlich fest Und weiß, wofür du dich einsetzt Für deinen Mohammed Für deinen Propheten Der all dieses möglich gemacht hat Mal ganz ehrlich Denk mal drüber nach Er setzt sich für Kinderschutz ein Hat noch nie 1 Cent in ein Kinderheim reingesteckt Hat noch nie Alter du weißt doch nicht mal was ich Arbeitstück vollfossen, Alter Mal ganz ehrlich, Alter Du hast keinen Plan Für mich sind Kinder das höchste Gut überhaupt Das ist unsere Zukunft Und die hat man nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu missbrauchen Und gar nicht mal irgendein pädophiles Abendwoch Wie Mohammed das mal irgendwann gesagt hat Und sich als besten Menschen aller Zeiten präsentieren Mal ganz ehrlich Lass doch mal die drei die decken Armee Pisse rein, Alter Und das heißt Schwindig Das weiteren gefällt Die islamischen Kinder hier in Deutschland durch seine Hetze Und deswegen juckt in Dieser Lügner Lass mal eben ab die reden Verstehen wir nicht um Muslime Leute Verstehen wir nicht um Muslime Leute Verstehen wir nicht um radikale Muslime So Salafisten Solche Leute Ich habe auch was dagegen Ich bin selber Muslim Ich will auch nicht dass meine Kinder morgen in IS gehen Verstehst du Solche Leute mit Bärte Oder solche Leute Salafisten Das sind für mich radikale Muslime Und solche Leute ich morgen auch nicht Aber Abdi Aber Abdi ist so Ich will nicht dass meine Kinder in IS Versteht ich auch Aber Abdi guck mal Durch die Hetze von Roy Durch die Hetze von Roy Wird deine Familie gefährdet Meine Familie gefährdet Und unter anderem alle Muslime Weißt du was Abdi sagt genau das gleiche Du kleiner Töne Kopf Der sagt genau das gleiche Weil der nämlich klar denkend ist Und der nimmt nicht den besten Menschen aller Zeiten in Schutz Und sagt das ist in Ordnung was er da gemacht hat Denk mal drüber nach Abdi Wir leben in Deutschland Wir müssen akzeptieren Ganz kurz Wir müssen akzeptieren Leute macht das live zielvoll Ne lass mich mal kurz In Deutschland Unterstütze mich Egal was ein Deutscher sagt Er haben recht Wir sind Gäste mein Freund Ich bin eine Gast Ich muss mich benehmen Er hat recht Wenn eine Deutsche sagt Das ist nicht so Das ist keine Rassist Ja Abdi Wenn du nur Wenn du keine deutsche Papiere hast Ja oder nicht Ich heiße noch deutsche Papiere Ist egal Ich hab du nicht hier aufgewachsen bist Dann verstehe ich das auch Ja Aber Nein Ich bin hier geboren aufgewachsen Meine Brüder haben bei Wir fühlen uns sehr deutsch hier Und jeder Mann was jetzt angreifen würde Können wir Deutschland mit verteidigen Mal ganz ehrlich wenn du hier aufgewachsen bist Mit den ganzen Grundwerten Die Deutschland ausmacht Dann solltest du eins auf jeden Fall verstehen Dass das zu verurteilen ist Und egal wer das da macht Es geht auf jeden Fall vom Islam aus Und der Islam selbst rechtfertigt ist mit dem Koran Mit den Schriften Die das alles da möglich machen Und es gibt noch mal genug Prozentteile Die das möglich machen Du von Warum sagst du nicht das ist widerlich wahnsinnig gemacht hat Warum nicht 汗 die Darf ich dir mal was fragen Ich gebe dir schon whats Ich fühle mich claus Die leute schreiben du bist auch ihr gast nur trotzdem bist du kein deutscher das ist doch steine hetze rei passiert sowas dass du spaltung treibst dass die leute gar nichts als das ist meine schalt gar nicht und wenn was passiert und es gibt doch mehrere probleme ich mache ich doch mal die beschneidung der frau nehmen das ist das thema nicht wenn irgendwann mal was halt hier ist eine feststimmelung schneidet aber nicht zu viel du redest immer dass mohamed ein pädophiler war was ist mit der katholischen kirche was ist denn da noch mal die pädophile arschlöcher auch die sowas machen aber die es geht nicht um radikale verstehen du nicht es geht nicht um radikale wo leute hier rauskommen in deutschland machen kleine kinder zeigen es gehen in syrien kämpfen solche leute ich wollte solche leute auch nichts haben das sind radikale leute sind verrückte leute fertig leute und akzeptieren ja musst du akzeptieren aber warum hast du ich habe nicht gesagt roi ist ein rassist ich habe gefragt warum sagt er mohamed ist ein pädophiler wenn die katholische kirche genau die gleiche scheiße haben wir probieren das jetzt mal sachlich also krieg schon weißt du worauf sich die katholische kirche dabei beruft wenn sie das tun sollte nein weiß ich nicht ich höre das einfach ja eben und die habe nichts worauf die sich berufen können im gegenteil im neuen testament steht so viel drin was gegen pädophilie ist und das ist der unterschied ich sagte ganz ehrlich jeder priester jeder priester der ein kind vergewaltigt hat der einen messdiener vergewaltigt hat sage ich dir ganz ehrlich soll bis an sein lebensende in den knast kommen sage ich dir ganz ehrlich aber der kann es praktisch nicht mit der bibel er kann es nicht mit dem neuen testament rechtfertigen schau mal es gibt da einen elementaren unterschied es gibt den elementaren unterschied dass wir den fakt haben dass mohammed eine sechsjährige geheiratet hat und nachweislich mit neun den geschlechtsakt vollzogen hat ob das jetzt wie gesagt früher so war oder nicht sei jetzt mal dahingestellt aber faktisch ist dass es in verlässlichen quellen der muslime mit drin steht und insofern ist als legitimation benutzt wird dass es heute noch gemacht wird und das ist das hauptproblem wie gesagt wenn da drin steht als eicher mit puppen spielte als sie ihn heiratete und das mit neun der geschlechtsakt vollzogen wurde darauf kann man sich berufen und dann kann man können fatwen erstellt werden von rechtsgelärten die sagen ja man darf die mit neun geschlechtsakt vollziehen man heiraten darf man die faktisch schon viel früher du darfst ein kind faktisch schon mit null jahren heiraten heiraten ist einfach nur der akt dass man sagt hier die ist jetzt versprochen aber die das vollziehen des geschlechtsaktes das ist nämlich das entscheidende dafür das darf erst mit neun jahren wenn anzeichen der pubertät bzw teilweise noch viel früher es gibt sogar rechtsgelehrte die sagen sobald anzeichen der pubertät erfolgen was sogar sehr früh erfolgen kann dann darf man den geschlechtsakt vollziehen und das ist nicht in ordnung und da kann man noch sagen nein das hat in diesem land nicht zu suchen und diese ekelhaften schweine die sowas machen die sind genauso zu beurteilen können gerne auch die quelle durchgehen wir können uns das gerne sachlich anschauen aber faktisch ist es hat hier in deutschland nicht zu suchen kinderehen haben hier nichts zu suchen wir wollen und wie gesagt ich sage auch nicht dass ich dieses ganze bild von lgbt und so gut finde wie man die kinder früh sexualisiert das ist genauso eine scheiße um es jetzt mal so zu sagen aber wir haben wir leben in dem luxus dass wir sagen wir können nicht wir müssen keine extreme nehmen sondern wir können uns einen weg aussuchen der mit unseren werten in ordnung geht und wie gesagt weder diese früh sexualisierung des lgbt noch das was mohammed gemacht hat noch das was im politischen islam gepredigt wird es in und deswegen sagen wir nein zu beidem wir wollen dass unsere kinder ohne früh sexualisierung aufwachsen und irgendwann wenn sie sagen hier sie interessieren sich für das thema mag es jetzt mal sein wenn sie erwachsen werden und so dann kann man darüber reden aber diese früh sexualisierung und dass kinder davon sterben denen zerpetzt ist teilweise die gebärmutter in der hochzeitsnacht weil die verbluten weil die geschlechtsteile der frauen dafür nicht ausgelegt sind wenn ein erwachsensglied da rein gesteckt wird das ist ekelhaft das weiß ich aber wie gesagt da muss man halt schauen wie man dagegen vorgeht dagegen muss strafrechtlich vorgegangen werden und leider auch politisch weil es über den politischen islam legitimiert ist nicht muslimischen welt im fall das gibt es sehr gut erklärt sehr sehr gut erklärt aber es gibt es aber gibt es auch diese christlichen und es gibt es auch die buddhistischen weißt du er war so elia redet jetzt er waren vorsachen die gar nicht passiert dankeschön elia rede du dankeschön ich grüße euch bitte immer zeigt uns doch mal bitte das paulus ein kind angefasst hat paulus lebte vor mohammed und im korinther brief heißt es knaben schänder ja auf griechisch bedeutet das verführung sexuelle akt und er sagt knaben schänder wenn das reichgottes nicht erben erst mal punkt 1 dieses argument ist das nur so üblich weißt du warum paulus lebte vor mohammed und der zweite punkt ist mohammed als imam ali das ist auch überliefert und das ist sahi das kann ich kann mich das gerne zeigen imam ali ging damals zu moment und sagte ich möchte gerne deine deine tochter ein und er sagte nein sie ist noch zu jung und wie alt war sie sie war acht sie war aber so leute 200.000 likes und live ziel dann kommen die kommentare und das größte du hast doch dieses gespräch mit anders oder und du hast doch total versagt lass mich doch mal ausreden lass mich bitte ausreden das argument bringt nichts weil mohammed ist in dem moment ein heuchler erheiratet eine neunjährige aber seine tochter sagte ist ist doch zu jung also war das nicht früher nur mal wenn mohammed leute 200.000 likes aber seine eigene tochter sagte sie ist doch zu jung ja wie alt war der elia elia ganz kurz okay okay ich hab's verstanden aber schau mal du hattest doch die diskussion mit eines und du hast doch total versagt immer du sagst immer der unterschied ist dass dein du hast doch die diskussion mit eines gehabt du hast doch total versagt geh doch auf meine punkte anders habe ich schon begraben und überhaupt der hat auch auseinandergenommen so was anders angeht kurz mal was das angeht auch leute machen die kartoffeln voll mitteleute zeigt wie stark ihr seid und leider weiß wer schwarze rhetorik anwendet wie er sachen in die richtung dreht heißt es noch lange nicht dass er faktisch im endeffekt recht hat wenn er dich auf irgendein gebiet geht was philosophisch ist und wo man reine interpretieren kann wo man platz hat aber die fakten sprechen im endeffekt noch eine ganz andere sprache philosophie auch da habe ich schon bemerkungen machen zeigt mir doch bitte dass jesus christus kinder ist leute wenn euch das gilt ja das live cv zeigt doch lämmer weil du sagt ja aber die katholische kirche doch erstens habe ich überhaupt nicht überhaupt nicht die katholische kirche gesagt das war vielleicht ein anderer lily dank zweitens ich habe ich habe gesagt ja das was dieser moritz erzählt er macht einfach den leuten angst über sachen die gar nicht passieren das kann ich dir ganz ehrlich sagen also mein ziele was das angeht guck mal ich bin ehrlich was das angeht schau mal das ding ist halt was ich will was mein ziel ist wenn wir mit den leuten darüber reden und ein diskurs darüber entsteht dann kann man doch die quelle nachprüfen und sagen jeder steht so und so dass man mal anfängt selbstkritik zu entwickeln weil der islam ist was selbstkritik angeht vollkommen immun das hat damit zu tun weil der islam zu dem ego zu dem elementaren bestandteil der identität eines moslems gehört da darf nichts angekratzt werden das heißt wenn man den islam ankratzt beziehungsweise kritisiert kritisiert man den menschen an sich auch und das ist ein punkt über den wir hinweg kommen müssen dass ihr mal endlich anfangen selbstkritisch über euch und somit auch eure religion zu denken wenn wir an dem punkt angelangt sind dann können wir gerne wie gesagt schauen wie man hier ein friedliches zusammenleben hinkriegt aber wenn man weder zu selbstkritik fähig ist noch sich damit beschäftigen kann ganz ehrlich dann tut es mir leid wie gesagt dann werdet ihr bei der remigration mit dabei sein und dann wird man sagen hier ihr könnt mit unseren grundgesetzen in diesem land ich bin in hongkong ich lebe in hongkong und wer hat gerade von remigration gesprochen wieso hört ihr nur das wort remigration und geht aus war der wochen ein wasser leute machen wieso nicht von so einer pädophilen scheiße ein mann ein wort das sind neuer wahres gesicht wieder du ganz ehrlich wenn du hier ganz ehrlich bezahl ich die höchstpersönlich dein tipp also ein mann und das zu 100 prozent und dann kann sich in eine flieger setzen so ein von an ist mit ein wort mit einem ticket buchen mit der namen mit nämlich airline und das ist nämlich also ich soll jetzt soll jetzt eine fluglinie buchen die indirekt kinderpädophilie weil sie mohammed weiter rechtfertigen ich habe eben gefragt nach dem buch mose aber ich unterstützt ihr jetzt kinder was mit isa was mit isa was die wie alt war denn ich sag mal bitte ich sag mal ich sag also rebecca getroffen hat war 40 jahre als das der becker drei jahre alter kommt war ganz kurz die frage dass der becker drei jahren oder was das rebecca drei jahre also rebecca war ich sag war 40 jahre alt als der becker geheiratet hat bevor als bevor damals abraham vom berge runter gekommen ist ja und seine und seine frau ist ja da wird kein jahr ganz kurz war zu dem zeitpunkt 37 jahre alt in welchen stelle dass das land wurde ganz kurz ich lasse mich ausgaben kannst du dazu dann kannst du die stelle zeigen das macht er nie auch gleich wieder hätte ich warte mal kurz ja und 37 bis 40 sind drei jahre unterschied das weiteres haben sie ihre ersten jahre des weiteren haben sie ja ganz kurz das weiter das erdeckt hat drei jahre des weiteren haben sie ihre ersten leute nächstes team mit kian macht das live cv des weiteren haben sie ihre ersten kinder erst 20 jahre danach bekommen das heißt abraham war erst 60 jahre als 23 ich hab doch gesagt erste buch mose 25 alles gleich erste buch mose 25 ich mache jetzt ich mache jetzt extra meine monata ja und da mache ich man kann man zeit zu mir dass rebecca drei jahre als war dass die zeit drei vorkommen ja ich das josef danke mussten du musst nur rechnen können von 37 bitte deine berechnung zeigt mir eine dreijährige die selber ja die familie speist die ihre kamele treibt und so weiter ist eine schlag auf erster mose alles klar jetzt werden wir mal wieder wie dein gesicht zerfällt du mona ok 25 25 einzig kenne diese aussage da steht isaq war 40 jahre als alles klar zeigt mir dass rebecca drei jahre schreibt erst mal schreibt erste mose habe ich erst gut erste buch mose 25 20 alles klar und jetzt zeige ich dir das ließ vor nein hier ist einfach vor ich glaube dir nein ich hab's genau vor mir die kamera an warte mal fashion währenddessen aber da siehst du mal wir gehen ehrlich mit den quellen um wir zeigen euch wir zeigen dass wir gehen ehrlich damit um andersrum ist aber genau aber andersrum ist es nichts da wir zeigen euch wie gesagt die quellen auch was selbstkritisch bei uns angeht aber bei euch ist absolut null selbst geträgt kritik denn selbst wenn gesagt was ist denn bei uns was heißt denn bei uns ja im muslimischen glauben wo ist der 40 und wo steht das rebecca machen wir da der kamera bis nach hinten zeig uns das so beim ersten buch muss das rebecca drei jahre nicht halt das ding gerade alles handy gerade kommen sei wenigstens sofern wie sind wir sind jetzt zeigt wo rebecca drei jahre ok erste buch mose 25 20 erster buch mose fern und ich habe gesagt erst mal dass er 40 war das ist aber 40 jahre alt und dann ok dankeschön warte warte langsam dass sie drei jetzt wie alt wie alt ist als er gebunden wurde du sollst mir zeigen den vers ich habe gesagt jetzt jetzt mit 40 jahre alt fest ja haltet das 40 jährige alter wie alt noch wie alt war isaac als er gebunden wurde du weißt das doch als christ sagt mir den vers wo sagen du beantwortet du hast gesagt sie war drei zeige ich war so wie muss runter rechnen von 37 auf 40 müssen wir runter rechnen weil isaac war gebunden als 37 jahre alt war nein nein sagt mir den vers das bequem Speaker drei jahre als abraham als abraham als abraham Leute, 3.000 Likes noch, da kommen die Kommentare an. Also nochmal, Abraham war 37 Jahre alt, als Abraham vom Berg Moriah runtergekommen ist und seine Frau Samra gestorben ist. An diesem Tag wurde Rebekka geboren, mit 37 Jahren, im Alter von Isaac. Als er 40 Jahre alt war, steht ihr. Lea, was ist los mit dir? Der Antwort hat ihr doch gerade. Hat ihr doch die Antwort gegeben? Das ist doch keine Antwort. Zeig mir, wo sie 3 Jahre alt war. Natürlich ist das die Antwort. Okay, warte mal, warte mal, eine Dreijährige. Natürlich ist das die Antwort, du blamierst dich gerade, wie Peking Ellis. Eine Dreijährige, warte, 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 warte. Du blamierst dich so brutal, Elia. Guck mal, guck mal, eine Dreijährige speist ihre ganze Familie. Elijah, 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 Elijah. Das ist meine Dreijährige. Das ist meine Dreijährige. Elijah, beantworte mir noch meine Frage. Wie alt war Isaac? Nein, du beantwortet, das ist meine Frage. Du beantwortet, das ist meine Frage. Zeig mir die Zahl 3. Welche alte warst du? Guck mal, guck mal, guck mal. So was sind meine Waterboard-Tisten, ne? Ja, ja, ja. Jetzt kann ich diese Begrifflichkeiten bei denen benutzen. Das finde ich geil. Elijah, noch mal. Wie alt war Isaac, als er als Abraham vom Berg Moriah runtergekommen ist? Ingo, danke. Er war ein Knabe. Er war 37 da. Zeig mir die Zahl 3. Wo steht 37? Zeig mir bitte, wann er mit Rebecca geheiratet hat. Wie alt war Rebecca? Warte, du willst mir noch immer nicht meine Frage beantworten. Du beantwortest nicht meine Frage. Geh auf meine Frage ein. Ich hab hier die ganzen Kapitel. Sag mir den Vers, wie alt war Rebecca, als sie mit Isaac geheiratet hat. Zeig mir bitte den Kapitel. Er gibt dir doch gerade die Antwort und du quatschst immer weiter ein. Das ist keine Antwort. Du gehst ja nicht drauf ein. Aber der antworte doch seine Frage. Er antworte. Nein, er hat dir gesagt, er hat dir gesagt, er hat dir eine Frage gestellt. Ich hatte diese Frage gestellt. Er hat dir gesagt, er hat gesagt, wie alt war Isaac, als Abraham vom Berg Moriah heruntergegangen ist und seine Frau, Sarah, gestorben ist? Und als dem Tag, wo Sarah gestorben ist, ist Rebecca auf die Wette gekommen. Wie alt steht nirgendswo? Nein, sag mir den Vers, ich blende das ein, dass du lügst. Wie alt, wie alt, du kennst diesen Part, ich weiß, du kennst diesen Part. Wie alt war Isaac? Nein, du sollst mir den Vers zeigen. Er war 37 Jahre alt und als Rebekka auf die Welt gekommen ist und in diesem Moos und diesem Buch. Sag mir bitte den Vers, komm. Und es geht noch weiter, Leute, es geht noch weiter. Geh doch nicht weiter, wenn du nicht die andere Frage beantworten kannst. Also du kannst nur eine Frage zählen, wenn du zwei Quellen nennen kannst. Also einmal die Quelle mit dem Alter von ihm, das haben wir jetzt gesagt, okay. Jetzt brauchen wir aber noch die andere Quelle mit dem anderen Alter, weil dann geht deine Logik erst auf. Gib mir eine Minute, ich bringe dir die Quelle, das ist nur sehr schlecht. Geh doch mal, okay. Mahlzeit. Gib mir eine Minute, ich bringe euch noch den Vers. Ich habe nur vergessen, wie der Vers ist. Herr, auf zu Google, ich kenne deine Argumente. Nein, 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 nein. Und was ganz wichtig ist, was ganz wichtig ist, sie haben erst 20 Jahre danach, und sollte meine Frage, Junge, wie kann eine Dreijährige die ganze Familie schweißen und die Kamele trennen? Isak hat mit Rebecker ihre ersten Kinder erst im Alter von 60 Jahren bekommen, wo Isak 60 Jahre alt war. Das heißt, da muss man sich doch hinterfragen. Was nimmst du? Isak war 40 Jahre alt, als er sich Rebecker zu vorn hat. Und wo steht, wie alt sie war? Komm, wie alt war er, als er seine Kinder bekommen hat? Ah, Baby, beantworte meine Frage, wie alt war er, Becker? Warte, 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 ich bringe dir alle Beweise. Wenn ich dir sage, du nimmst deine Frau mit 50, heißt es nicht, dass deine Frau 2 ist. Isak war 30, nein. Das ist gerade deine Aussage, Abbie. 7,3 Schwaarer, 7,3 Schwaarer. Sag mir jetzt den Vers. Hä, wie alt war er? Da steht, als wie viel, und als 40 Jahre alt war er. Oh, Elia, das ist echt lächerlich, ne? Meine Aussage, die habe ich doch gesagt. Sag mir bitte, wie alt hat er gesagt? Das habe ich doch gesagt, du machst du als jetzt zu, ich habe gesagt. Elia, 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 du hast doch gesagt, Elia, warte mal, Elia, warte mal. Wir gehen auf Hebräisch. Elia, du hast doch seinen Antwort bekommen. Selbst auf Hebräisch, sag doch, dass er lügt, sei doch leise, du Peder Nachfolger. Lügt er? Sei leise, du Peder Nachfolger. Du wurdest doch auseinandergenommen, so von Ende ist und du fängst wieder an. So, jetzt sag mir, wurde Becker 3er alt war. Das hebräische Wort für ein Kind, ja, sage ich dir jetzt. So, und sie war kein Kind. So, und ich zeig dir, dass sie mit auf Hebräisch als Frau betitelt worden ist. Ein Kind, die kommt es an, ist deine Antwort falsch? So, und jetzt zeigst du, dass sie mit dem Vers, dass Rebecca 3 Jahre alt war. Er aufzug ist, seine Antwort falsch. Beantworte jetzt meine Frage. Ist seine Antwort die Idee gegeben? Er aufzugugeln, ich rede mit dir. Du hast gesagt, Rebecca war 3, als sie mit 40. Hör mal zu. Er zeigst mich, er hat den antwort gegeben. Ist die Antwort falsch? Welche Antwort? Welche Antwort? Die Idee gegeben hat, dass er 730 war, als er zurückkam. Du sagst, antwort. Ja komm, gib das mal wieder. Welche Antwort hat er gegeben? Löwenherr, darfst du mich groß machen, dann zeige ich ihm den Beweis, dass er 730 war. Welche Antwort hat er gegeben? Weil ich, das finde ich ja fair, wenn beide gleichbehalten werden. Ja, sag mir, hier, du mit deinem... Kommt jetzt. Kommt jetzt. Ja, mal welche Antwort hat er gegeben? Kommt jetzt. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Kommt jetzt. Du musst mir sagen, welche Antwort hat er mir gegeben? Ja, bitte schön. Welche Antwort hat er mir gegeben? Abibi, das ist Quatsch. Gib mir die Zahl 3. Junge, das hast du ihm was selber geschrieben oder sonst was. Gib mir die Zahl 3. Der beschreibt seine eigene Taktik. Ah, Junge, ich habe hier die Bibel. Wie kam es zu dieser Einschätzung? Isak war mit 9 Schuss. Guck mal. Ingo, danke dir. Danke dir, Ingo. Ganz stark. Mach n' mal bitte nach. Ingo Maschine, Junge. Das ist von einem Muslim verfasst. in der bibel ich habe die bibel hier hier steht doch in den texten zeigt mir dass drei jahre alt war dann gehen wir auf den genesis 17 17 wie alt war da die frage dass eine mutter die auf genesis 17 17 warum macht es jetzt meine wahrscheinlich mal bitte groß also leute ich habe den beweis gebracht er wollte er hat recht ihr könnt es elia nicht beweisen elia hat recht der einzige der nicht du und dein prophet elia bruder lasst sich doch nicht nicht ärgern oder elia lasst sich doch nicht ärgern und er ließ sie ihren kopf auf die hand herab ich will nur kurz erklären was christ was christen bedeuten christen bedeuten wir folgen jesus christus nein nein lukas ganz klar wer ein kleines kind an fest für ihn wäre es besser dass es gar mit mit einem baby bunga bunga machen kann sie so dass auch mal sind eine gelehrte das ist eine gelehrte dem sie für die ein kind haben was ist das die sogar noch jung sind ein baby würdest würdest du dein kind geben antworte auf meine frage würdest du dein kind geben okay antworte meine frage würdest du dein kind antworte auf meine frage das ist gar nichts das sind deine gelehrten gerade auf dass du rechtfertigst jetzt gerade dafür in psalm 137 und 139 werden kinder gegen felssteine geworfen ja aber das geht um du was ist das ist ein babylonischer fest die babylonen haben das mit israelin gemacht höre mal zu wie du mir gerade bewiesen hat dass rebecca angeblich da ja du christlicher extremist hör mal zu da drauf ein ja du bist ein extremist hör mal zu matthäus 10 31 30 jetzt mal ein möchtest du mit einem kind schlafen ja oder nein les mal matthäus ja und dann ein guck mal dein prophet was er noch gemacht hat deine frau hat mit jinssägt weißt du das eigentlich dieser 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 hat jetzt gehst du auf meine punkte ein oder nicht dieser hat ist nicht da sein dass du mit ein baby sex am ich bin immer laut geschaltet jetzt also noch mal mit einem baby zum sex am les uns les uns bitte matthäus 10 34 vor entspann dich mal les auf matthäus für die nicht mehr in der session rechnen können für die nicht auch so ist junges alter noch keine nicht mehr in der session auf du bist laut guck mal isa drei jahre alt und du verschönst das noch distanzierst du dich elijah distanzierst du dich von pädophilie elijah distanzierst du dich von der baby das ist tafsir das ist ein tafsir elijah distanzierst du dich was ist das für eine dämliche frage distanzierst du dich von pädophilie für die was fragst du ihn so ein scheiß jeder distanziert sich davon was erzählst du hier mann im christentum sag mir mal bitte jeder aber er distanziert sich nicht elijah distanzierst du dich davon ja er ist ja auch ein religiöses monster elijah distanzierst du dich davon ich das und diese quelle selbstverständlich ich distanzierst du dich davon dass isaq rebecca mit drei bekommen hat distanzierst du dich davon ich distanziere mich davon wenn du mir die quelle zeigst ich werde jetzt ich werde muslim wenn du mir jetzt sagst das rebecca drei sag mir die zahl drei ja aber warst du doch schon und dann bist du wieder zurückgegangen sag mir jetzt die zahl drei du warst doch schon okay du warst doch schon okay elijah weil ich schon die wahrheit gesagt habe sprich mir nach äh 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 woher es war 완istik schweine speck auf seinen kopf und auf dich ja und du mit einem amerikanische schärfti gefahren Haw来 Ich habe ihn runtergeschmissen, Ilja. Erzähl mir jetzt bitte. Was hat er widerlegt jetzt gerade? Diese Muslime provozieren und provozieren die ganze Zeit. Ich sag ihnen, ich schlag die Bibel auf. Bist du nicht vor paar Jahren noch konvertiert? Ich sag ihnen ganz höflich, zeig mir die Zahl drei Konter nicht. Und dann zeige ich ihnen Pädophilie, dass man mit Bunga macht, mit Babys, zu der 65.4 und er rechtfertigt das noch. Aber warum hast du nicht so geredet mit Anders? So, und zweitens, weil dein Ananas nicht darauf eingehen wollte. Ananas. Sag mir mal, womit... Jeder kann sich diese Diskussion angucken. Du warst so lächerlich, ehrlich. Alles klar, sag mir mal, komm mal, wir schauen uns hier an. Sehen wir mal Anders, guck mal hier. Das ist dein Anders. Guck mal, guck mal. Ich sag dir das, mein Lieber. Auf immer solche Sachen zu provozieren, die ganze Zeit. Ja? Äh, Elia, von YouTube werden wir gesperrt, wenn wir YouTube-Videos zeigen. Persönlich, persönlich, wenn ihr was wollt, dann kommt und dann sehen wir. Dann machen wir das auf eine andere Art. Ich hab gar keine Probleme. Elia, 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 du wirst gesperrt, mein Bruder, wenn du YouTube-Videos zeigst. Auf diese gesperrt halt. Okay. Das ist, das ist dein Anders. Guck dir das an. Guck mal. Guck mal, aber du musst schon ehrlich sein. Ja, guck mal, sehen wir uns jetzt. Gar kein Problem. Du hast gar nicht, du hast die Frage gar nicht verstanden. Du hast gar nicht, du hast gar nicht verstanden. Wenn du auf philosophische Frage... Du hast gar nicht verstanden, warum ich schliere. Das ist dein Ananas. Guck mal hier. Das ist dein Anders. Guck mal, wie sehen uns das an. Das ist dein Anders. Guck mal, wie sich das an. Du hast mit seiner eigenen Religion zu sprechen. Guck mal, du hast mit ihm diskutiert. Jetzt guck mal, halt den Mund und halt den Ball. Vielleicht erst mal Deutsch, halt den Mund. Ja, guck mal. Bleib locker, du Extremist. Bleib locker, du Extremist. Aber Elia steht zu seinem Wort. Ich wünsche mir so sehr, dass Elia mal die Stellen von Moses verteilt. Der Kommentar, den ich vorlesen habe. Ja, Elia, genau. Beim zentralen Punkt ist er ausgewichen. Was machen wir mit den klaren Tötungsbefehlen, die drin sind und die ständig benutzt werden? Da müssen wir, und du hast da jetzt auf dreimalige Nachfrage keine Antwort gegeben. Ich gebe dir eine ganz konkrete Antwort. Sie ziehen Verse aus dem Kontext. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wieso zitieren Sie nicht aus dem Koran den Vers? Wenn du deine Hand ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich nicht meine Hand ausstrecken, um mich zu töten, denn ich büchte Gott. Wieso zitierst du nicht diesen Vers? Du könntest auch diesen Vers nehmen und sagen... Oh, guck mal, was für ein Heuchler. Guck mal, was für ein Lübner. Das ist Islam. Guck mal. Das ist Dürzenberger. Das ist Dürzenberger. Hallo. Das ist Islam. Das ist Dürzenberger. Das ist Dürzenberger. Heidelis. Das ist Dürzenberger. Das ist Dürzenberger. Ohne も. Und ihr Projekt kam und auch mit Puppen gespielt haben. Und ihre Mutter sie mit Gurke und Datteln mir gegeben hat. Er hat das widerspricht dem ganzen nein schau mal er hat das klipp und klar im interview mit ihm klipp und klar wie du das wieder gibst ja die leute sollen sie einfach mal das interview und zwischen ihm und elia und die können ja schauen wer recht hat und wenn ich genau habe ich mal wissen was genau das thema ist jeder du kommst mit anders mit was hat er mich widerlegt derjenige denn nun nicht was ich überfordert ihr habt euch auf ein thema geeinigt das hier das ist ein anders hier das ist ein anders hier das ist ja was man nicht sieht ja aber du machst dir keinen bildschirm teilen haha will kein bildschirm dann weil er nicht über seine sprechen sogar bei dem interview mit elia die ganze darauf beharrt sein bildschirm zu zeigen ich schau mal weißt du was seine stärke ist die stärke von anders ist sachen rhetorisch so darzustellen als wenn die sachen so richtig wären aber und das ist der punkt er bezieht sich nein schau mal also er bezieht sich sehr oft auf das philosophische er schweift oft von den quellen ab beziehungsweise stellt sachen teilweise so da wie gesagt sein hauptargument in der diskussion mit bürgern ist ja gewesen dass er gesagt hat ja die waren wie gesagt älter in ihrem alter was man aber auch problemlos mit dem koran mit der sunna widerlegen kann und das ist eben der punkt man darf sich nicht auf eine philosophische diskussion einlassen weil da wird der rhetorische spielraum viel viel höher und das hat er halt in der diskussion leider ausgenutzt das kann man wie gesagt sehen wie er auf dieser rhetorischen ebene einfach echt gut ist das muss ich ihm wirklich lassen aber faktisch ist er gesagt warte mal er hat faktisch gesagt hier sie waren neun jahre alt aber er wird sagen wie war es im christentum allem drum und dran er lenkt immer ab weil er genau weiß dass er auf diesem gebiet eigentlich wenig punkte machen kann moritz warte mal warum warum linke hat er nur rum philosophiert das ging habe ich hin zu sagen es geht darum ich rede jetzt von dem interview mit anders nemmo elia hat noch nicht einmal die frage verstanden definier mir moral als anders in ganz einfach die frage gestellt habe was du jeden fünfklässler fragen kannst definier mir moral hat er einfach gar nicht ausreden die frage nein das thema ist so sachen wie moral das ist ein sehr dehnbarer begriff moral ist ein sehr dehnbarer begriff moral ist ein sehr dehnbarer begriff die kinder die unter dem die ex aufgewachsen sind haben eine andere moral als wir hier zum beispiel in deutschland darauf will er ja hinaus darf ich nicht mal kurz reden löwenherz ganz kurz wenn du gefragt dass das ist wie moral weil er nicht moral weil im jahr hatte ich glaube ich habe mir ein moral dieses aussage hat der getätigt er versteht das man hatte nicht verstanden er hat guck mal elia den erweiter hatte ich nahm und es ist bloßgestellten blamiert wenn du darfst ich kann ich kann ich nicht sagen wir finden den moralischen auch nicht dass man eine neue mit einer neunjährigen seks hat das findet den moral ist Fragen wir dich die Frage von Anders. Ich weiß, was ich mit einer 9-Jährigen anfange oder nicht. Ich weiß, dass es verwerflich ist und fertig. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich kann auch moralisch fehlen. Wir müssen hier nicht über Moral diskutieren. Wir können uns gerne die Gesetzeslage anschauen. Die Gesetzeslage kann man hier finden, wie sie ist. Wie gesagt, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man sagt, wir mit 14 Jahren darf eine 14-Jährige auch mit einem älteren Geschlechtsverkehr haben. Finde ich auch nicht in Ordnung. Aber faktisch ist einfach, wir müssen uns an der Gesetzeslage orientieren. Wir müssen uns an den Fakten orientieren. Sobald wir in den philosophischen Bereich reingehen, gehen wir auf einen sehr vage Bereich ein, was von Befindlichkeiten und so abhängt. Aber wir müssen bei den Fakten bleiben und schauen, wie es ist denn... Ganz kurz, wenn du sagst, man soll sich an dem Gesetz orientieren, man soll an dem Gesetz schauen, okay? Wenn du das sagst, vor 15 Jahren gab es in Deutschland immer noch das Gesetz, das sodomie erlaubt ist. Das heißt, vor 15 Jahren durftest du dich also nach deiner Moral am Gesetz orientieren. Deinen kleinen Hund, der Spike, der Boulterier, den durftest du einkaufen... Elia, Bruder, du hast auch alle Rechte, du kannst Leute hoch und runter schreißen. Oh mein, das war doch auch nicht in Ordnung. Aber der Fakt ist, dass wir es geändert haben. Man kann es ändern. Aber im politischen Islam ist es doch, dass du es gar nicht ändern darfst, selbst wenn es falsch ist. Du darfst es nicht ändern. Und das ist der Vorteil einer Demokratie, wenn du merkst, das ist nicht in Ordnung. Kannst du es ändern. Und das kannst du in einer Theokratie eben nicht. Und eure Religion, die kann sich seit dem 7. Jahrhundert nicht weiterentwickeln. Ihr seid stehen geblieben in dieser Zeit. In welcher Zeit sind wir stehen geblieben? Also wenn ich dir ganz ehrlich sage, diese Religion... Jeder, der... Warte ganz kurz, ganz kurz. Jeder, der... Lass dich doch mal ausreden. Jeder, der... Er stellt mir doch eine Frage. Wenn unser Thema Sex mit einer Neunjährigen über Moral philosophieren will, ist geisteskrank. Ganz einfach. Nein, es geht doch nicht darum, wenn du... Guck mal, das Problem, was ihr habt, ist, ihr sagt, der ist solche, die Aussage, der Islam ist vor 700 Jahren stehen geblieben, hat sich nicht weiterentwickelt. Projizier mal die islamischen Regeln, das islamische Gesetz auf heute, okay? Das bedeutet, es gibt keine pornografischen Inhalte, keine Drogen, keinen Alkohol, den du mit 16 kaufen kannst. Die Gesellschaft und die Jugend ist in einem guten Umfeld. Aber was gibt es heute? Mit 16 darfst du Alkohol kaufen. Du kannst dir frei zugänglich im Internet... Reden wir mal gerne über Sklavenhandel. Sklavenhandel war zu der Zeit legal und wurde auch bis kurz vor 20. Jahrhundert noch angewendet. Sollte das auch heute noch legal sein? Nein, ja oder nein, weil es früher legal war. Es geht darum, dass wir Sklaven sind. Aber Mohammed hatte es in seiner Gesellschaft praktiziert. Er hat es nicht erfunden, aber er hat es in ein ökonomisches System entwickelt. Wir hatten zum Beispiel 1605 im Osmanischen Reich, hatten wir 20 Prozent der Bevölkerung waren Sklaven. Und damals, was das Abbasidische Kalifat angeht, wir hatten die Sanch-Aufstände gehabt. Wir hatten so viele, was Sklaverei angeht, im politischen Islam, was historisch belegbar ist. Wir hatten so viele schlimme Sachen, die das leider mitgebracht hat. Und Alkohol, wie gesagt, ist auch nichts Gutes. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir somit etwas wie Eigenverantwortlichkeit haben. Wir leben in einem Staat, wo wir sagen, hier, das und das ist für uns in Ordnung, das und das nicht so. Und wie gesagt, wir können diese Regeln hier festlegen. Und diese Regeln hier funktionieren auch halbwegs gut. Aber leider, muss ich dir auch sagen, sind manche Regeln hier viel zu lasch. Insofern, dass man den politischen Islam hier sich einfach hat, hier sein ökologisches Gebiet haben wachsen lassen, durch Moscheen, in denen politische Inhalte geprägt werden, was nicht leider so überwacht wird, dass man sagt, hier, das wird geschlossen. Ansonsten hätte man zum Beispiel die Blaue Moschee damals vor 9-11 schon viel früher geschlossen, weil nachweislich dort Salafisten sich auf den 11. September unter anderem mit vorbereitet haben. Also wir haben so viele Probleme. Lass mich nur ganz klar antworten. Mit dem letzten, was du gesagt hast, fange ich an, dann gehen wir zurück. 11. September, das ist sowieso ein Thema, über was man 10 Jahre lang diskutieren kann. Es ist aber auch bewiesen, dass es jemanden gab, der dieses Gebäude kurz davor gekauft hat, auf eine hohe Summe, auf das Höchste, was es geht, versichert hat. Und unter dem Gebäude gab es Bodenschätze, Gold, alles Mögliche, was gelagert war, zu deinen Erkenntnissen. Und zum zweiten Thema, was du meintest, gerade mit Sklaven und politischer Islam, wo du sehr viel darüber geredet hast, dann frage ich dich, islamisch gesehen, Sklave, nehmen wir das Wort Sklave, auch wenn das negativ befleckt ist, das Wort Sklave im Deutschen, frage ich dich, nenn mir bitte die Konditionen und Bedingungen zu der Zeit des Propheten, wie ein Sklave gehalten wurde, wenn man ist überhaupt Sklave. Willst du das Thema wirklich aufmachen? Man durfte bei einem Sklavenwindelweich schlagen. Du durftest die Sexsklavin vergewaltigen, auch wenn sie verheiratet war. Da gibt es Tapsiere zu. Ich habe dir eine Frage gestellt, antworte auf die Frage. Was die Konditionen waren, wie man sie behandeln musste. Ja, da können wir gerne drüber reden. Und das war unter anderem per Gewaltigen, Sexsklavinnen, die man vergewaltigen durfte. Das war eine der Konditionen. Du durftest mit der Sexsklavin machen, was du wolltest. Du hast nur Sex im Kopf. Die Konditionen und Bedingungen zu der Zeit des Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam, Mann, es war doch so. Schau dir mal an, was mit Blapfiyah passiert ist. Blapfiyah war eine Sexsklavin von Diri al-Khalbi. Dann wurde sie von Mohamed freigekauft, dann wurde sie danach seine Frau. Aber wir müssen uns die Fakten anschauen, was ist überhaupt passiert, was das angeht. Safiyah selber war die Tochter von Kinana gewesen. Mohamed hat sie diesen Stamm grausam gefoltert und getötet. Und sie hat gesagt, hier, okay, ich werde, ich ergebe mich dir sexuell. Und dafür lässt du meinen Stamm in Ruhe. Das war die Bedingung. So hat Mohamed gehandelt. Deine Lübe ist eine komplette Lübe. Aber was ist denn, aber hör mir bitte zu. Warte mal, er hat gerade gelogen. Warte, 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 warte. Ich habe gerade eine Lüge in den Raum gestellt. Okay, ist das eine Lüge? 250 Leute, glaube ich, sind die Lüge. Alles klar. Moritz, gib mal bitte die Quellen. Gib mal bitte die Quellen. Zeig mir bitte eine Quelle. Gerne anschauen. Können wir uns gerne anschauen. Das ist übrigens auch, wo kreiber, kreiber, hohen Juden geprüllt wird. Das ist genau die, was ich dann. Zeig mir die Quelle, dass er diesen Stamm gefolgt hat. Ja, du kriegst die Quelle. Und die Frau dann gesagt hat, ich ergebe mich dir sexuell. Zeig mir das jetzt, bitte. Du bekommst zu allem deine Quelle. Zu allem. Ich möchte die Quelle jetzt, bevor wir auf irgendwas anderes eingehen. Warte kurz, du kriegst die Quelle. Spann dich, ich spann dich. Aber ihr seid aber echte Lügner, ohne Quelle reden und dann noch weiter quasseln. So, hier sind die Quellen. Gehen wir gerne vor. Erstmal Sexsklaven. Kannst du mich kurz mal groß machen? Mach mal, mach dir mal groß. So, ich mach das jetzt so, ja? Warte mal, ich guck mal, wie ich dich hier groß machen kann. Zeig mal bitte. So, erst mal Sexsklaven. Das ist zu klein. Ey, ihr denkt nur an Sex, ihr seid nicht pervers. Ein Prophet denkt an Sex. Aber Bibi dann auch mal. Warte mal, Erik. Kannst du ihm mal groß machen? Jesus wurde nach der Bibel verantwortet. So, jetzt ist er auch pervers. Das ist dein Prophet. Hör zu. Die Bibel wurde in amerikanischen Schulen verboten, weil er zu viel sexuelle Inhalte soll. So, und jetzt bitte lesen. Hallo, hallo. Jetzt, bist du bereit zu lesen oder nicht? Erik, mach mal das. Okay, also wir sehen jetzt Sura 4, Vers 3, was deine rechte Hand besitzt. Okay? Und jetzt sehen wir hier die Erlaubnis, vier Frauen zu heiraten. Okay? Und dann sagt er hier, so, zwei oder drei, vier. Das heißt, wenn du drei oder vier heiraten, ist es dir erlaubt. Und jetzt gucken wir mal über Sklaven. Einen Moment. Die Frauen gerecht zu erschaffen, mehr als einfach, denn heiratet sie nur eine Frau oder begnügt sie sich mit nur weiblichen Gefangenen. Denn es ist nicht verpflichtend, sie gleich zu behandeln, siehst du. Da sind die Gefangenen von Sura 4, Vers 3, da sind Sexsklaven von Juden und Christen. Von wem ist das, was du gerade vorliest? Was ist von Ibn Khatir? Hier. Ibn Khatir. Ibn Khatir. Okay, liest weiter? Lies weiter? Habe ich doch gelesen. Okay, wenn da steht, gleich mit Behandeln, was heißt das denn? Was heißt das? Für dich in deinem perversen Kopf heißt das, sagst du machen, was du willst. Nicht nur weiblichen Gefangenen, die ist es nicht verpflichtend, sie gleich zu behandeln. Würdest du mir deine Frau... Okay, was bedeutet das für dich, denn wenn da steht, ist es nicht verpflichtend, sie gleich zu behandeln? In deinem perversen Kopf heißt das, du darfst mit den alles Sexspiele machen. Stopp, stopp, stopp. Bist du fertig? Bist du fertig? Okay, darf ich jetzt reden? Bist du fertig? Zeig mir das, was du meinst. Warte, stopp, ich gehe erst mal auf deine Frau ein. Du fragst doch, ich fertig bin, ich sag, zeig mir das. Lass mich doch mal auswählen. Wenn du vier Frauen heiratest, musst du versuchen, sie gleich zu behandeln. Und dann geht der Befreiheit zu Gefangenen Sexsklaven, ist es nicht verpflichtend, sie gleich zu behandeln. Weil das keine Instrumente ist. Was heißt das denn für dich? So, und dann sehen wir das, warte, bitte, was heißt das für dich? Das heißt, dass du sie nicht gleich behandeln musst. Was ist dann? Ich weiß, das gleich, kannst du Arabisch, hör zu, kannst du Arabisch? Der Truth, komm, wir lesen auf Arabisch. Jamma Habibi. Jetzt auf einmal schaltet er sich stumm. So, dann haben wir hier andere Gelehrten. Tabsi Al-Jana-Line. Was sagt man hier von den Tabsi? Wenn sie sich auf das, was sie in der rechte Hand besitzt, von Sklaven besitzen, dass diese nicht die gleiche Rechte haben wie Ehefrauen haben. Ich bin jetzt wieder da. Wenn man als nur vier oder verheiratet oder auf Sklaven zurückhaltet, ist es verständlich, dass es nicht ungerecht sein wird. Und die dürfen nicht gleich behandelt werden. Okay, aber in deinem perversen Kopf heißt, die müssen nicht gleich behandelt werden. Heißt, die eine kannst du lieben, die andere stückst du in den Keller, gibst du einmal am Tag eine Banane und machst, was du willst. In deinem Kopf ist das was so. Das ist dein Tabsi Gelehrter, dann auf Arabisch, gehen wir weiter. Da steht doch gar nichts darüber, was du gerade gesagt hast. Okay, wie würdest du das jetzt rumverkippen? Also wir haben hier 200 ungefähr Zuschauer. Okay, und was steht da? Wer sind diese Sexler? Du hast gerade gesagt, oder die Quelle wirst du jetzt nennen, dafür? Dann benenn doch die unterschiedlichen Darstellungen, wie man sie da behandeln darf. Oh Roy, bitte, sei ruhig, wir haben einiges Thema. Mal ganz ehrlich, ich dreh nicht seine Worte, sondern begründe deine. Ihr habt doch eine These aufgestellt, ihr müsst die beweisen. Ja, nein, du musst jetzt beweisen, dass es nicht an dem ist. Weil du hast nur gebracht, in deinem perversen Kopf sagtest du zu ihm. Aber du hast kein Argument gebracht, dass man das anders verstehen kann. Wie kann man das denn anders verstehen? Wie kann man dann das verstehen, dass man da eine Sklaven, eine Sklaven anders behandeln kann? Können wir keine Quelle nennen? So, sag mal erst mal Sexklaven, haben wir dir gezeigt, der aufzubellen? Du sollst mir die Quellen, die ihr gerade angebunden habt, dass er ein Dorf geplant hat und eine Frau sich ihm ergeben hat. Er hat doch gesagt, du kriegst so eine Quelle. Entspann dich, wo ist denn da für eine Quelle? Entspann dich, Benico Issa. Oder der Typ sagt, wenn da drin steht, die Frau muss nicht gleich behandelt werden wie die anderen, weil es eine Sklaven ist. In seinem Kopf heißt das, er kann mit ihr machen, was er will, weil du pervers bist, denkst du auch nur an Sex. Hör doch mal zu, hör doch mal zu. Ja, immer noch keine Quelle genannt. Elia, es wird langweilig. Jemand nimmt deine Mutter zum Beispiel als Sexklaven, ist das schön. Guck mal, wie respektlos du redest. Nein, das ist die Tatsache. Meine Fräse, rechtfertige doch deine Argumentation. Er hat dir Quellen benannt, er hat dir jetzt alles vorgelegt. Er hat gesagt, wie er es versteht. Nun fangst du an und sagst, wie man da aus deiner Sicht der Dinge verstehen kann. Er hat nichts vorgelegt. Kannst du mich mal bitte losmachen? Alter, er hat eben Kapier vorgelesen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gleiches Thema. Elia, du kannst nicht auf das Thema reingehen, wenn es ihr bleibt. Und ihre Kinder und ihre Vermögen beschlagnahmt wurden. Elia, du hast immer noch keine Quelle genannt für das, was du gerade gesagt hast. Guck mal, das macht keinen Sinn. Das hat er. Er hat eben Kapier benannt. Ich würde Allah euch hier recht leiten und euch den Verstand geben. Elia, du bist richtig feindlich. Sei mal leise, du. Ja, sei leise, jetzt geh runter. So, in der Erde begraben und sie wurden an ihren Schultern gefesselt, gebracht und enthauptet. Es waren zwischen 700 und 800 Juden von ihnen, die noch nicht erwachsen gewordenen Kinder und die Frauen wurden gefangen genommen und ihre Vermögen beschlagnahmt. Hä? Ein ganzes Volk wurde ausgelöscht. Ja, Hansir. Ich frage dich, das tut dir weh, wenn ich dir so ein Beispiel gebe. Was ist, wenn... Elia, der ist schon geflüchtet. Dankeschön. Das ist eine Bruder-Katastrophe, diese Menschen, ja? Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Aber Elian, ich bin jetzt eben extra rausgegangen, weil mir diese Debatte mit Rebecca richtig auf den Sack ging. Mal ganz ehrlich, man braucht sich noch nicht mal großartig anstrengen, um herauszufinden, dass ein Kind mit drei Jahren es nicht schaffen könnte, da zehn Kamele mit großen Wasserkrügen zu tränken. Auch ein dreijähriges Kind könnte es nicht schaffen, von einem Kamel zu springen, wenn sie da ihren neuen Gefreiten sieht oder ihren neuen Mann sieht. Auch dann kommt noch mit dazu, das ist total der Hammer, das wusste ich selbst nicht, das habe ich eben gerade erst herausgefunden. Ich wusste gar nicht, dass es gemälde Darstellungen von Rebecca gibt, die sie als junge Frau zeigen, neben dem Knecht, wie sie zusammen mit dem Knecht die Kamele mit Wasser tränkt. Auch das gibt es. Ich habe mich jetzt nur fünf Minuten beigesetzt und bin wirklich komplett durchgegangen, habe Bibelfersen genommen, habe dazu noch irgendwelche Bildquellen gesucht. Das klingt gar nichts. Warte mal, ich zeige euch mal ein. Ich habe dir alles gesagt, das klingt gar nichts. Der Typ, die haben es nicht mit Quellen, Bruder. Alles, was man denen zeigt, heißt es ja Quelle, Quelle, Quelle. Ich zeige doch die Quelle. Das sind dir die Quellen und trotzdem sagen die, tun die auf dumm. Es ist einfach nur Zeitverschwendung. Ilea, ich habe eine Frage. Blödemherz, mach ich mal bitte kurz groß. Ganz kurz, nur ich bin auch gleich wieder runter. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum auch nicht der Vers im Neuen Testament erwähnt wird, dass Jesus Christus sagt, Lukas 17, 2. Das sind die Kamele. Dann ist da der Knecht. Warte ganz kurz, ein Satz. Und daneben ist Rebecca. Noch mal hier an alle Muslime. Lukas 17, 27 sagt Jesus Christus, wer es wagt, ein Kind anzupassen, für ihn wäre es besser, einen Mühlenstein sich um den Hals zu schnappen und in das tiefste Meer reingeschickt zu werden. Mehr sage ich dazu nicht. Ich finde das immer so geil, dass die, wenn die auf ihre Quellen gehen, sagen, nö, stimmt nicht, steht nicht drin, blablabla, selbst wenn man es ihnen vor die Augen hält. Aber andersrum, dann sind sie da genau und sagen, ja, da verstehen sie es auf einmal. Also, sorry. Vor allem, du hast das eben gehört, Moritz, was er gesagt hat, ne? Er hat, Elian hat die Quellen benannt von Ibn K4, er hat ihnen genau den Hadif, den Tafsir, gesagt und er streitet es ab. Und als er nicht weiter weiß und das gar nicht mitgekriegt hat, sagt er, wie verstehst du das? Du verstehst das falsch. Mal ganz ehrlich, das kann man doch nicht sich ausdenken. Werden die von ihren Imanen sowas von gebrainwashed, dass sie da wirklich den Scheiß so fressen? Wahnsinn. Ja, vom kleinen Aufdauch, das sieht man doch in den Koranschulen. Also je nachdem, wo du aufgewachsen wirst, ich meine, schau dir doch mal an, wie die teilweise vom IS erzogen wurden. Ich weiß, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Die wurden damit aufgezogen, dass die Ungläubigen hassen sollen, die zu töten. Und das also, wie gesagt, was der IS, wenn man sich die Videos anschaut, wie die Kinder aufgewachsen sind. Das sieht man ja auch jetzt wieder bei der Hamas. Bei der Hamas, das ist ja ähnlich. Die ziehen die Kinder in Hass auf Andersgläubige auf und dass man die töten soll. Das ist ein Brainwash von einem kleinen Kind an. Das ist Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Diese Fächenfeuern, ich kann das nicht nachvollziehen. Mal ganz ehrlich, man hat diesen absoluten Fakt. Als klar denkender Mann, mal ganz ehrlich, wer würde auf die Idee kommen, so was zu rechtfertigen, zu sagen, das ist doch in Ordnung, was da passiert. Mal ganz ehrlich, jeder Klardenkende sollte sagen, dass das einfach nur aufs Ekelhafteste zu verurteilen ist. Mal ganz ehrlich, Alter. Da werden... Wir haben so ein beklopptes Buch, das da vorgibt, dass da auch eine Wartemacht machen können. Erinnerst du dich noch gestern an den, wo wir mit dem Jesiden, mit dem wir gesprochen haben? Uns erzählt hier, und das ist das Kranke, uns erzählt hier eben jemand, wie man Sklaven behandeln darf. Dass es dafür gewisse Konditionen und so gibt. Und die Jesiden wissen es am besten, wie der IS die behandelt hat, die Sklaven. Da gab es keine Konditionen. Die haben mitten in der prallen Sonne nackt draußen gesessen. Also, wie die Jesiden behandelt wurden, die als Sexsklaven... Die sind verbrannt, die sind richtig verbrannt. Ich kenne da Leute, die das wirklich live erzählt haben, die das erlebt haben. Die haben angefangen zu heulen beim Erzählen. Das muss man sich mal überlegen, Alter. Die wissen gar nicht, was da los ist. Die haben keinen Plan. Die Leute sind so blind, so blind. Darf ich euch mal was wissenschaftliches mal was sagen im Islam? Mohammed hat gesagt, bevor du mit deiner Frau schläfst, musst du Shatan Rajim sagen. Dass der Satan Zuflucht quasi, dass das Kind gesegnet wird. Wenn du das nicht tust, so wird der Satan mit seiner Frau Sex haben. Das ist islamische Logik, ja? Die haben einen nicht beendet, die jetzt auch nicht scheiße. Ich weiß nicht, aber warum hat Mohammed nicht das gesagt, als er mit Khadija geschlafen hat? Das heißt, was? Khadija hatte die ganze Zeit Sex mit Shatan, weil er das nicht ausgesagt hat. Ja, hatte die doch so oder so, allein schon deswegen. Weil wir kennen ja auch die Zeit, wo Mohammed von einem Juden verflucht wurde. Dass da der Teufel bei ihm insofern drin war, wie die sagen. Das heißt, wir wissen nicht, welcher Teil des Korans teuflisch besessen ist in dem Sinn und welcher nicht. Das heißt, diese satanischen Verse gibt es, aber keiner kann sagen, welche das sind. Guck mal, das Ding ist ja, dass er behauptet hat, wenn du das nicht sagst, so wird der Satan um deinen Penis herum sich einwickeln. Und dann wirst du quasi mit deiner Frau Sex haben. Das heißt, der Satan hat mit deiner eigenen Frau Sex. Was sind das für Quellen, Bruder? Und weißt du, der Witz an der ganzen Sache ist, der Witz ist, also an sich selber, es wurde ja gesagt, dass der, Sekunde mal, da schlage ich gerade mal die Quellen auf, dass der Satan über keine Diener von Allahs die Macht hat. Das ist der erste Punkt. Aber warum? Warum hatte dann, und das ist in mehreren Quellen nachweisbar, warum hatte dann der Satan über Mohammed einmal die Macht? Das ist nachweisbar, das ist auch über ein Hadith von Aisha, die das selber gesagt hat. Ich zitiere, das ist, ach ja, hier, das ist von Suche 15, Vers 42. Über meine Diener hast du keine Vollmacht, abgesehen von denen, die abirren und dir folgen. Das heißt, Mohammed müsste dann nach dieser Logik doch dem Satan gefolgt sein, dass überhaupt der Satan über ihn Autorität hat. Hallo, 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 schönen guten Abend erst mal. Ihr seid ein Haufen, ein Haufen voller Lügner seid ihr. Ihr lügt schamlos über den Propheten. Weißt du, euer Glauben... Allah! 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 Löwenherz, kannst du mich mal kurz machen, kurz? Guck mal. Ihr seid ein Haufen voller Lügner, ihr lügt schamlos über den Propheten. Und Mohammed war ein pädophiles Arschloch. So ein kleines, dreckiges Christenschwein. Oh, weißt du was, mich interessiert das gar nicht. Warum stört es dich so, dass ich Mohammed bei dem benenne, was er war? Nämlich ein pädophiles Arschloch. Was steht da? Da steht da, Löwenherz, kannst du das mal vorlesen? Matthäus 18, Vers 6. Ich kann das nicht lesen. Ich habe schlechte Augen. Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlenstein an seinen Hals gehängt und, jetzt ist die Schrift davor, ich kann das nicht lesen, gehängt und er in die... Mann, Alter, hört mal auf, jetzt zu schenken, ich sehe nichts. Und der, der in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Da siehst du schon, dass die klar denkend sind. Gut. Also das Thema nochmal abgehakt, was hier mit Kindern zu tun hat. Da sagt der Herr Jesus Christus ganz knapp, wehe hier fast Kinder an. Weißt du, was ich nicht verstehen kann? Ich rede mal jetzt nur aus der menschlichen Ebene. Mal nur aus der menschlichen Ebene. Man nimmt ein Buch, was vor hunderten von Jahren irgend so einen Idiot geschrieben hat. Eine einzelne Person. Und diese einzelne Person als bester Mensch dargestellt wird. Und dieser beste Mensch Kinder missbraucht hat. Und noch ganz andere Taten begangen hat. Und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Als klar denkender Mensch sollte man wissen, dass sowas nicht möglich sein darf, nicht möglich werden darf und dass man das zu verurteilen hat. Und es kann nicht sein, dass jemand, der sowas macht, als bester Mensch dargestellt wird. Und auf Grundlage dessen heutzutage das noch passiert. Das kann man sich nie ausdenken, Alter. Wie ekelhaft kann man als Mensch sein? Das ist übrigens mal ein geiler Mensch. Royo. Royo, noch eine Sache, Mann. Der hat seinen adaptierten Sohn nach Dschihad geschickt und seine Frau geheiratet, um seine Frau zu fügeln. Ja, da siehst du mal, was ein blödes Arschloch das war. Der war noch nicht mal über ein Neuer als ein Kumpel gegenüber. Er hat seine Sohn adaptiert, er hat ihn nach Dschihad geschickt. In dem, der hat seine Frau gesehen, in der er seine Frau gesehen und geil geworden. Und dann hat er die Junge nach Dschihad geschickt und seine eigene Frau genommen. Und seine eigene, nicht eigene Sohn adaptiert Sohn. Der hat gegen den Pro Code verstoßen, sowas macht man nicht, Alter. Man nimmt nicht die Frau vom Kumpel, das macht man nicht. Er hat sogar von den Sohn genommen. Sofort zu verstanden, es sind viele Muslime, da sind eure Quellen, Kapsier von Al-Kurtubi. Genau das, wie die ISIS gemacht haben, hat Mohamed auch gemacht. Kannst du nicht kurz nur groß machen? Richtig, kurz nur schmerzhaft. Guck mal hier. Wir sehen hier... Nee, erstmal musst du ab die groß machen. Da ist nämlich der Islam-Forcher. Und die danken immer, die sind die Besten. Obwohl nichts ist besser. Die sind die Schlimmsten. Also wir sehen hier, dass Ex-Muslime verbrannt wurden. Als Sadiq sah Gott mit ihm zu Willwer, dass Menschen des Abfalls tötet, indem er sie mit Feuer und Steinen verbrannt und sie aber von den Köpfen warf. Er hat sie zerhackt und sie ins Feuer geworfen. Du musst auffassen, was du sagst. Pass mal auf, was du sagst jetzt. Auch wenn es stimmt, aber du darfst so eine Ausdrücke nicht nutzen. Von Al-Kurtubi. Wir haben alle Tafsid von Al-Kurtubi. Das sind eure Gelehrten, die befürworten das. Genau wie ISIS das gemacht hat. ISIS hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Richtig, niemand. Wenn der Prophet das so gemacht hat. Ja. Der Prophet hat noch schlimmer alles ISIS gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Der Prophet hat noch tausendmal alles ISIS gemacht. Also ISIS-Terroristen. Allah. Ja, genau. Allah. Allah. Kannst du mich ausdenken. Den gehören nicht hier hin. Ich schwör's dir. Die muss man alles in eine Tone reinschieben. Also ich hab nix gegen Menschen, aber das Religion ist Katastrophe. Das ist keine Religion. Sag nicht, dass das eine Religion ist. Ohne Scheiß. Das ist keine Religion. Das ist eine Ideologie, der man da blind hinterherläuft. Und alles, was dieser ach so beste Mensch aller Zeiten da dargestellt hat. Ihr guckt euch das. Hier war eine Verbrecher. Habt ihr das gesehen? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin die Planforker. War das mit euren Kreuzzügen? Erzählt mal. Wann war der erste Kreuzzug-Phantom? Wann war der erste Kreuzzug-Phantom? Wann war der erste Kreuzzug-Phantom? Du haust ab von dieser Region, du haust ab von der Region, dass du hier was zum Essen bekommst. Du haust ab nach Europa und verdankt Europa, dass du was zum Essen bekommst. Du Vogel. Selbst Jesus wird euch abmachen. Pierre Vogel? Meinst du Pierre Vogel mit Vogel? Meinst du Pierre Vogel den Vogel? Pierre Vogel war mit deiner Schwester zusammen, du Vogel. Echt? Pierre Vogel war mit meiner Schwester? Ich hab nen Bruder, Alter. Ist Pierre Vogel hobo? Dein Bruder ist dann ne Transe, wenn er ne Homo ist, du Vogel. Alter, also jetzt macht Pierre Vogel schon mit Transen rum. Alter, Schädel. Lass das mal nicht Pierre Vogel hören. Sag Deutsche aus, Polen oder wat? Weißt du was Geiles? Mein Herr, mein Herr, also was du dem Pierre Vogel hier unterstellst, das ist ja der Wahnsinn. Hör mal zu, hör mal zu. Erst ist Pierre Vogel hobo, dann macht das Pierre Vogel mit Transen. Mal ganz ehrlich, Alter, magst du Pierre Vogel nicht? Voller, moderne Kreuzzüge. Ey, lass mich im Bild stehen. Ja, lass mich im Bild stehen, das ist voll geil, Mann. Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, Kolonien, Kreuzzüge, das habt ihr alles gemacht. Ach, Zweite Weltkrieg. Sag mal, ganz ehrlich, Zweite Weltkrieg. Wollen wir mal über den Nazi-Islam-Pakt reden? Voller Jünger schamlos lügt dich. Wollen wir mal über den Nazi-Islam-Pakt reden? Äh, halt deine Fresse, scheiß auf mich. Der Einzige, der Einzige. Jetzt will der es auch nicht scheiß, aber was hast du für ein Fetisch, Alter? Schmeiß ihn weg, Mann. Spülten mit deiner Kacke oder warst du die Leute ja nicht diskutieren? Anwieder redet er vernünftig oder schmeiß ihn weg? Wir haben tausend Jahre dreckige Vergangenheit in Deutsch. Ihr Blöder. Alter, mal ganz ehrlich. Ich möchte mir gerne wissen, warum eigentlich die Christen das meiste Volkeste Volk sind. Oder die meiste Volkeste Religion. Entschuldige. Der Islam ist tausend Jahre euch voraus. Du schämst dich für deinen eigenen Fett. Du schämst dich für deinen eigenen Propheten. Mein Prophet ist ein wunderbarer Mensch gewesen. Und dein Prophet war ein pädophiles Arschloch. Dein Prophet war ein pädophiles Arschloch. Eure Kirchen sind voll von Kinderständern. Eure Kirchen ist ein Monat. Sag mal, ist das da auf dem Bild dein Prophet? Ey, guck mal, hör mal. Sag mal, war Mohammed Schweinehirte? Ist das Mohammed da auf dem Bild? Mach mal den Flugloch an. Mach mal den Flugloch an. Mach schnell. Du sag mal, war das da Mohammed auf dem Schwein? Ist das Mohammed? War Mohammed Schweinehirte? Du sag mal, war Mohammed Schweinehirte? Ich stelle mich vor den... 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 Hör mal zu, du Spass. Hör mal zu, du Spass. Hör mal zu, du feige Sau. Hörst du mir an Telefon. Mohammed. Hörst du Scheiße dabei an. Hörst du Scheiße dabei an. Hörst du deine Fresse, du dreckiger Kreuzzügler. Hörst du dich für deine Arten und Propheten? Ist das unser Problem? Hier blende es ein. Du musst nur nicht sein. Unser Prophet Mohammed. Dein Prophet sagt das. Das hat die Bibel, du Holzgubb. Ja, Hörst du, hörst du. Dein Prophet sagt das nicht ich. Mein Prophet sagt gar nichts. Ihr lügt nonstop. Ihr seid ein Haufen voller Lügner. Wenn wir, guck mal. Wenn der Mohammed... Ja, guck mal. Sind deine Quellen eine Lüge? So schlecht wäre. Dann wäre im Islam die Kolonie, die Kreuze. Junge, du bist kein Muslim. 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 Deine Quellen, Pastor. Ja, was machst du denn im Deutschland? Hä, hab ich dir jetzt hops gegeben, du dreckige Sau? Was machst du dann im Deutschland? Halt deine Fresse. Komm jetzt nicht mit Deutschland an. Meinst du, ich bin hier gerne gekommen. Mein Vater kam hier. Du Spassi. Halt deine Fresse. Du Schwuchte. Geh raus. Geh raus. Komm, lass uns treffen. Ja, ist der Friedlich. Warte, warte, warte. Komm, lass uns treffen du kleine Huse. Komm. Hey, hey, hey. Amman ist die Kerim. Und Oros Pucciocio. Komm, 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 komm. Dann siehst du eine albanische Schelle. Hey, hör mal zu. Hey, hör mal zu. Du Zwiebelhändler. Ich steck deine albanische Platte in deine Haare. Du trägegab. Ja, Allah, dann komm. Hey, Phantom. Du Lockerblatt. Phantom Lockerblatt. Ich bin Türkeland. Was Albane? Ich bin Türkeland. Was Albane? Ab nach Krika. Ab, ab, wo du hier kommst. Scheiße, da raus. Ich hab Angst vor dir. Schmeiß den bitte raus. Scheiße, da raus. Scheiße, da raus. Schmeiß den bitte raus. Schmeiß den bitte raus. Schmeiß den bitte raus. Du hast ihn jetzt rausgefallen. Einfach raus. Danke, Bruder. Ey, sehr, sehr radikal. Wo haben wir abschieben direkt? Ja, so sind die. Das ist, die haben keine Manieren, Mann. sie haben keine einverstanden gegenüber gegenüber von anderen menschen sobald das in wahrheit auf den tisch kommt dann fangen die an zu fluchen aber die wissen gar nichts über islam aber wenn du das willst ja dann schreib nicht privat dann bekommst du eine schelle aber er auf irgendwelche leute hier zu drohen die ganze zeit die ganze zeit beleidigen das kommt von profit dass das kommt von dieser arschloch kopf abschneiden leute töten ja das stimmt al-mujahideen das kommt von dieser weise das ist das halt seine uhr 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 opa gemacht wir haben diese ganze scheiße von ihnen geschützt ist meine gute idee elia sollen wir mal über den ursprünglichen namen von mohammed reden leider rausgehen aber dieser türkern hat nicht provoziert warum kommen die nach europa angeblich wir sind alle kopf war warum kommen diese leute die so reden ich gehe dir in deutschland und auch große fresse haben verstehe du meine freunde Wie oft bekommt Michel Stöcksenberger Anzeige? Er wird als Volksverhältner betitelt, weil er die Quellen benimmt. Heu, du hast wieder Einschränkungen. Dass man Wahrheit sagt, nein, fangen an zu fluchen, wollen die nichts mehr reden. Aber das ist das Problem, du siehst es halt, es sind alle... Ich habe gesagt, Michael, mach mal bitte dein Mikrofunk. Löwen, jetzt machst du mal bitte Michael schon. Das dritte Problem ist, ich sehe es, dass solche Menschen einfach weit in den Raum gibt. Und das Schlimmste ist, die zeigen den höflich, die ganzen Quellen, egal was, ich habe alle Quellen da. Und das, was ich sage, ist nur 0,5 Prozent. Ja, es gibt doch viel Schlimmeres. Aber wenn ich doch die Quellen zeige, warum bist du dann sauer auf mich, warum werden wir dann bedrückt? Das heißt, die Islamkritik ist nicht mehr erlaubt, und so fängt die Scharia auch an. Und momentan kann seine kritische Kritik und dieses Ding, da ist der muslimische Tier. Weil man die Wahrheit sagt, dass man den treuen Einländen bedroht. Aber kann man das nicht verstanden. Was ist es? Irgendwann, hast du dein Mikro stummt? Nein, ich habe mein Mikro die ganze Zeit extra nicht stummt. Das knistert dauernd bei dir, das knistert. Ah, okay. Ja, also Moritz, pass auf, ich mache das jetzt so. Ich bin tatsächlich so unfassbar müde, das glaubst du nicht, wie müde ich bin. Also wenn du noch live gehen möchtest, kannst du das machen, aber ich gehe jetzt, glaube ich, pennen. Weil ich bin so unfassbar müde, das ist bodenlos. Alles gut, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt fern vom Islam. Islamist Foto, Scharia. Du weißt das doch. Kein Millimeter. Scharia darf nicht nehmen. Das ist wirklich, wir sehen, was ISIS gemacht hat, nur um. Mido, komm doch hoch. Elia, warte mal. Mido, wenn du Eier hast, dann komm hoch. Sag das Elia ins Gesicht. Komm, du bist doch so stark. Dann komm doch, Mido, komm. Keine Sorge, das dauert nicht lang. Das dauert nicht lang. Mido, du traust dich nicht. Du bist ein Feigling. Du bist kein Mann. Alles, was ich dem zeigen werde, die Leute nutzen. Das ist das Problem. Es bringt gar nichts. Und selbst Mohammed, wenn die Scharia kommen würde, die wären die Ersten, die wegrennen würden. Mido, du bist ein Feigling. Weil der Islamist Foto hat eins zu eins alles gemacht, was Mohammed gesagt hat. Die haben alles gemacht. Die haben das umgesetzt. Und dann sagen die, da sind keine Müsse mehr. Aber Moment mal, die Quellen sprudeln nur davon. Die Quellen bestätigen das. Mido, du hast einfach Angst. Deswegen kommst du nicht hoch. Ilja ist doch hier. Ich soll die Platte nutzen. Bei mir hat er wegen zu niedrigem IQ generell eine Sperre. Mido, du kriegst die Chance. Aber du hast zu große Angst. Dann ist das in Ordnung. Dann bleib unten. Traust du dich nicht. Aber das ist okay. Ach, Einschränkung. Okay. Das geht nicht darum, dass es geht um die Quellenumgaben. Alles, was wir sagen, befindet sich im Islam. Und das ist hier das Schlimmste dran. Wenn wir etwas sagen, habt ihr recht, dann sind wir Hetzer, sind wir Nazis, wenn wir etwas sagen. Aber es ist nicht der Fall. Alles, was wir sagen, befindet sich in eurer eigenen Quellen. Und ihr glaubt dran. Und erkläre mir, wie der Koran... Da zeigt die Nala ihr wahres Gesicht. Da zeigt die Nala ihr wahres Gesicht. Alle Muslime entlarven sich hier im Internet als radikale Spinner. Aber das sieht man ja wieder. Es geht nicht um Argumente. Es geht einfach nur darum, aus deren Sicht zu gewinnen, egal auf welche schmutzige Art und Weise. Genau. Und wie findet diese muslimische Frau, Sura 78, Vers 33, dass Männer schwellende Brüste bekommen? Denn Allah beschreibt sogar die Brüste einer Frau. Dass sie sagen, es sind rund und dicke Brüste. Und der Palmpenis wird fünf Meter lang sein im Himmel. Allah! Und selbst Sura 55, Vers 12, werdet ihr sogar Knaben haben. Dass sie mit Jungs Bunga Bunga machen können. Alles, was hier quasi... Bei euch ist im Himmel alles erlaubt. Aber auch hier auf der Erde. Ihr könnt alles machen. Selbst die Frauen müssen die Rubis ja nachmachen. Hauptsache kein Schwein. Ich sage euch das. Sogar ein Schwein ist sauberer, als deine islamische Theologie. Ja, selbst die Schweinen haben sogar Moral. Aber ihr besitzt das doch nicht mal. Guckt mal, was der islamische Staat gemacht hat. Die waren schlimmer als jeder. Die waren die schlimmsten überhaupt. Die haben einfach Jesiden versklavt. Die haben einfach deren Frauen genommen. Haben alles gemacht. Aber bei euch gibt es im Himmel Bunga Bunga im Himmel. Mit Jungs, sogar Knaben. Allah. Das ist einfach furchtbar. Ja, ja, ich weiß. Das Problem ist, ich würde jetzt auch noch weitermachen. So ein bisschen, weißt du, Eskalation. Ich bin so müde. Ich kann kaum noch Augen aufhalten. Mir geht es gar nicht gut. Frau ist erkältet. Ich bin ein bisschen krank. Ich kann jetzt... Aber die Tage machen wir mit... Warte mal, wenn du jetzt eh rausgehst, warte mal, wenn du jetzt eh rausgehst, dann zeig doch nochmal das Bild von der Hochzeit in der Kirche. Gerade nochmal kurz. Nein, 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 nein. Das mache ich deshalb nicht, Moritz. Ich habe vorhin Einschränkungen deswegen bekommen. Ich habe schon Verwarnungen ein paar. Ich habe keinen Bock, dass der Account gesperrt wird. Ich gehe die Tage mit Kian live. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Und ich bin die Tage da mit Kian live. Wenn seine Accounts wieder frei sind. Und dann geht es wieder rund. Die Streams mit Kian sind tatsächlich immer klasse. So, wir haben nochmal hier Mr. Kolo. Kannst du noch was sagen? Mido. Ach ja, Elia, das ist Mido. Schönen guten Abend in die Runde. Elia, was ist los mit dir? Elia, der hetzt gegen dich. Elia, erzähl mal. Okay, Mr. Stimmst du mit, dass du gerne Frauen haben möchtest? Christliche Frauen und die versklaren möchtest? Ja oder nein? Wenn du diese Frau bist, gerne. Ja, dann komm doch. Warum drohst du mich? Warum drohst du mich? Ich bin nicht immer dran, was du drohst. Du drohst doch mir. Du wärst doch jetzt gerne persönlich. Nee, ich habe mich schon an. Schön an, mein christlicher Freund. Aber antworte bitte meine Frage. Hatte dein Prophet Sex haben gehabt und hat fremde Frauen ab? Ja oder nein? Soll er haben, was er wollte? Alles, was er wollte? Wie findest du das, wenn ich dir jetzt zeige, die Tapside, dass du sogar mit deiner eigenen Fresse entnehme Sex haben kannst? Das steht im Christen, das steht in der Bibel. Okay, was ist, wenn ich dir das jetzt aufzeige, was tust du dann? Das ist doch super. Du redest von Tapside, von Tapside, von Tapside. Was ist dein Problem? Erzähl. Deine eigene Schwester Bunga Bunga machst du super. Naja, aber du machst mit deiner Mutter. Also was ist schlimmer? Wie findest du sogar Jungs? Du bist doch aus Albane, die haben es damals die Christischen Albane mehr crazy? Nein, 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 nein. Geh auf den Quellen ein. Deswegen dürfen die jungen Männer nicht das Wach verlassen. Mein lieber Albane, Bestätigst du mir, bestätigst du mir, dass er es nicht so gut verlaßen darf? Damit er den Bunga Bungalaérique Bestätigst du das? Hör acqu, hör zu. Deine Quellen sagen das, dass du mit deinem eigenen Schwester Sex haben kannst. Mit deinem Cousinien, mit deine Schwester, mit deinem Schwedermutter, mit deine Oma kannst du Sex haben mit mit dem Is. Allesebef. Findest du gut? Um so hinzus anscheinend gut, weil du wower ja. Nein, ich findest du doch nicht gut. Ja, du wirst ein Moslem. Ob du willst, sag nicht so, oder? Nein, natürlich nicht. Ich werde Moslem, wenn du mich den Islam so zerlege, oder was? Wenn ich dir jetzt die Quellen aufzeige, verlässt du dann den Islam? Niemals. Im Gegensatz. Alles klar, dann wirst du mit deinem Propheten Bunga 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 haben. Aber weißt du, wo du Bunga Bunga haben wirst? Weißt du, du verstärkst uns, du bist nicht, du glaubst nicht mal an Gott. Oder wirst du Bunga Bunga haben, okay? Da wirst du mit deinem Propheten Bunga Bunga unten haben, in der Hülle. Guck mal, es geht nicht, dass ich mich erst mal mit dir steigere. Leute, ich hab nur noch Abo-Chat, weil ihr mich nervt. Wenn ich dir das jetzt aufzeige, was tut du? Erklär mir bitte, warum bei euch in der Kultur der jüngste Sohn das Haus nicht verlassen darf, bis er seine Mutter gezwarten hat. Warum ist das so bei euch in der Kultur? Beantworte bitte meine Frage. Al-Warner, antworte meine Frage. Beantworte, nein, du beantworte. Warum? Das ist eure Kultur. Ihr lebt diese Bibel. Warum darfst du im Himmel mit deiner eigenen Schwester Sex haben? Erklär mir das. Aber du mit deiner Mutter, das ist ja noch schlimmer. Wo steht das denn? Ihr macht es doch. Bei euch Albanern, bei euch christlichen Albanern, darf der letzte Sohn nicht das Haus verlassen, bis er mit der Mutter geschlafen hat. Darf er nicht ausziehen, darf er nicht ausziehen, nicht heiraten. Wo steht das? Zeig mir bitte eine Quelle. Das ist eure Kultur. Das ist eure... Zeig mir eine Quelle. Ich komme nicht aus deiner kulturelle Kultur, dass du mit deiner eigenen Cousine heiraten darfst. Dein Koran erlaubt, dass du mit deiner eigenen Cousine Bunga machen kannst. Du stammst von einem Sohn einer Zeit hier, das bist du gerade. Ach so, aber du, aber du, dass dein Albaner mit deiner eigenen Mutter schlafen kannst. Hast du jetzt? Du von einem Ebenen kamst du. Sag mir die Quelle, du bist dumm und du hast kein Wissen, du tust nur, wann du bist und du hast nicht. HBW, ich würde dir raten, dass du nicht einfach sagst, dass dein Albaner mit deiner eigenen Mutter schlafen kannst. Du bist so verbittert von deinem Job, deswegen, dass du verbitterst, wie fasst du Pakete ab bei den Muslimen und siehst, wie die leben, was du Autos... Deine eigene Quelle, guck mal, ich blende jetzt die Quelle ein, damit du da, damit die alle sehen, 244 Schuhe, was... Blende, blende für alle ein, komm, damit wir weiter an den Muslimen konvertieren. Komm weiter, blende ein. Okay. Ich blende das jetzt extra für dich ein. Nicht für dich, sondern für die Zuschauer, damit sie sich einfach... Okay, Allah, die Zuschauer, komm Leute. Du verteidigst nicht dein Islam, du bist persönlich. Ach so, naja, normal. Sag mir mal bitte jetzt die Quelle. Deine kultur, deine almanische Kultur sagt es. Deine christliche... Okay, sag mir die Quelle. Komm, welche Quelle sagt das? Na, die Bonnquelle. Das ist eure Kultur, ich hab keine Quelle, ich sag keinen Sinn. Aber das ist leider so. Ich hab das gehört und sogar erlebt. Ich hab das Tischtrasse in Berlin, hab ich sogar erlebt, eine almanische Kultur. Elia, der hat kein Wissen. Elia, du brauchst mir nichts zeigen, der labert nur Scheiße, der hat kein Wissen. Zeig doch, zeig doch, zeig doch. Ich sag das jetzt mal schön, den Koran, was so steht. Guck mal, was in seinem Koran so alles steht. Ist doch wunderbar, was du sagst mir. Mit deiner eigenen Mutter. Aber guck mal, wenn du daran nicht glaubst, das trickert dich ja noch mehr. Finde ich so geil. Guck mal, guck mal, habibi. Das Suchen gibt es, die dich gar nicht angehen, aber du so triggerst. Hör auf zu bellen. Guck mal, ich zeig dir das erst mal. Okay? Du bellst gerade. Okay? Habe ich von deinem Vater gelernt anscheinend. Guck mal, habibi, was hier steht. Allah. Guck mal, was hier steht. Dein Koran ist so wunderschön. Guck mal, was hier steht. Habibi. Guck mal, was du bekommen wirst. Da steht, das bedeutet runde Brüste. Guck mal, was hier steht. Bedeutet runde Brüste, dass die Mädchen dieser vollständige gerundete Brüste sind. Das ist ja schlimmer als Dr. Sommer ist das. Was ist das? Das ist dein heiliges Buch, der beschreibt, dass die Jungfrauen schwellende Brüste bekommen? Was ist das, was ist das? Das ist doch irgendein Text, Alter. Du wolltest mir doch Surah zeigen. Jetzt warte, warte, Surah. Du Idiot. Ja, Allah, zeig mir die Surah, du Vollidiot. Zeig mir die Surah, du Dummkopf. So, du wachsch, ihr Haiwan. Zeig mir deine. Zeig mir. So, und dann ließen wir erst mal mit Knaben. Gabibi. Du kannst sogar Sex mit Jungs haben. Naja, aber was steht so, was steht so in deiner Bibel? Es steht ja nicht so, dass du deine Tochter kochen sollst, lebendig kochen sollst, Beantworte bitte meine Frage, also jetzt zeige ich dir das, dass du mir Knaben zeigst. War das nicht so was drin? Beantworte meine Frage. Eigene Tochter zerstücken und dann ab ins Topf. Warum darfst du mit deiner eigenen Cousine schlafen? Antworte mir. Ja, das ist, wenn du antwortest, warum du deine Mutter schläfst. Guck mal, was? Ja, das ist, wenn du antwortest, warum ihr christlichen Albaner mit eurer Mutter schläft. Weißt du, jeder Albaner fickt deine Mutter, okay? Achso, okay. Der auf geht zur Rede in die ganze Brüder schmelzen bitte raus. Du bist dummkopf, siehst du ja. Du bist geklauter Dummkopf. Zeig mir die Quelle, dass ein Albaner mit seiner eigenen Mutter schlafen wird. Mann, du bist die Cousin in meinem Anus, Alter. Das schiefst du am Morgen, das schiefst du am Morgen. Der schiefst du am Morgen bei dir und deinem Vater, Alter. Du beleidigst gerade. Mach spüren, mach spüren, mach spüren, Alter. Kicken bitte raus, Bula, bitte. Bitte, bitte kicken raus, bei allen Respekten, geh wieder Pakete. Bei allen Respekten, guck mal. Dieser Typ beleidigt jede albanische Mutter. Ja? Moritz, sag mal was über das Video, Moritz. Jeder Albaner, jeder Albaner, wenn die die sehen würden, die würden dich wegklatschen für diese Aussage, okay? Weil zweitens, das stimmt gar nicht. Auch solche Lügen zu einem Intelligenz am Möbel, mehr muss man da gar nichts zu sagen, der hat gar kein Wissen. Der Unterschied ist, wir haben Quelle, ich blende das ein. Er sagt etwas und indirekt beleidigt er meine Mutter. Aber jede albanische Mutter, ja, soll folgende Sachen. Jede albanische Mutter, die du gerade beleidigt hast, jeder Albane, der dich sieht, du willst eine Schelle bekommen. Aber ich tue das nicht, ich segne dich sogar. Ja, Gott segne dich, weil du einfach ein verwirrter Seele bist. Du, passe es dir nicht, dass du im Himmel Sex haben kannst mit deiner eigenen Schwester, sogar mit deiner eigenen Tochter. So, leid 25, Vers 54 von Imamat Kurtobi. Er sagt, wenn eine Ehe, also beziehungsweise wenn ein Kind aus seiner Unzucht entstand, so darf der Vater mit ihr schlafen. Ja, mit deiner eigenen Tochter darfst du sogar schlafen. Du peinlich ja. Das steht in deine Quellen. Und dann kommt die Begründung, ja, Bäuchenkultur darf mal mit seiner eigenen Mutter schlafen. Sag das mal einer Albane ins Gesicht. Mach das mal. Genau, mach das mal. Shalom Aleichem. Und, ähm, ja, da sieht man einfach den wüstendämonischen Geist. Die Intelligenz am Möbel ist wieder da. Shalom. Shabbat Shalom, ist ja Samstag. Okay. Was ist denn deine Intention, mein Lieber? Erzähl das diesem christlichen Albaner, der seiner Mutter irgendwelche Technischen Mächte hat. Also da kommt er mit, glaube ich, nicht klar. Er hat wohl dieses Runde, keine Ahnung, er hat wohl die alte Mächte. Das alte Testament, äh, okay, okay, was ich dir genommen habe. Schmeiß dich raus, erzähl das deine Mutter. Das alte Testament, äh, was du tust, ist das alte Testament, genau so auch. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Danke, Bruderherz. Danke, Löwenherz. Guck mal, und jetzt zeige ich dir, dass du mit deiner, dass ein Vater, guck mal, dein Vater kann mit deiner eigenen, mit deiner eigenen Schwester schlafen. Soll ich dir das jetzt zeigen? Ich mache das extra für dich, okay? Okay, dein Gelehrten sagen, der Vater kann mit seiner eigenen Tochter schlafen. Ja, wenigstens benenne ich das. Aber während du etwas behauptest und du wirst persönlich, aber ich mache dir ein Angebot, sag das mal, egal welcher Albaner, jeder Albaner wird dich klatschen. Dem ist das egal, ob die eine Anzeige halten. Weil das, was du sagst, ist die unterste Schublade. Ich sage nichts über deine Familie, ich benenne nur die Quellen und du wirst hier persönlich. Ja, und das ist der Unterschied. So was macht man nicht. Ja, von Tafsir, von Al-Kurtubi, gehen wir das. Ist doch gar kein Problem. Aber was willst du von fanatischen, radikalen Muslimen denn auch erwarten? Ja, das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. So, ich blende euch das Zudat 55, Vers 54. Ich versuche das auch ins Deutsche zu übersetzen. Und da sehen wir, dass man mit seiner eigenen Tochter schlafen kann. Ja, einen Moment. Ich gehe mal auf den Papier. Freut mich, dass ich wieder hier bin. So schnell wie ich letztens da war, war ich auch wieder weg. Das war der Wahnsinn. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Bestens, Bruder. Ich habe ja einen Clip heute gemacht, ein Video. Hab dich mit eingebaut. Ah, okay. Hast du ja gesehen. Ja, ja. Das war gut, ne? So, ich übersetze das jetzt. Einen Moment. Danke, Andreas. Elia, hier steht, hier schreibt einer, wo steht das, dass man mit Familie Sex haben darf? Okay, zeige ich dir einen Moment. Ich such dir das. Ich übersetze das kurz. Moment, ich muss die Quellen rausholen. Ihr wisst schon, dass man mit seiner Cousine heiraten darf, oder? Ja, ja, das wird ja auch praktiziert in Deutschland tatsächlich sehr großflächig, damit die Familienclans größer werden und zusammenwachsen. Also, ich kenne auch einen Hadith, wo drinsteht, dass... Ich muss rausgehen, ich habe Verstoßwanderung bekommen. Das ist eine gute Zeit, um offline zu gehen. Ich habe Verstoßwanderung bekommen. Leute, Elia, tut mir leid, aber ich... Dann gehe ich jetzt auch fein. Kein Problem, kein Problem. Alles klar, mein Bruder. Moritz, danke dir. Ciao, ciao. Aber gerne, nächstes Mal zeige ich euch das, ja? Dass man mit seinem eigenen Tuch starten kann. Nächstes Jahr mit Kian. Nächstes Mal mit Kian. Ciao, ciao.